Es ist spät. Es ist spät. Zu spät. Es ist spät. Hallo? Es ist... Es ist mir... ...you're looking for. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. In your smile. I can see it in your smile. So. Hello. Hello. Das Auto macht du tut. Das Auto macht du tut. Das Auto. So. Das ist der Beste. So. Guten Morgen. Ich bin heute mal spät. Spät. Am Start. Alter. Therese ist ja übel hoch. Na gut. Mit DFT nicht. So. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr kleinen, wundervollen, herrlichen Sahne-Menschen. So. Muss ich alles noch so ein bisschen zurechtschieben. Was ist das für eine Q-Time? 38 Sekunden. Lüge. Lüge. Es ist alles eine große Lüge. 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 Tome. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ich muss hier noch ein paar Sachen durch die Gegend schieben. Ich darf spielen. Wer ist heute beim Turnier dabei? Oh, sie ist es groß. Also in meiner Gruppe, meine Gruppe sieht so aus. Das ist schon gefährlich. Hidden MMR Challenger, danke Solo für fast 50 Monate. Aber wir sind weit davon entfernt. Pot of Gold habe ich auch noch nie gesehen. Ich darf, wie man entscheidet. This one got fire. So, Ink habe ich auch noch nicht viel gespielt. Die kriegen welche random Items. 5% Damage Reduction. Welche Farbe von Powerade trinke ich am liebsten? Also Powerade bin ich tatsächlich nicht so drin. Ich muss sagen, so Energy Sachen bin ich nicht so hinterher. Never a dull moment. Habt ihr Smartphone-Verbot im Schlafzimmer? Ich glaube, ich müsste mir das irgendwann geben, ja. So. Wer könnte denn noch ein cooler Ink-Shadow sein? Der Atrox. Der Atroxist. Good morning. Das game ist sehr leiser. Ja. Wurde noch ein anderes Spiel gespielt. Das bin ich. Escape gold. Company of Surrey. Okay. Also das wäre jetzt inkig. Das wäre sehr inkig. Meine Destination ist klar. Das Item ist auf jeden Fall sehr witzig. Der Stunt immer, wenn der kurz das Ziel wechselt. Ist ja ultra funny. Ja, das ist irgendwie lustig. Aber wir gucken mal an. Was ist eigentlich doch der Kaktus? Ich war nur ein... Moment da. Kein langer und großer Moment. Ich war wirklich nur sehr kurz da. Wir können noch vier Duelist spielen. Ich war nur am Samstag. Für zwei Stunden. Also ein bisschen mehr. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Wenn ich irgendwie auftritt. Da durfte ich bei ein... Also auftritt ist auf jeden Fall eine wilde Bevorführung. Aber ich durfte quasi da mitmachen. Bei einem kleinen Quiz-Event. Quiz-Show-Ding. Und es war sehr lustig. Das hat schon gut Spaß gemacht. Ich versuche mal den Bums. Denn unser Weg ist klar. Unser Weg ist gefährlich. Aber er ist auch schön. Und grad wenig. Und wir haben sehr gute items dafür. Ich überlege QSS zu spielen. Ich habe auch schon Bolivar mit QSS gespielt. So als Notfall. Statt der zweiten Titans. Aber man kann auch durch Dringung spielen. Also es ist... Du brauchst auf jeden Fall eine Menge Bögen. Bögen bis zum Umfallen. Das ist so der Plan. So, da ist ein Tristaner mit dem BF. Die ist schon mal gut. Deathblade ist immer nice. Notfalls Infinity Edge. Ich glaube, Infinity Edge finde ich sogar gut. Alternativ wäre, erst Bolivar fertig zu bauen. Auch das ist passiv. Ja, den Kaffee soll ich noch machen. Kaffee habe ich aber immer so ab 16 Uhr. Eine Sperre. 16 Uhr ist Kaffee gesperrt. Gibt es nicht. So. Wir haben erstmal den. Wir spielen dann Diana, glaube ich. Aber wir nehmen erstmal Umbra mit. Aber den BT-Game ist auch kind of weird. Vielleicht finden wir ja noch einen cooleren. Aber der Losing-Streak ist ja eigentlich gar nicht so bad. Ist ja konsistent. 77 Leben nicht optimal aus. Schon mal ein Problem beim Durchschlafen oder einfach so. Ja, also Schlaf ist so das Wichtigste. Gestern bin ich ja auch vom Prime-League-Finale. Von Jonny's kleinen Event. Hierher zurück. Und brauche dann trotzdem, trotz zwei Stunden Fahrt, der nächste 2-Cost-Champion. Oh, nee. Der hätte ich lieber das Gold. Dann nehme ich legit lieber das Geld. Ich nehme noch ein bisschen Zinsen mit. Ich habe ganz schön viele Barts bekommen, würde ich sagen. Die schiere Masse an Barts. Ist schon gefährlich. Level 2-Unit wäre natürlich auch nützlich. Ich habe echt nie mal einen Tod gekriegt. Okay, das ist gut. Das ist auf jeden Fall Kategorie Good Lose. Fünf wird Streak, heißt Geld. Aber nur plus zwei statt plus drei. Trotzdem werden wir hier mit der Richeste sein. Das läuft gut. Das läuft sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Level 2er. Folge ist schon seit 2014. Oh, das ist zehn Jahre her. Das ist sehr lieb von dir. Das ist auch gut. Nur ein Item, aber das Item war ein Volltreffer. So, schon Respekt. So, Reaver Duelist dann nochmal. Ich nehme hier noch ein Level hoch. Mache noch den netten Yasuo rein. Umbra ist doch das Beste, oder? Ich nehme jetzt 200er Shield. Der Execute. Der ist ein bisschen random. Es kann sein, dass wir jetzt an einen Windstreak übergehen. Weisen jetzt schon. Oha. Da ist so viel Gold noch über. Das ist ein guter Treffer. Not bad. So viel Geld noch übrig haben ist schon sehr, sehr rare. Das ist natürlich gut für unseren Loose-Streak. Kann natürlich sein, dass Wulibär Wulibär 1 wie ein Cock mal 3 gewinnt. Das ist so dumm, oder? Oh boy. Das ist so hohl. Also das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Healing Orb ist ultra krass. Hier steht aber The Moon Shielding Units. Der shieldet doch alle. Weißt du schon, warum? Ich guck mal an, wo wir es haben. Wulibär ist halt super strong. Dankeschön. Für 37 Monate. Wulibär ist halt sehr, sehr krank. Das ist wirklich ultra stark. Ein paar Storyweaver dabei. Ich bin ja uncontested. Das ist gut. So, der hat die ganze Zeit gewonnen. Der war am Streaken. So, Wulibär heilt sich hoch. Sein Streak ist over. Und unser Streak beginnt. Machary braucht drei Items. Ich glaube, der braucht kein Rageblade, ne? Ich glaube, der ist sehr... IP-lastig. Wir haben ihm jetzt die Ionen mit. Wir brauchen, glaube ich, eine Duelist Diana was, ne? Duelist Diana. Und wer kam noch rein? Hm. Wer war da noch mit dabei? Ich bin doch vergessen. Reit fürs Turnier. Weiß ich nicht. Also ein bisschen wohler fühle ich mich schon. Als noch Anfang der Woche. Würde ich mal sagen. Jetzt fühle ich mich wirklich deutlich besser. Aua, mal gucken. Also die Sin brauche ich noch. Irelia brauche ich noch, ja. Aber ich glaube, Diana ist dann unser Duelist. Weil es dann später gut zenergiert hat. Spadulas waren weird. Das ist natürlich absolut illegal, was hier passiert. Wait, der geht ja nicht hin. Ist der dumm? What? I'm done. Ja, das war wirklich dumm. Tessler, ja. Absolut lost alles. Na gut. Das sind drei Lee Sins gewesen. Mit 10%. Oh boy. Oh boy. Das ist aber geil, dass er auf zwei einfach nichts macht. TFT. Also das hätte ich gerne beim Turnier, muss ich sagen. Das hätte ich gerne beim Turnier. Ja. Jo. Das Ding ist ja, dass diese Orb hier so viel Leben heilt, dass es echt unfair ist. Also die Healing Orb ist mit der Comp wirklich gut. Da werde ich einen Union für. Sin und Yasuo tauschen, nee. Kein Bock. Der Schild von Umbra ist jetzt fast egal und der Execute ist auch sehr unwahrscheinlich, weil die Form einfach so scheiße ist. Kianas aus 2. Ja, die 1% hat auch nochmal Hallo gesagt. Gibt es vorne besser? Ja, schon, ne? Oh mein Gott, Titans kommt auch noch und Infinity Edge. Und Yone. Ja, die haben schon einen zu viel. Okay, also wir brauchen... Und das war's eigentlich. Ein Emblem können wir nicht machen, ne? Früher war Duelist mit der Kralle. Ja, das ist ein einziges Lackfest. Können wir Dragon Lords gehen? Ja, 4 Dragon Lords wäre geil, ja. Jenna. Jenna und Diana. Jenna und Diana. Jenna kommt eh rein, Stadione. Sension, wir sind viel früher fertig. Tech Speed. Oh mein Gott. Ohne Diana. Das ist ein Dramat. Also das ist auf jeden Fall krank. Ich nehme jetzt noch Yasuo raus. Vor allem noch einen Carry, ne? Also der Wohlibeer auf 1 macht halt nicht so viel. Er ist natürlich immer noch besser als Kogma 3. Aber... Joa. Increased Player Health, wie viel denn? Okay. Okay. Also ankontestet, müsste ich das eigentlich locker runterrollen können. Und der hat hier die Wohlibeers geklaut. Ich glaube, ich mache Wohlibeer auf 2 und dann gehe ich hoch. Ich glaube, wenn ich den auf 2 habe, dann mache ich das. Wunscherweise bin ich doch nicht so stark trotzdem. Aber der hat auch komplett runterrollt. Das ist der, der die Free Unit übersehen hat. Ja, bei Wohli wäre mal nichts. Stehe bei TFT gar nichts. Ja, ich auch nicht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Wukong kann am Ende trotzdem rein, ne? Aber ich brauche den jetzt eigentlich gar nicht mehr. Sollen wir jetzt das Tana-Items? Das ist ja gut. Wie viel Leben hat denn Ari jetzt gegeben? Leute. Wie viel war ich? Bei 70 irgendwas, ne? Sie hat 10, 12, 15 Leben gegeben. Irgendwas super Banales eigentlich. So, jetzt können wir hochgehen. 15, ja. So, jetzt können wir hoch, würde ich sagen. Die Sin kommt mir irgendwie überschwach vor. Der Stun steht ja nicht da. Wie lang? Oh, weird. Oh, das ist eine dicke Frontline. Was macht Jenna eigentlich? Heals. Magic Damage. Aha. Na gut. Eigentlich bleibt man, glaube ich. Ich glaube, ich schätze da. Ich weiß nicht, ob Solo noch zuschaut. Aber das würde mir zum Beispiel schwer fallen. Also einerseits wäre auf 8 Duelist jetzt übergeil. Aber das ist ja schon auf 7, so wie auf 9. Mich verschlechtert ja meine Rate, weißt du. Ich verschlechtert halt meine Hitgrade, weißt du. Fakt Solo gleich mit. Näh, das ist falsch. Das macht ja, also das sind schon, das ist schon angenehm, wenn da Leute das Spiel nicht können. Die Chance auf 3 costs auf Level 87 gleich. Würdest du einen Bann in Kauf nehmen, wenn es nicht so ist? Würdest du so weit gehen, dass du einen Bann in Kauf nehmen musst? Jetzt wäre Linger ist bereit. Soll ich bonken? Wir gucken mal, wir gehen mal jetzt ein Level hoch. Finde ich klein. So. Aber wir gucken mal, was wir, ob wir halt die Super Traumkommen machen können. Wieso ist das immer noch so, dass man so ein halbes Item übrig hat, Leute? Ich dachte, das hätte sich irgendwann geklärt. Es sind 8% weniger. Das ist schon brutal. So. Vielleicht könnte ich auch auf 9 gehen. Es ist actually crazy, wie lange der überlebt. Pro Prozent ein Tag, Mann. Finde ich gut. Oha. Das ist nett. Die nehmen wir natürlich an. Die nehmen wir natürlich an. I, Roar, You, Bao. Boah, jetzt sogar 3. Dann geht der einen Schritt nach hinten. Und geht der einen Schritt nach hinten. Ich habe im Karussell einen Extrakompon bekommen. Aber das haben noch alle. Oder, ach nee, du meinst, weil das eine doppelt war. Im Sinne von, statt ein Item gab es ja diese Double Spatula. Oder Spatula und X. Das hat es schon so durcheinander gebracht. Sind hier Gläser von Lünther eher eine oder zweimal sein? Eher eine. Ich habe Leute gesehen, die auch Gläser nicht gelevelt haben. Aber, ja. Wisst ihr was? Ich glaube, wir spielen auf Fullidu... Full, Fulldum. Ich glaube, wir spielen auf Full Self-Bun. Ich bin auf Full-Bun und tun einfach die Irelia noch ein. Aber es ist trotzdem heftig, wie wenig Items es sind. Ich meine, das war nicht Crest. Das Dragon-Ding auch. Und trotzdem haben wir nicht 2 Carries voll. Weil das Ding halt... Also das beste Item ist so. Oh, Tactician Crown zu denien, wäre ja einfach hohl, wenn man dann sagen. Oh, boi, der Bulli-Bär, ey. Der Bulli-Bär ist fucking tanky. Aber wir verlieren gegen... Es geht ja los. Hab' ich gedacht. Still losing. Ah, der hat es auf 7 geblieben. Hat den auf 3 gemacht. Aber das ist eigentlich gut für uns. Ich könnte aber auch... Nee, ich will schon... Ich will schon 8, 5 haben. Ich könnte noch Penetration nehmen. Aber da ist eine Tristana drauf. Penetration wäre noch sehr gut für uns. Das wäre schon cool, wenn wir die irgendwie bekommen würden. Aber auch das Nordristaner ist das schon... sehr wertvoll. Ich würde das auf jeden Fall sehen. Die Rhea Sander, die ging ja zu 30%. Hm. Das ist gut. Die Frage ist... Oh, warum halt zuerst so viel sind. Ja, hier wäre Sander echt nützlich. Ja, wenn der Bulli-Bär sich an dem Tank festbeißt, ist es GG. So, Rakan, zweite Reihe, sagt er. Er hat einen Hex, ne? Zwei Hexen, oder? 7 Ink ist auch Toxic. Ich komme halt so nicht an den Super-Tanks vorbei, ne? Das ist eine Webseite und ein Bracket für das Turnier. Okay, also es wird so sein, dass wir dann hier so ein lustiges Overlay haben. Und dann steht das da, was grob passiert. Hast du mit Millennium schon? Und dann gibt es... Dankeschön, Alex. Und dann gibt es zwei Gruppen. Drei Spiele pro Gruppe. Und dann ist Finale. Das quasi zuerst Halbfinale, dann Finale. So. Ja, wir gehen mal auf 9, dann gucken wir mal. Das ist ja besser, die auf 3 zu kriegen. Aber wir scheißen jetzt auf besser. Gucken 9 an. Wir müssen halt Units töten, was halt für übelste System sorgt. 6 Porzellan. Gibt halt sehr viel... Attack Speed soll das sein, ne? Das ist eigentlich crazy, ja. Das ist so nützlich. Und mit Spear sehr gut synergiert. Das ist nicht mein Wunsch. Das ist nicht mein Wunsch. Das ist nicht mein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Ich würde mich nicht mehr auf jemanden wünschen. Wir sind von unseren Entscheidungen. Das war teuer. Das war sehr teuer. Das war sehr teuer. Das ist gut für uns. Hier noch ein Item mehr. Das war sehr teuer. Das kann man so abschütteln mittlerweile. Das ist ein neuer Effekt. Das gibt ja Fated und das gibt es hier Shaking. Das ist doch gut, ja. Oh, der steht nicht schlecht. Ich fasse es nicht, dass Wulibär dahin so lange braucht. Also wenn Wulibär nicht an die Seite der Land gelaufen wäre, hätten wir das legit verloren. Oder was ist Amore für eine Junge? Leute, ich dachte, ich bin ja schon längst safe. Man spielt ja nicht 8 Duelists, oder? Kann das sein? Nein, die Penetration ist echt wichtig. Na, Irelia 2 war schon ganz geil. Aber so großartig beschweren kann ich mich auch nicht. Das ist ein Gunblade-Eingriff für mich. Was ist das? Ich hätte ja nicht gerne den Dings gehabt, aber... Ist schon erschreckend, wie viel One-Costs wir treffen, muss ich sagen. Wir haben vor uns verloren. Ah, jetzt haben wir die Regal, ja. Jetzt haben wir die Penetration, hab ich doch. Der Knock-Up war unangenehm. Aber die Tristana-Bombe hat drei Leute getroffen. Ja, da muss man von der Seite ran. Da müssen wir auch von der Seite ran. Problem ist das Game so lang, dass ich nicht mehr schaffe. Unwohl lieber drei schaffen wir auch nicht mehr. Okay, also full Dragonlord ist nicht gemeint, aber die Stats transferieren sich nicht. Also null. War das ein Geist? Haben wir gegen den Geist verloren? Haben wir gegen den Geist verloren? Okay. Die Regal-O-Werfen ist unangenehm. Aber sie ist noch auf eins, also... Ist ja gar nicht so tragisch. Die Heilung war nicht nur bei null, sie war einfach gar nicht mehr da. Kann man sehen, wen er fatet? Die beiden, ne? Was bringt sie? Ah, Brunstermit. Brunstermit ist gut. So, ich glaube wohl lieber drei kann auf jeden Fall noch was machen. Mhm. Der Damage geht auch gut hoch. Hast du eine Arme von einer Eigentumswohnung als Kapitalentlager? Wenn ich das Geld verkauf und jedenfalls in zwei Wohnungen habe, lieber eine Wohnung kaufen und sicher finanzieren. Tatsächlich bin ich da nicht so hinterher. Ich mag es auch nicht, wenn Geld für mich arbeitet. Deswegen bin ich nicht so der Mensch, der versucht von Zinsen oder so zu leben. Also... ...fragst du tatsächlich den Planlosesten. Hallo, bist du bereit für mich? Okay, also wir machen das. Okay. So, da Sirelia. Okay. Da, die, die ist sehr gefährlich gegen mich, ne? Protelan ist super dangerous. Ich versuche jetzt auf einer Seite zu stehen. So, der Slam war wichtig. Dieser kleine Amo da. Ja, das war auch wieder ein Geist, den wir verloren haben. Ich bin echt, äh, irritiert, dass wir nicht, dass wir mit dem Roll noch nicht fertig sind. Das ist für mich absolut baffling. Das ist absolut mind-destroying für mich. So, ich hoffe, ihr ultet jetzt die ganze Zeit die Lux. Der frisst sich vielleicht an der Seite durch. Der Amomo wird halt so früh fokussiert. Hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass das ein zweiter Platz ist. Aber 6 Porzellane hat halt wirklich 60% Damage Reduce. Ich weiß nicht, ob er noch Steadfast hatte? Nee, aber auch eigentlich gar nicht mehr. Der Damage Reduce ist halt sehr hoch. 40 Minuten ging das jetzt. Das ist ganz schön lang. Ja, da habe ich nicht genug Erfahrung. Wahrscheinlich müsste man dann zwei, äh, mindestens, äh, zwei der Duelists ditchen. Äh, wie zum Beispiel, äh, Yasuo. Yasuo und Kiana. Und dann macht man, glaube ich, CC Heavy Legendaries rein. Ich glaube, so ein Set ist einfach wichtig, der dann den Amomo packt und irgendwo hinschmeißt. Und dann so ein Udi, I guess. Udi hat auch viel CC, ne? Ich meine, Wohli bei 3 spielt eine Rolle. Aber hilft mir nicht so sehr bei diesem unfassbar hohen Wert an Damage Reduction. Wenn wir jetzt gewonnen hätten, hätten wir die Irelia auf 2 gehabt. Das hätte ein bisschen was gebracht. Wir hätten die mit 30 nicht gewonnen schottet. Nicht gewonnen schottet. Heavenly hilft ein bisschen, aber... Wukong bringt nochmal CC rein, ja. Wukong? Wukong ist ein Set oder so. Ich kenne halt noch nicht, äh, so gut die Coms. Um dann später im absoluten Late Game abzuschätzen, welche Unit man nimmt. 6 Duelist, 2, 3 Drinks und echt nice. Ja, ich hatte ja also 8 und 5. Aber dieser Bonus Damage, den ich kriege, kommt halt nicht gegen 60% Damage Reduce an. Plus Warden, die auch nochmal prozentual reducen. Und wir hatten ja die Penetration. Aber Penetration hilft ja nicht bei Damage Reduce. Ich müsste halt an dem, an dem, an dem Amumu vorbei. Wobei der gegen Wulibär fast gewonnen hat. Im 1 gegen 1. Das war schon sehr wild. Okay. Aber mal gucken. Wir haben jetzt noch so viel Zeit, dass ich kein Game mehr schaffe. Die 40 Minuten confused mich sehr. Das war viel zu lang. Würde ich sagen. Das war sehr lang. Wir haben noch ein bisschen Overtime. Ein bisschen Backpack. Keine schlechte Idee. Ich werde morgen Planet Crafter streamen, by the way. Planet Crafter kann ich jederzeit speichern. Aber das würde ich euch morgen an sich zeigen wollen. Planet Crafter ist ein gutes Stream-Game. Weil ich meine sehr gut. Sehr, sehr gut. Mit Leuten während des Erkunden und Bauens reden kann. Und den Planeten wieder bewohnbar machen. Big Big Battles. Ne, wir machen mal super Autopads, Leute. In Planet Crafter schaffen wir keine Runde. Kennen wir doch schon. Gibt es da was Neues? Ja, Planet Crafter ist jetzt komplett rausgekommen. Actually. Planet Crafter wurde komplett released. Was natürlich crazy ist. Um. Genau. Planet Crafter wurde komplett released. Und hat neue kleine Features und so weiter. Und die komplette Releasing ist sehr, sehr gut. Weil das ist immer das, worauf ich dann irgendwann tagelang warte. Dass natürlich anderer Content in irgendeiner Form da ist. Und es hat jetzt auch ein Multiplayer. Was bei dem Spiel sehr wichtig ist. Weil irgendwann brauchst du den. Und zwar dringend. Der Multiplayer ist später wirklich super, super wichtig. Weil du musst, du musst ja quasi, um den Planeten zu verwandeln, musst du basically snowballen. Und zwar übel, heftig snowballen. Und das ist dann super schwierig, weil die Technologie versteckt sich schnell. Und die Prozentpunkte sind extrem krass. Also ich habe ja am Anfang so Bäume. Wenn nicht Bäume, sondern so Sträucher quasi hingelegt. Und kleine, kleine Kackscheiße. So würde ich sie einfach mal nennen. Die sehr, sehr useless ist. Also die macht so, du musst dir vorstellen, die Werte sind so. Die erste Kapsel, die du machst. Die erste Pflanze, die du reintuchst. Die Sauerstoff produziert. Ich habe das heute aufgenommen. 0,19 Sauerstoff. Dann kannst du noch bessere und noch bessere Strauchmaschinen machen. Die die Pflanzen einfach effizienter generieren lassen. Und dann gibt es einen Baum. Und der Baum sagt, ich produziere nicht 0,19 Sauerstoff pro Sekunde. Sondern 2.000 oder 1.950 oder so. Mal den Multiplikator. Abhängig davon, was für einen Baum du da reinmachst. Es ist komplett gestört. Ich habe Jesus verbraucht. Es ist wirklich insane. Und diese Insanity ist natürlich cool und lustig. Und die braucht man auch, um erfolgreich in dem Spiel zu sein. Heißt aber auch, dass du wirklich viel wieder abreißen musst. Und super effizient. Also du baust dann quasi nur noch so Baumgeschichten an. Also alles, was so statt plus 19 plus 10 Milliarden gibt. So und der ist auch cool. Aber die Katze. Die Katze ist illegal. So, das ist fies. Das ist der Countdown zu dem hier. Das werde ich nicht schaffen. Da kann der auch Level 5 sein. Die Tiger-Kombo ist sehr stark. So. Die ist sehr, sehr stark. Wir müssen den quasi auf 20 kriegen eigentlich. Damit er die Melone weg macht. Das ist quasi die Idee. The melon has to die. But she didn't die. Du 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 du. Ja. Uh. Das ist eine Menge Autos. Genau. Aber ich habe ein bisschen Bock drauf. Weil die haben auch mehrere Biome dazu gemacht. Ich habe jetzt so ein Lava-Biom gesehen. Gesehen. Was auch ganz cool war. Und dann natürlich noch mehr von der Story. Also ich habe jetzt noch sehr, sehr viele Nachrichten. Also Nachrichten bekommen in Anführungszeichen. Oha. Ich kriege immer so eine Mitteilung, was in der Story wirklich passiert ist. Weil der ist ja eine Menge abgestürzt. Genau. Und das geht auch noch ein Stück weit weiter. So. Das ist ärgerlich. Weil werde ich geheilt? Ja. Ja. Das ist okay. Mhm. Ja. Der Elefant ist sehr wichtig. Weil der Elefant kann Sachen. Der kann Sachen machen. Oh. Der ist aber sehr schlapp. Oh. Godse. Katze ist sehr... Late Game. Lastig. Die Ganze. Ich starbe nicht in der Seele, wenn ich in die Kamera gucke. Ich gucke tatsächlich so in die Kamera. Und so gucke ich in den Chat. Und kein Problem. Das ist ein neuer Unterschied. Der ist eine Difference. Der ist äh Differential Difference. Das ist gut. das nicht okay das ist gut und das ist gut und das ist auch so irgendwie habe ich jetzt auch mal mit tft das tut mir auch ein bisschen leid tft birgt auch gefahren aber ich habe mich ein bisschen mit mir wirklich ins sette reingefunden also vorher war es wirklich super super trash mittlerweile der ist cool 7700 verkaufen wir locken das mal wir locken am anfang ist so die knoblau ist sehr stark kamel ist auch gut also kamel oder der beides ist jetzt noch useless ist aber später ganz ja das wird er doch leider knoblauch deswegen verlieren wir noch mal hätte gern bei freaks angefangen wurde auch schon zweimal abgelehnt das tut mir leid das tut mir sehr sehr leid der rng faktor ist überall der ist leider überall so der pinguin hat jetzt leider nichts gemacht ich möchte auf dem auch mal knoblauch das ist unangenehm aber das haut noch hin okay das war wichtig das zu verlieren wäre eine katastrophe hier okay den haben sie genervt bei also wir können jetzt instant den verkaufen und den hier spielen ich weiß nicht warum ein schwein ich weiß nicht warum das schwein so ist aber da müssen wir durch das ist ein großer schwein das war ein wichtiger power spike weil das schwein ist cool weil das bufft sich vor jeder attacke das ist einfach die bessere das bessere horn also das ist weg so wir brauchen vorne ein big elephant deswegen brauchen wir den und dann brauchen wir das ding aber auf zwei weil sonst ist es auch schwierig weil der spielt double ape double ape ist lebensgefährlich das ist wichtig knoblauch knoblauch verhindert leider nicht den schaden den ihr so komisch macht okay mach mal so melode kann ich auch auf den boy machen ein drachenbild wäre auch möglich statt ein appenbild also den maximen männer lords ich habe schon gesehen dass das bei vielen sehr gut ankommt das war ein wraith so seht ihr das da ist der vorteil des schweins aber er wird mich auch scale mit der katze ich brauche selber die katze wir lassen den pinguin jetzt noch einmal waffen und dann ist aber schluss nun ist besser als knoblauch ja im late game 200 prozent oh oh das ist der macht jetzt doppel schüsse gegen den tiger das schwein oh affenbärbeln oh das ist stark das war sehr gut die katze verdoppelt die effektivität von essen später verdreifigt das ist sehr gut ja oder hier werden alle sterben glaube ich einfach oder der wird jetzt auch noch platzen der einzige überlebende wird das schwein sein der schwein und der elefant bonk so das war wild kann mir jetzt weiß huge ja idees so hier ist das problem das ist der affe der affe ist jetzt useless und die komposition ist leider nicht dafür gemacht umgestellt zu werden der affe ist jetzt leider useless aber wir können nicht umstellen vielleicht spielen wir noch ein tiger das lohnt sich auch nicht aber der bringt jetzt alle um oh god das ist eigentlich unentschieden das ist einfach schlecht doppelkatze was passiert da das 3 plus 3 hat das geklappt vielleicht der tiger ja wir können eh nicht beides wollen doch wir können den tiger so passieren ja oh oder den skorpion wobei eigentlich haben jetzt alle vorne eine melone aber da können wir den skorpion und das nicht spielen eigentlich brauchen wir den auch okay ich bin quasi vorne den pilz skorpion okay das ist auf jeden Fall der satan winch ich weiß nicht warum er ach der verwandelt sich nicht mehr früher hat er sich verwandelt so eine larve war das das war actually worth okay wir verkaufen den ich bin jetzt skorpion mit pilz ich kriege eine banana oh my god okay pass auf der typ wird jetzt wiedergeboren und schottet den ersten der und schottet sein homie also seinen konkurrenten da hinten ist eine menge busse das sind jetzt zwei busse hintereinander aber das sind Männer das Schwein ist da so also Pizza Pizza Schwein Sushi so das sieht sehr gut aus Leute oh der hat das zweimal gemacht was für eine geile Kump aber ist es enough though Riesenkatze das soll eine übel coole Kump die habe ich noch nie so gesehen die habe ich noch nie so gesehen das war über gut so seht ihr da ist der erste 50er den machen wir jetzt aber weg bumm und dann tötet er seinen eigenen witzigerweise aber leider auch meinen oh oh das war fast unglücklich aber wir haben gewonnen so bin ich Leute so das muss jetzt noch bei TFT sein Leute so The Devil Will Win Set Guard ist ein Play was für mich könnte ich mir gucke ich mir jetzt gleich auf Steam an okay ich gehe kurz pullern und dann geht es los hallo der kleine Pisser ist schon wieder nicht da da muss ich schon wieder ersetzen und dann nehme ich mir einfach die Freiheit raus zu sagen dass er hier jetzt während er auf Toilette ist die Möglichkeit habe hier so so gottlos rein zu subben und so richtig um bone loss zu followen na oder auch mal so so ein so ein ehle Giggle na so ein Keck weh hier rein zu streuen na ja freut er sich kommt er von Toilette wieder und sagt sich ah da war ich also wieder lustig na und dann schießt er hoch das Selbstvertrauen na zum Mond ist ja schon in der Stratosphäre bei den Typen na das heißt noch ein kleiner Stupser und wir haben den Erdtrabanten erreicht und das ist doch das was ein Ossi will einen Trabanten na das bedeutet ihr macht jetzt hier weiter ich gehe jetzt wieder ist ja schon eine Minute rum tschüss so na dann dann alte 4 dann kann ich da rein dann Steam Steam und Devil irgendwas der Devil within oh der sieht doch cool aus süß der Devil ist das auf meiner Liste erdingewehr aber ist das Rogi ne einfach so licht Alter wie viel sich das dreht ok das habe ich aber schon auf der Liste ich danke dir trotzdem so wir gehen jetzt in eine Lobby rein oh yeah hallo ich bin normalerweise immer zu leise es wundert mich dass ich aus dem Sals immer zu laut bin ich mag das sehr gerne am besten redest du einfach gar nicht mehr ok ciao ich bin in der falschen Lobby ne ja das ist ja schade viel Spaß ihr Loser wir sind jetzt im Finale oder auch nicht Maxime hat die letzte du hast gecastet sonst immer ne ja ich bin bei TFT habe ich mich immer mehr entfernt ich komme mit RNG nicht klar ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht warum ich dir zugesagt habe der Tiltfaktor ist enorm das ist nicht das waren die letzten drei Trainingstage waren nicht schön kann eigentlich irgendjemand das Team einladen ich den Barcode auf der Liste habe ich habe ja genau du hast mich auf der Liste ich schreib dir kurz was ach du hast so viele ich kann den Barcode auch einladen ich habe den Barcode eingeladen wir sind alle Pinguine guten Tag wieso habt ihr alle den süßen Pinguin das finde ich voll gut Moin Pinguin bei mir haben wir alle einen Saunamenschen alle haben mein Profilbild bei mir waren alle Morgana gerade ich glaube jeder hat das was er selber hat bei den Sida nein das stimmt nicht der Barth hat bei mir Barth und ähm Therese hat irgendwie so ist das Vega Soda hat bei mir auch noch was anderes und alle anderen hat bei mir schon Gas ja genau der Chunkas ist geil ihr habt ja das Overlay eigentlich so auf 1080 und so hoch geduldet nee ich habe es kleiner gemacht das ist so groß ich bin eigentlich heute nur hier um Maxim zu grieven das ist perfekt also tatsächlich würdest du mir bei dem frühen Feierabend sehr hitz ich habe extra meine mentale Einstellung so gebracht dass ich entweder früh fertig bin und mit meinen Kindern vielleicht noch Minecraft spiele oder Minecraft oder eigentlich wäre das Schlimmste wenn ich weiterkomme und dann Achter das wäre so für mich tot wait aber du warte mal du spielst Minecraft nein er meint wenn er verliert spielt er Weinecraft ich spiele dann Minecraft nein er meint schon Minecraft mit den Kindern wie geil ja ja mega aber wir haben den Drachen noch nicht besiegt der ist zu stark ich habe gesehen du hast doch ein Programmierprogramm für deinen Sohn gesucht ja genau ich wurde jetzt aber auch aufgeklärt also Scratch ist wohl richtig geil das ist halt so super kinderfreundlich und dann guckst du auf YouTube was haben die Leute schon mit Scratch gemacht und oh boy die haben dann sofort Super Mario nachgebaut und du merkst halt keinen Unterschied also ist das so eine Pixelbaumaschine oder was also es erklärt so eigentlich ziemlich gut wie Programmieren funktioniert mit falls dies passiert das falls jenes passiert das und du kannst damit das wie du kennst ja Minecraft und in Minecraft waren ja die Leute mit den Redstone so geist gestört dass die Taschenrechner gebaut haben und so weiter und in die Richtung geht Scratch quasi auch also es ist halt super es wirkt halt sehr kindlich und sehr plump aber es hat halt mehr Potenzial als man denkt und aktuell versuche ich den Kindern so beizubringen dass sie alles über ich habe mir selber auch Schneiden und Photoshop alles über YouTube Tutorials beigebracht und deswegen machen die das auch und ist eigentlich ganz cool aber es bricht doch in meinem Brain so wie bitte nochmal Entschuldigung wenn das zum Reinkommen so nice ist ist doch perfekt für die Kids ja zum Reinkommen ist übel gut also die Leute haben auch nur das vorgeschlagen ich habe ja gar keine Ahnung von nichts und der Chat hat einfach meinen kompletten war komplett zerscratched quasi das war eine sehr 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 gute Empfehlung und es ist auch so ist quasi free und du kannst auch tausend Projekte dort suchen und dann sofort runterladen und sofort hast du es dann vor dir und kannst gucken wie er den Shit gebaut hat weißt du ah ok und das heißt du kannst dir auch quasi so Vorlagen holen und einfach selber weiter bauen theoretisch genau oder halt Sachen so reverse engineeren er wollte unbedingt so ein Fußballspiel machen und es ist also wir haben es nicht also ich bin ja eh dumm aber wir haben es nicht geschafft einen Spieler zu machen wo der Ball sag ich mal clean abprallt so mit so Billard Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel da weißt du halt wie schwer programmiert ist aber teilweise scheiße von den Physiksaussehen ja weil du musst halt übel weird denken du hast ja deinen Baustein äh nicht den Baustein du hast ja deinen Werkzeugkasten und dann musst du halt mit einem Schraubenzieher plötzlich anfangen keine Ahnung zu sägen weißt du es geht aber es tut halt weh so das ist total weird ausmacht Spaß wir haben jetzt im Channel einen Link ähm wenn ihr den als Browser-Source einfügen wollt dann sieht man immer wer gerade redet das eventuell ein bisschen mega nett von dir Bart gerne dafür bin ich da echt einfach nur dafür warte mal wie machen wir den ja ja also Bart du bist der Beste Bart wo hast du das hin oh da ist ne wo hast du es hingeschickt in dem Channel in dem wir sind oh mein Gott ja der ist aber lang gerne gerne der ist aber ja ganz schön krasser kannst du auch noch machen dass das rechts angezeigt wird du kannst doch einfach schieben kannst du mir das als Bitly schicken ach so kannst du es mir als Paypal-Donation schicken man kann ja mal fragen ob das nicht einfach geht so ja hast du recht mhm also ich ja es ist 18.01 ich würde euch jetzt gerne zerstören in TFT boah bitte nicht ja Juli ist gerade erst angekommen ja lass Juli erst mal ankommen habt ihr euch auch genauso gut wie ich vorbereitet also das Ding ist ich kann euch schon mal sagen wer Kaiser spielt hat ein Problem mit mir aber ich bin Kaiser dann haben wir wohl zwei Probleme hier oder dann haben wir schon drei Probleme also Therese ich hab Kaiser nicht einmal gespielt ich geh full country ich geh full country country road mach ich auch country road steck me home also ich hab nur Kaiser ich geh Vanguard mystic alles gut also ich lasse dann den Kaiser ich halt eh nicht so lange durch bis ich sie hab to be honest warte mal wo packt ihr jetzt euch das Discord Ding hin und das Overlay guck das in-game Maxim guck in-game bei in-game siehst du ja ja genau warte erst bis das dann schiebst sie einfach hin die wichtige Frage ist auch sind wir eine Lobby die miteinander redet oder gehen wir alle full try hard full mute so kann ja jeder machen wie er möchte ich würde gerne mit ihr reden ich rede mich mute ja je nachdem wie overwhelming ihr seid ich bin nicht so gut ich hab tatsächlich nur geschafft so drei vier comms zu üben und ich hatte das ist doch schon mal mehr als die meisten hier glaube ich tatsächlich ja ich bin ganz ehrlich ich glaube ich bin ich mental lost ich hatte vorhin ich glaube ich muss euch mal ganz kurz unterbrechen darf ich starten wir haben nämlich das gold ja klar mach go also spielt euch niemand re-roll kogma weil dann würde ich das spielen ok dann melde ich mich jetzt für volibear an ist das ok ja das ist das ist das ist doch keine diplomatie hier volibear spielt ich bin nicht tristada nee das ist das ich glaube es gibt doch dieses stop wo wir three costs kriegen ja und danach entscheiden wir ja jeder muss die spielen die er kriegt ja oder bist du wieder zum ersten vorabredet können wir das bitte in runde zwei machen das ist die erste unit die man bekommt muss man als maincarry spielen vielleicht mega stark da würde ich aber sofort letzter werden league of legends klar und reagiert nicht perfekt das tut mir aber leid dann bist du erste runde achter das ist ja in ordnung wenn du nicht mit uns spielen möchtest dann sagt das doch einfach ich bin einfach bronze in tft ei 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 ich glaube ich bin es geht jetzt los ich glaube größere teams es ist jetzt schon hier kann man mehr damage machen wir machen nicht lethal legends wir machen mehr damage na klar ey nein wirklich gas das ist crown tacticians crown ist doch geil lieber eine unit mehr doch doch ja ja machen wir das hier maxime kommt zu mir bitte danke fun leute wir haben alle ich dachte alle den gleichen tactical 16% warte wer ausgewählt wird darf seine com for free wählen außer auto kaiser gehört mir auf keinen fall vergiss es ich bin auch ganz ehrlich wer ist eigentlich kobuko das ist kein champion den wir kennen der ist noch komm noch noch nicht okay wir haben die lobby erwischt die am wenigsten erfahrung hat ich glaube die andere lobby ist komplett cracked ich glaube das ist doch gut dann für uns es gibt keine cracked lobby ich habe volibear und jone okay ich habe volibear und jone aus den boxen bekommen danke dass du es uns sagst ich möchte jetzt dass ihr diese champions nicht anfasst das funktioniert das aber nicht so ich stelle jetzt beide hin und wer den kampf überlebt den wähle ich das problem ist die werden beide überleben die werden beide überleben ich stelle sie vier runden lang hin als ob du mit jone und volibear startest das ist ja komplett krank aber er hat doch gecallt dass er volibear spielt war doch klar ich habe tatsächlich das waren die meisten also ich habe alle comms geübt wo zwei titans und ein bt reinkommen kannst du mir den jone schicken wenn das hier gehen würde wäre es so geil wieso spielen wir eigentlich einen double up ich habe auch gesagt double up wäre richtig geil irgendwann mal double up würde ich hart feiern same double up ist mein favorite modus macht unfassbar viel spaß ich muss leider doch aber ich muss nicht mit maxim spielen das ist nicht schlimm hola merkst du das wie sola dich grieft sola keine angst ich habe schon kock mal weg ist nicht schlimm der ist der einzig oder die kate habe ich auch schon rausgenommen das passt da ist genug für alle da hola nimm meinen platz vier ich will essen gehen ach so jetzt fällt sie mir den rücken jetzt fällt sie mir den rücken okay ne war schon fair ich meine die mf3 die da verbuggt war das war aber auch wirklich eine absolute frechheit das war ein skit-show tatsächlich wie bitte? hallo? hab ich mir das nochmal angeguckt da ich war gerade nett zu dir hm hm das hat jetzt Grim Harvest das ist Free Win mit links ne wie gut ist Haunted House? weiß das jemand von euch? ähm es ist nicht so gut weil ich ich spiele es deswegen du spielst Ghost Game deshalb ist es nicht so gut ja das ist das einzige wo jemand auf Stufe 3 schon also wo ich wo ich nicht so lange brauche bis ich die Carries habe verstehe ja weil ich bin nicht so gut im Durchhalten ich auch nicht also in-game meine ich ja in-game ich halt gar nicht durch okay also ich bin jetzt ich muss mich jetzt outen ich gehe jetzt full jone okay ihr dürft mich jetzt Newton Maxime das ist Level 3 was für jones das ist Wolibeer gecallt nein ich hab beide und jetzt hab ich sich Grim Harvest was soll denn das jetzt schon Grim Harvest ist halt I wanna wer viel also warum hast du hier so ein ja hallo ja das hab ich bekommen hier durch so einen nachfangen Yasuo töten am besten gar nicht oh nein ich hab vergessen Level 3 zu skill äh vor allen Dingen auch ne also Yasuo ist in dem Zelt einfach ein Tank ich hab das also als ich Yasuo gesehen habe auf den Mobalytics Seiten und sowas war ein Bild dabei dreimal Stoneplate ja und er steht vorne in der Mitte das ist doch er ist halt wirklich ein Tank so das ist interessant tatsächlich choose a component oh oh was ist das mhm mhm das ist nicht echt mhm mhm warte ich bekomme drei davon ja du bekommst drei davon oh nein ähm das ist ja echt hier halt wie drei von dem gleichen oh echt eine schwere Aufgabe to be honest das hab ich jetzt tatsächlich auch so nicht bedacht das hab ich jetzt tatsächlich mhm ah ja das ist jetzt scheiße dass Maxim das spielt ich weiß nicht was ich spielen soll ich hab jetzt einen zweiten Volibear bekommen das Spiel einfach das gleiche dann entscheide ich bitte einmal Maxim das ist gut wenn das gleiche spielt ich glaube ich spiele einfach Ione und Duelist halt auf deinem okay dann spiele ich Ghost League kann ich auch nicht spielen wegen Ione ich spiele Cockmall die Roll mir egal was ihr macht sag mal Holle hast du eigentlich Tränen wir können es auch weibes spielen du spielst Cockmall we roll oh das ist geil weil ich gucke auf Solas Board und freue mich wie übel es soll so Funions bekommen ist auch gemein ich hab 15 Mythics gekriegt am Anfang ach come on was soll ich machen ich hab auch nur Mayfights um Joker zu bekommen ja für Flame das ist wie wie scheiße okay da ist eigentlich Fortune so funktioniert das mit den Items eigentlich auch so dass man die aus dem Pool rausnimmt und wenn du jetzt alle Tränen nimmst dass ich keiner mehr bekommen kann oh das wäre so schlimm dann würde ich TFT nicht spielen das funktioniert nicht so na Torea ist wie ist die Luft da unten ich bin auch die Luft ist gleich die Luft ist gleich für uns beide die Luft ist gleich für uns beide da unten so Leute kannst du mir den ruhig schicken da überhaupt kein Roller mit mach ich den ja warte ich schick ihn dir pack den mal hat nicht geklappt irgendwie hat nicht geklappt wie nicht geklappt greifst du mich da weißt auch nicht ja das ist wirklich schlimm und wie geht's euch so gut geschlafen schönes Wochenende bis jetzt ja ich musste gestern mit Solak hasten das war wirklich ganz schlimm aber war richtig geil war richtig geil ich hab auch zwischenzeitlich reingeschaut die alle sich insgleichen gemacht er hat ein schönes Hemd an Maxim hat auch ein schönes T-Shirt an da stand Maxim drauf war das Merchhemd ach so verstehe das ist Maxim drauf weil ich meinen Namen vergesse das ist so schwer wenn man keine Ahnung hat was man spielen soll so Bart warum verliere ich Einheiten ich kann dir Kokma Rero empfehlen war das ist ziemlich gut das habe ich auch kurz überlegt ich habe Kokma Rero noch nie gespielt das ist schwierig also Kokma Rero ist richtig als muss ich nicht für Anfänger empfehlen pass auf wenn du merkst Kokma Rero ist contested dann switch einfach auf Mythic Combo und später spielst du Way oder wie der heißt und malst dir einfach Kokma auf 3 das ist stark ja das ist wirklich easy es funktioniert sogar sehr zuverlässig ich würde mich sehr über den Bogen oder die Arme freuen ich würde mich sehr über den Bogen und Arme freuen ich würde mich sehr darüber freuen wenn ihr einfach gar nichts nehmt das ist einfach leben lassen ich glaube so funktioniert das nicht das würde mal so eine große Box New World Pockets neben mir stehen die einfach Cornflex sind aber ich snack die so als wären es so Süßigkeit oh das kann ja hat sich lecker an so ich glaube ich spiele jetzt so viel wir machen das nochmal anders ich könnte jetzt halt aber auch nochmal umbauen ne mach mal ja so auf Senna kommen das ist aber was ganz exotisches Senna spielt Juli glaube ich ist das mein Problem? ja ihr könnt wir können es einfach beide spielen und dann wären wir beide let's stuff nicht gut ihr seid mir zu nett zueinander ne ich bleibe mal guck mal ich ärgere Sona ein bisschen Sona akzeptiert sein Fade Sona will einfach rausspielen hm hm ok Maxim ja ist das ne Runde wo ich jetzt mal gewinne endlich ich würde mich freuen wenn der Yone nicht so viel Schaden kriegt ach sieht gut aus für mich oh meine Kilo weiß ich nicht weiß ich auch noch nicht ich glaube du gewinnst aber ja ja halt auf die unangenehme Art und Weise ich weiß nicht ob ich mich jetzt an deiner Stelle freuen würde über den Sieg hä warum denn was war denn so unangenehm in diesem Sieg warum ist der ein Kogma 2 beim Piper rollen beim Piper rollen musst du jetzt schon all in gehen oh beleid toller also ich empfehle euch wenn ihr Kogma contested rollt jetzt alles rein jetzt sofort das klingt nämlich mega gut ihr müsst nicht warten bis das Gold da ist ja ja also immer gleich direkt rollen weil sonst nimmt euch der andere die Kogmas weg das würde gar keinen Sinn machen das würde gar keinen Sinn machen ich kauf auch noch ein paar zu sicher raus ich würde den Kogma jetzt zwar nicht mehr aber ich würde ihn einfach trotzdem auf der Bank behalten ja mach ruhig in Ordnung hast du noch ein paar Finanztipps für mich? hm ich glaube ich muss den Budi wäre verkaufen aber dann spielt jemand von euch ey Maxim wirklich ich weiß es immer noch nicht was willst du spielen? ja es ist einfach alles schrecklich es tut weh das ist nicht angenehm aber du hast wenigstens im Gegensatz zu Eis hast du wenigstens nur Senna 1 da freu ich mich sehr drauf das Ding ist nicht angenehm was hat Eis denn schon? Eis müssen wir rüberkommen also Eis ihr habt auch alle eine Senna? oh mein Gott ich möchte nicht mehr ja also ich hab mir so früh ein Ding gesegelt da dachte ich mir nehm ich mal also ich hab Senna noch nicht auf Stufe 7 gespielt und vielleicht hilft das ja auch wir können alle noch wechseln wir können alle noch wechseln wir können alle noch wechseln keiner wird wechseln er wird nicht gewechselt keiner wird es genau mein gezahlt er wird Rude Force ich kann nix anderes spielen oh ich hab einen Yon also ich brauch ihn nicht aber ich nehm ihn einfach mal hier hin weil wer weiß aber Heidi ich bin auf ne Bank ich muss jetzt noch zwei im Universe behalten es bricht sich noch mehr und Phil hat auch noch kein Game verloren Phil ich glaub wir matchen uns gleich ne? bei Riot Games läuft man da nicht Guck mal Phil ist auch so ein Yon Spieler ne er suche es das Entschuldigung hab ich's gesagt aber sind Brüder sehen gleich aus ok die Giant Belts haben mich auf jeden Fall sehr lieb in dem Game ja immerhin einer ne? wow ok ok du spielst was ich spiele da kann ich dich nicht so ganz lieb haben es tut mir leid aber du ne ich spiel gar nicht was du spielst du spielst was ich spiele ne ich hatte die voll früh aber dann habe ich nicht mehr bekommen weil du die bekommen hast das seh ich ganz anders also ich hab jetzt den einzelnen Kogmar darin stehen versteh ich das ist genug Kogmar für alle da naja glaub ich nicht tatsächlich genug Kog für alle Junge ich hab immer noch sagen wir kaufen jetzt einmal aus Prinzip alles was Eis kocht kannst du dich an diesen äh Clip von Summoners Inn noch erinnern Eis wo ich diese Kogmar Überleitung gemacht habe ja ich erinnere mich dem gibt's immer noch was hast du da gesagt? ja ach so naja wir werden halt jetzt sehr viele Kanäle gefährden da wurde Kogmar gepickt und ich glaube ähm ich glaube Eis und Sola haben gecastet und ich hab halt als Überleistung gesagt was Eis und Sola von einem guten Kog halten das sagen die euch jetzt und dann war das der offizielle Broadcast ja ähm das war glaube ich mein Highlight meiner gesamten Karriere oh ich hab's da geworden ja das ist schön wenn du das so zelebrieren kannst ich verliere sonst einmal im sorry kein Problem ich hab dich hey so leid das ist weiter auf mich dröhne hab ich dich ok ha we will see so ich glaube ich muss jetzt den armen kleinen ja ich hab mal so richtig geilen Spruch da auf der Straße gebracht und zwar hey ich bin Lulomain darf ich deinen Kog mal sehen oh mein Gott ja 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 ich hab's nie gut angekommen tatsächlich mhm ja ich hab mal gezeigt wegen Belästigung oder? ne zum Glück nicht hey als Mann vielleicht schon, weiß ich nicht mhm hey ich hab' mal guck'n ob du da jetzt noch spielst der Hase ist hier so du bist ein Schokoladenhase oder was ist das? ja guck mal hier ich kann mich duellieren mit dir hast du auch 103 HP? Ich glaube, der Maulwurf war doch der Beste, oder? Der zeigt doch so auf den Grab. Ich kenne nicht viel. So, Phil, dann went die Entscheidung. Ich kaufe mir noch so einen Kogma. So, Holla, du hast jetzt... Nee, immer nicht. Warte mal, du bist auf... Dann kragt das voll süß. Du hast nur einen Kogma. Ja, ich habe nur einen Kogma. Nur einen? Nur einen Kogma wäre ich... Das ist ja echt scheiße. Das ist wirklich... Sag mal, Holla, was ist eigentlich daraus geworden, nur Maxim zu contesten? Du musst Wohlibeeren. Die musst du kaufen. Nee, die habe ich jetzt verkauft. Ja, aber ich kann die Kogma nicht. Achso, dann die Jons. Entschuldigung, die Jons. Was ihr spielt, was ihr spielen wollt, damit ich irgendwie versuchen kann, mein Board zu rappen. Absolut gar nicht. Perfekt. Also, ich verliere gegen Kogma 1. Na, das ist schon... Geil! Ey, du hast nur Kogma 1. Du bist ja voll schlecht. Jetzt ist der Wohlibeer wieder da. Ich habe Kogma 2 tatsächlich gerade gated. Ich brauche auch nur noch einen. Das ist so bescheuert. Was? Für welche Kogma denn du Kogst? So, jetzt hier, ne? Bamm. Jetzt geht's los. Kogs braucht man immer. In meiner Liste sehe ich nicht mehr einen. Ist ein guter Kog, richtig? Ein guter Kog ist ein guter Kog. Grüße gehen raus an Riot Games, die es ganz organisiert haben. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für solche Leute einlegen. Ich bin jetzt von solche Leute einlegen. So, wieder eine Senna. Denkt an eure Eier, Leute. Also die TTC-Eier. Okay. In-game. Ich denke an meine Eier die ganze Zeit. In-game-Eier, bitte. In-game. Könnt ihr verlosen. Ja, ja. Good thing. Also Therese, was auch immer deine Taktik ist, äh, willst du nicht Volibear spielen? Nee. Ich bleib das hier mit den Zeilen. Olli, ich weiß, ich kann ja auch Senna spielen, aber ich sehe einfach den Giant Slayer und ich weiß ganz genau, was du spielen wirst. Ja, du siehst den, ich sehe auch deinen Giant Slayer. Ich habe nur gesagt, ich spiele kann. Äh, meinst du, ich habe gejokt vorhin? Ich sehe auch deinen Giant Slayer. Ich sehe deinen Kopf und ich sehe deinen Giant Slayer. Geil. Guck mal, ich kann mein Schwert flutschen. Aber ich bin Morgana. Ich glaube, du musst zum Optiker. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß bei TTC. Oh, weil ich das Item brauche. Ich habe mich dann alle so abgelenkt. Das ist die Taktik dahinter. Das ist die Taktik dahinter. Wieso ist ja kein Bogen? Ganz kurz, ganz kurz, guckt euch meinen Unterschied an unserer Lobby. Alle Leute sind am Reden, außer Phil, aber in der anderen sind alle voll. Alle geblutet. Ja, ich werde eh Letzte. Da kann ich wenigstens noch irgendwie lachen mit euch. Und weinen. Ich hasse Lachen. Ja, ich finde Lachen auch richtig scheiße. Das ist so ein Karussell, by the way. Das sind einfach 85 Armoreddinger, ey. Ja, vor allem sind die alle übrig geblieben. Keiner wollte sie. Ja, alle schütteln. Ja, die brauchen Damage. Aber immerhin habe ich einen Woli-Bär, äh, einen Woli-Bär, sage ich schon. Und einen Time-Catch bekommen. Oh, ich habe einen Woli-Bär in der Auswahl. Ja, die habe ich getickt. Lunge dich auf Chogart. Was wird das hier jetzt eigentlich bei dir, Maxime? Also, ich brauche Bögen. Na, das ist, das wäre schön. Das ist einfach in die Hunden drin, weil ich nichts anderes habe, Pierce. Oh Gott. Würde ich sagen, die blaue Rüstung ist gut für Chogart statt Breml? Pff. Hm. Breml ist schon OP, oder? Also, ich bin großer Fan von Gargoyles. Vor allem, imagine, da sind nur Rüstungen. Jetzt, stell dir vor, du hättest es zum Anfang, in diesem, du kriegst halt nur Kopien, einfach nur eine Rüstung genommen. Dann hättest du jetzt fünf oder sechs Rüstungen. Ey, wer ist so... Aber ich wusste es nicht, dass es drei Stück sind, ey. Ich dachte, ich gucke mit dem Blu-Würfels, go. Also, Holla, das muss nicht. Mach mal entspannt. Wait, Bart, du hast auch Kopien? Mach mal entspannt? Ja, das ist ja auch nicht, was du gemacht hast. Ich habe auch hier... Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Mach du entspannt! Okay. Release doch mal! Das tut mir leid. Ich dachte, das würde anders ausgehen. Wow. War fest davon überzeugt. Ich bin der Letzte. Oh, what? Sechs Radiant-Eisen. What the fuck? Nicht lang. Was ist das? Das ist ja die übelste Psyche. Okay. Okay, den habe ich noch nie gesehen. Das habt ihr noch nie gesehen. Das krieg ich viel zu häufig. Und ich finde es ganz doof. Hab ich noch nicht ein einziges Mal gesehen. Was? Ich habe das, glaube ich, allein heute zweimal gehabt. Ich weiß noch, also, wie soll ich das verteilen? Was ist mit denen? Ja, genau. Da ist es immer eine Runde. Ich glaube, da nächste Runde wieder weg. Ach, Mann, ey. Das ist ein ganz kurzes Ding, du. Ja, aber das kann mir meine Winstreak versauen, I guess. Nee, das musst du deine Winstreak versauen. So, Lem. Okay, okay, ja. Ich dachte, wir sind ein Team. Ich dachte, du willst... Nee, wir sind doch ernst, Feinde. Nein, nein, ich dachte, du bist lieb zu mir. Dann muss ich sagen, ich will Senna weiter. Du kannst Kaiser kaufen. Aber das merke ich mir jetzt. Du hast doch schon den Giant Slayer drauf gehabt. Was soll ich denn da noch lieb sein? Ja, ich habe jetzt sogar zwei Giant Slayer drauf. Nö. Ja, mach ruhig noch einen dritten drauf. Mein Cock ballert jetzt. Oh, Maxine, du musst auch Schaden machen, ne? Boah, ich habe nur Radiant Tankiness bekommen. Für Level 1 Unit. 2-1 Juni. Oh, das war... Sula, das ist doch klar, das passiert mir ja immer. Das war eigentlich ganz geil. Ja, ein bisschen entspannen könntest du dich schon. Es muss nicht ganz so feste sein, sag ich dir. Okay. Äh, Entschuldigung? Ja, ist das jetzt so eine Art Dirty Talk? Nee. Sula tritt mir ja ordentlich ins Gesicht. Ich mag das nicht so. Oh mein Gott, ich hitte einfach mit 1% die Xaya? Okay. Okay. Ich glaube, ich werde die Runde gewinnen. Ich call das jetzt einfach mal. Ah, warum so Cocky? Hast du Cock Maw? Der hat einen Cock Maw. Warum so Cocky? Komm, gar keine Units hier. Ach, Mann. Oh, ihr seht den auch, den muss ich verkaufen. Soll ich ihn geht. Ja, das geht mir ähnlich. So, also ich gehe jetzt gleich Level 7 und dann fängt das Spiel an. Ey, ich bin noch Level 5 auf dem Team, übertreiben wir nicht. Du wirst noch sehr lange Level 5 haben. Die Items waren richtig scheiße. Mhm. Wie baut man nochmal Ionic Spark? Sachen und Dinge. Würdest du gerne wissen, oder? Ja, würde ich gerne wissen. Tatsächlich. Ich bin kurz davor, auf Voli-Bär umzustellen. Ich weiß leider auch nichts. Ich dachte, ihr seid hier, um mir zu helfen. Ich bin... Ja, wir gehen mal... Die Items sind ja verschwunden. Ach, das war nur für eine Runde. Ach so. Ja, ja. Boah, überleg mal, du behältst die ganze Zeit. Ja, schon lustig. Das war der RNG-Faktor mit 6 Radiant-Items, die du zufällig bekommen. Der würde Maxim bestimmt schmecken. Also, ich habe 49 Wuli-Bärs jetzt geditcht. Juni, Maxim, was spielst du jetzt? Also, ich spiel jetzt... Das sieht bei mir einfach... Also, es sieht für mich aus, als ob es so eine Mischung aus Arcanist, Fated, Druid... Oh mein Gott, bin ich an der Runde? Oh mein Gott, bin ich an der Runde? Nein, es gibt wirklich viele, die ich gerne gespielt hätte, aber du bist es nicht. Also, ich fade wirklich gleich. Ich spiel jetzt full Lifestyle-Ione. Was ist mit deinem Ione eigentlich kaputt? Okay, dann schieß es hier rum. Okay. Der hört mich gar nicht, der befreut mich hat. Vor allem, dass der Ione immer noch eins ist, ne? Das stört mich am allermeisten. Ja, ich glaube, der schwitzt richtig rein. Also, dafür, dass der Stufe 1 ist, muss der gar nicht schlecht work, du. Ey, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt 700 Tristanas und Wuli-Bärs berollt. Was sind denn Blacksmith-Gloves? Das sind Artefakt-Items von Ohren. Oh, das wäre noch... Ah, actually... Okay, okay, okay. So. Okay, okay. Also, Maxim, ich habe ein Set gehittet. Ich würde dich jetzt vor die Wahl stellen, Umbrill einfach zu dodgen und mir die Kombu zu überlassen. Umbrill habe ich da nicht so viel drin. Naja, du hast halt schon... Ich rolle halt nur Vorkost und nur Tristanas. Ich heule gleich. Okay. Oh, Jesus. Okay, jetzt ist Ione auf 2. So. Ich bin auf 2. I guess. Das wird die Kombo. So, wer ist das? Oh, Bart. Oder so. Wundertschönen. Hi, Juli. Hallo. Hallo, Zola. Was geht? Moin. Oh, ich habe ein DC, glaube ich. Ja, wieso bist du schon... Nein, nein, kein DC haben. Juli, hör auf. Ich komme wieder rein, alles gut. Warte, Eis, Eis, what the fuck hast du gemacht? Du hast ja auch, Sienna. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich kann... Ich kann jetzt über das spielen. Gut, ich auch. Perfekt. Das tut mir gar nicht. Nicht so gut. Juli, du bist auf 100 AP. Du hast so lachen gefehlt. Was ist das? Die Zeit war sehr zufrieden. Hä? Was machst du? Ich kriege einfach das Augment mit. Meine nächste vier Star-June, die ich kaufe, ist sofort auf Level 2. Was sind das für Augments? Aber warum hast du 100 AP und schon Level 8? Was hast du gemacht? Oh, Fyron, was ist das denn? Was ist denn alles für ein Level hier? Oh, das ist schön. Ach, das ist nicht schön. Ich weiß sie nicht. Das ist toll. Ich finde das auch schön. Doch, das ist tatsächlich ganz okay. Ja, alte Mais. Hoffe ich. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ach, ich muss den Vollidioten rausholen. Ich bin ja übel. Hilfe. Ich bin so lost in Speed. Hat schon jemand Kaisa? Hast du schon eine Kaisa? Äh, nee. Nee. Ah ja, aber gleich meinst du? Ich hoffe, es ist ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Warum hast du denn du Cain? Also willst du die Ghostly-Dings da spielen? Du willst Ghostly spielen, ja genau. Ich will kein Ghostly spielen, ich verkauf den, aber da sind jetzt die Reroads. Das heißt, wenn der Kaisa, ich poke gerade ein bisschen darauf, dass der Cain vielleicht gleich Stufe 2 Kaisa wird. Oh, jejeje. Und dann kaufst du es noch gerade noch Stufe 2 Kaisers, ich verstehe das ja. Das ist ein Full-Life-Style-Jona. Was ist dein Will-Hall los, Alter? Das ist ein Healing-Orb. Die Jona muss jetzt alles tun, was ich nicht kann. Ich roll nicht mal lang durch. Uiuiui. Hey, die Kaisa schmissen. Soll auch ganz sexy aus bei dir. Ja, du, das schätzt erstmal nicht. Nee, aah. Du schätzt das mal nicht. Aua. Ich bin gleich Letzte. Ich würde da gerne, gerne raus. Ist eine Kaisers, any Kaisers? Nee, da muss ich dich enttäuschen. Keine Kaisers. Das ist sehr schade. Da hätte ich mich gefreut. Ich würde mich für die AP opfern, okay? Nee, mach mal nicht. Nett, aber da würde ich die auch. Also da opfer ich mich vor dir für. Das ist wirklich so frech von euch allen. Das war ein Joke. Ich wollte die Träne. Das sagst du nicht mal gefühlt ganz oben. Das war ein Joke. Ich wollte Amor. Das ist alles scheiße. Ich denke, Sunfire Kindred ist doch voll gut, oder? Die springen doch viel rein. Das ist ein Joke. Ich wollte eigentlich die Träne. Ich habe eine Kaisers gehittert gerade. Ich habe eine Kain gehittert. Ich liebe mein Leben. Okay, das hier. Jetzt geht es los. Ich habe so drei leuchtende Dinge auf meiner Bench. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Pandoras-Junge. Du, da sofort Units rein. Ich habe keinen Pandoras gemacht. Ich habe keinen Pandoras. Nee, das ist für ein paar Runden. Also das ist jetzt vier Runden lang, dass das automatisch ist, weil dieser Darius quasi auf dem Feld gespawnt ist. Oh, ist der Kacke. Und was ist mit Runden und Darius? Was ist mit dir los? Das ist übelgut. Also das ist jetzt eine Kaisers 2, Therese. Ja, ja, ja. Die ist gerade so gespawnt quasi. Was ich mal gewinnt, bitte. Ich weiß es nicht, ey. Ja, es wird schwierig. Ich brauche gerade so meine Komponisten schlagen. Ja, ist sie das? Meine Kombos. Ich brauche diesen Binnen wirklich sehr. Ich bin am Rande meiner Existenz gerade. Oh Gott, Juni. Nein, nein. Ich weiß es auch nicht, Holla. Ich wünschte es wenig, Holla. Sehr gut, Juli. Nee, ihr müsst jetzt unten rausfliegen, weil das ist jetzt wirklich wichtig. Ja, Therese hat leider ein bisschen zu viel Kaisers. Aber jetzt habe ich meine Komponisten zusammen. Vielleicht wird das jetzt. Das sind nicht so viele. Das ist genau die richtige Anzahl an Kaisers, die ich hier habe. Möchte ich noch mal kurz gesagt haben. Das ist zu viel. Werden hier wilde Sachen unterstellt. Too much. Könnte jemand kurz bei mir gucken? Werden die immer random ausgetauscht oder mit dem gleichen... Mit dem gleichen Goldringer, ja. Ah, okay, okay. Aha. Oh. Mhm. Yep, in der Tat. Okay, gut. So, also ich würde mich für den vierten Platz anliegen. Oh nein, weiß ich nicht. Ob ich das... Ich glaube, das war es jetzt mit mir. Kommt schon, Senna. Mach Work. Kommt schon, Shen. Mach Work. Oh, also Dennis Antlein ist gut, Bifi. Junge, Phil, was machst du denn schon wieder? Ja, Phil ist richtig so an, ne? Ja, Phil ist ein richtiger Treyhardt. Er ist voll mutier. Der spielt Kaiser, der dreckige. Ja, ja, ja. Der ist stark. Ja, weiß ich nicht. Die Yone ist noch nicht stark genug. Wie so müde. Oh, ich doch. Schwierig. Okay. Ist jetzt halt so langsam der Winkel zu changen. Mhm. So langsam. Uiuiui. Hier ist der Winkel komplett rumzurollen, glaube ich. Jetzt will ich einfach die Yone verkaufen. Jetzt wird es langsam... Ja, verkaufen wir die Yones, ey. Oh, Dreef, läuft bei dir. Wie lachst du denn? Ja, ich hab gerade. Imagine. Ja, du bist halt... Du spielst auch Yone, deswegen finde ich den nicht. Ja, das Problem ist, ich will nicht Yone spielen, aber ich finde halt keine anderen Sachen, die ich irgendwie spielen kann. Ich will Cyril, ja. Nice, sehr schön. Wie lange haben wir denn eigentlich diese Verwandlungsbretter? Wenn du oben links raufblickst, dann siehst du das. Warte. Oh, eine Runde noch. Okay. Thank you. Sollte bald durch sein. Okay, soll ich mal runterrollen, oder wie machen wir es? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Boah. Okay, Therese, Kaiser 2, also, oder? Da müssen wir noch ein erstes Wort zu reden. Ja, ja, hast du mein Udi 2 eigentlich schon gesehen? Oh, der hat den jetzt noch nicht so einen Rundern-Tien. Der sieht auch ganz nett aus. Glaube ich nicht mehr. Der ist super sympathisch, mag ich den. Den mag ich den. Der ist ein netter. Aber meine Kaiser wird gar nicht so stark. Ich glaube an dich, du schaffst das schon. Kannst du deinen Yone bitte einfach ganz kurz aufhören, was du, Maxim? Einfach, bitte, also, ich weiß, ich will nicht mehr. Bart, du musst jetzt, du musst wirklich raus jetzt. Ich lass es, ich lass es. Ich verkaufe jetzt Yone, ja, nur für dich. Boah, das wäre wirklich so gut. Oder will ich ihn auch umrecht den Kiel. Ich wünsche nur eine Achtel, Bart. Da hast du keine Chance mehr drauf. Warum haben die sich hier jetzt nochmal getauscht, die dreckigen? Anvil or Gold? So. Also Anvil heißt, ich bekomme irgendwie so eine Rolle zugeteilt, ne? Also hier diesen Amboss da. Ja. Ey, ich fasse es so wirklich aus. Diese Eichern sind so kacke. Garobage? Garobage. 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 Ich brauche da nix. Ich kriege nur Wolibeers. Natürlich. Hast du schon verkauft? Wirklich wack? Äh, ja, klar. Du wirst bei deinem Leben? Ja. Draus. Genauso wie die Anzeige. Boah, jetzt kommen sie. So. Okay. Ich werde auch's Maul kriegen für ne Runde. Ich werde... Ja, ich auch. Jo, ich auch. Oha, wie stark bist du, Therese? Das ist ja ganz schön unfair. Ach, dein Mute ist so... Das war jetzt ein bisschen sehr eindeutig. Einiges. Nein. Juli. Viel Spaß, Therese. Du kriegst jetzt alle meine Sachen. Ich muss noch eine Runde gegen Maxim gewinnen, dann passt das. Viel Erfolg für uns. Ja, viel Erfolg. Ja, danke. Uns, ja. Aber ich auch... Ich brauche die Tiere von deinem Sieg. Ja, ja. Die Frage ist ja, Therese, gehst du doch auf 10? Nein, ich hab die Jode überrollt. Du bist 8. Nee, du bist 8 und hast eh kein Gold. Du gehst nicht auf 10. Ich hab 33 Gold. Und ich habe... Also ich könnte tatsächlich, wenn ich Sachen verkaufen würde, schon auf 9 sein. Ich überlege halt, ob ich auf 10 gehe. Aber bringt mir das irgendwas? Weiß ich, nein. Auf 10? Das ist ja ganz schön frech, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ganz schön useless, ne? Jetzt kommt hier erstmal Autofill wieder. Ah, du hast die Galios! Und die Kaisers! Und die Atox-e! Oh no. Und die Silvia! Und du hast die Xalia! Auch ziemlich stark, irgendwie. Okay, mein Jona hat für eine Sekunde die Kaiser 2 überlebt. Das wäre Dure gewesen. Du bist so tanky! Tschüss! Entschuldigung. Aber ich hab zu spät gechanged. Ach, der war gut. Nehme ich, nehm ich Phil, nehm ich. Oha, dein Finish? So, danke Bart. Hey, gerne, Maxime. Für dich alles, ne? Ich hab den Jona 3 gehittet, aber der Preis war... Also ich hab in meinem Leben noch nie so viel Woli-Bärs gesehen. Okay, Phil, jetzt werde ich langsam sauer. Phil. Ach, fuck. Oh mein Gott, ich bin bescheuert. So, was spielt Sola? So denn, Ice, du brauchst die eh nicht. Aber ich muss an der Stelle einmal ganz klar sagen, es ist sowas von anders, dieses Game zu spielen, wenn alle Leute sagen, was sie spielen. Hä, ist so funny. Ich wollte nur mit offenen Karten spielen. Also, ne, das contestet ja auch. Ab dem Moment, wo du versuchst, irgendwie zu verstehen, was die anderen Leute machen und so, ist halt einfach over. Ice, brauchst du noch Galius oder kann ich meine verkaufen? Warte mal, es gibt dreimal Kaiser 2? Ja, da schäme ich mich gar nicht, muss ich sagen. Aber Kaiser 2 ist immer noch besser als Lennart 3, ne? Wir haben echt dreimal Kaiser 2 hier. Das ist halt mehr Kaiser in dem Game als Kogma. Das ist schon so. Ey, nächst du ruhig, ich bin ja auch Kai-Slaver. Wir spielen ja auch alle Kaiser nächste Woche. Ich hatte ja sogar einige, die sogar spielen können. Oh, Sola, ich hab gegen dich drei Mal. Oh, Udi gegen Udi, let's go. Ja, jetzt geht's los. Okay, welcher? Mein Udi zuerst, sehr gut. Ja, meiner ist ein bisschen doof. Oh Gott, ich verliere. Nein, ich hab schlecht aufgestellt, ne? Ja, dein Udi ist halt einfach dumm. Ja, mein Udi ist auf jeden Fall ein bisschen lost. Alter, der hat auch ohne Lungen. Oh Gott, du trittst mich so heftig. Aui. Das ist tatsächlich auch gar nicht Malphite. Das ist Kalio. Sieht aber gleich aus alles. Ach, scheiße, aber ich sterb gegen SZA und gegen Ice. Das ist doof. Ja, Ice gewinnt ist halt easy. Das, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Aber, Alter, du gewinnst ja so hart. Holy shit. Na, 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 na. Du spielst auch Kaiser. Das ist so krass. Also, dass die alle getroffen haben, das ist... Er hatte Ice nicht letztes Set irgendwie flawless Turniersieg oder so? Nein, oh Gott, ist weh. Oh Gott, wo warst du denn im letzten Set? War das Kani? Ja, Kani ist hier der andere... Aber du warst genauso krass, Glauben. Nein, nein, nein. Ice muss jetzt auch mal Caster werden hier. Warte, warte, warte. Doch, warum sag ich eigentlich nein? Ja, trag die Message hinaus, Holla. Trag die Message hinaus. Willst du casten, oder was? Nee, sie wird ja mehr gegrieft dadurch. Das sieht nicht gut aus gegen Therese. Was macht eigentlich Asier, Sola? Weiß nicht. Sieht ehrlich gesagt schon gut aus, oder? Macht der nicht irgendwelche Bäume? Oh mein Gott, das sieht wirklich... Sieht voll gut aus. Sag mal, ja, ich muss anders aufstellen, aber ich bin zu langsam für sowas. Ich kann das aber nicht. Aber jetzt spiel ich gegen Ice, ne? Ganz kurze Frage. Wer von euch hat wirklich Ahnung von dem Set? Nein. Nein? Ich hab mir tatsächlich das Coaching, das Holla hatte, zusammen mit, also unter anderem Holla, mit Solo-Gesang. Das hab ich mir angeguckt. Also hier kann das Balancing-Team sich noch was abschauen. Die Top 3 sind drei Kaisers. Ja, da ist was dran. Ich würde halt sehr gerne wissen, ob Bart immer noch Weibel ist, weil dann gehe ich einfach fürs Meme und spiele jede Runde Bart. Also ich spiele Bart ab und zu meiner Kombo, der ist not that bad. Man kann Bart sogar als Carry spielen mit Rage Bait. Also Janna Carry und Bart Carry sind nicht so bad. Okay, Ice. Nicht so bad. Die drei haben aber auch einen Aatrox, also vielleicht liegt es halt auch am Aatrox. Ja, zwei Kostunits natürlich sehr krass. Haben wir nicht auch alle einen Shen? Ich hab jetzt nicht so genau geguckt. Also mir ist halt auch ein Faktor, ne? Ich sag's bloß. Ja, den hab ich auch nicht. Die haben auch alle einen Timo, ne? Das ist auch ehrlich. Naja, ich hab aber auch hier wieder Pech tatsächlich. Glücksspiel. Man kennt's. Ich muss sagen, ich finde Therese bei Far am besten. Therese spielt Kaiser 2 ohne Trickshot und ohne Inge-Shadow. Ja, das ist halt mit Ghostly. Ghostly ist halt auch noch bad. Ghostly ist auch noch ein Ding, ja. Ghostly macht einfach Schaden für jeden, ne? Ja. Oh nein. 10% gegen Ice, das sieht gar nicht gut aus. Ich hab eher nur bloß 2 Stufe 2,5er Units bekommen. Ich hab das safe mehr. 2 Stufe 5? Oh Mann, oh mähda. Oh Gott, ich verliere gegen den Shadow. Ich darf nicht gegen deinen Shadow verlieren. Ich verliere gegen den Shadow. Der Milch-Team war es aber ziemlich close, muss ich sagen. Phil, Phil, wie hast du das? Oh, das war ein Shadow-Kill, ne? Ich bin weiter, hä? Ja, wo kommt das denn her? Ich hab den Shadow, ich hab den Shadow, also den hab ich getankt. Hast du gegen Ice-Shadow gespielt? Ne, gegen Phil, glaube ich. Ich kann ja sagen, sie hat gegen den Kaiser gespielt. Es stimmt. Ja, GG, alles GG. Nächste Runde Kaiser verboten. Also ich bin dafür tatsächlich. Nee, also man kann ja Kaiser spielen, aber bitte nicht. Alle sollen die auf 2 haben. Ja, aber das war... Na, sieh's dran, ja. Ich fände es auch am besten, wenn nur ich die auf 2 hab. Ich muss aber noch dazu sagen, Maxim, das lag halt hart daran, dass wir halt diesen Darius bekommen haben, der halt einfach diesen Bank-Reroller gegeben hat. Ja, 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 ohne das hätte ich noch nicht gehabt. Ich glaub, jetzt einmal Kaiser ist raus, reicht mir. Ey, ich weiß noch, wo wir das erste Mal DFC gespielt haben. Ich auch. Da hat Zola Katharina 3 geforscht jedes Mal. Ja, ja, ja. Und ich hab angefangen Katharina wegzukaufen, nur deswegen. Und er hat trotzdem damit gewonnen. Stimmt! Und er hat trotzdem Katha 3 gewonnen. Er hat trotzdem damit gewonnen. Ich find's auch, wenn wir uns nicht rausbringen, ohne Katha, was ist das? Ich muss einmal kurz meinen League of Legends neu schaden. Same. Na klärchen. Na klärchen. Also, ich weiß nicht was. Bitte, bitte, jetzt nix Falsches zu sagen, der Client ist super. Mhm. Der Client ist wirklich einer der besten. Mir hat's grad komplettes OBS weggefreezt. Oh. Der Client halt anfängt, seine Griffel nach links und rechts auszustrecken, wenn er noch andere Programme quasi mit reinzieht in die Mitleidenschaft. Ja. Das ist eigentlich jedes Mal, wenn die die OBS stehen im Exil ist, kommen sie da los. Da kommt eigentlich dieses Vanguard-Ding raus. Wisst ihr das? Ich hatte gestern einen Bug. Jedes Mal, wenn ich League geschlossen habe, hat es wirklich instant wieder geöffnet. Mhm. Der selbst der Rechner ist süchtig. Ja. Es war das Grausamste und fürchterlichste, was ich je erlebt habe. Du willst einfach aufhören, aber du darfst nicht. Und du hast die ganze Zeit Boom-Match-Found, weißt du? Du machst halt einfach den Kleinen zu und dann kommt instant der Ladebalken und er ist sofort wieder da. Also nicht mal, dass er lange lädt oder so, sondern einfach Ladebalken und er ist sofort wieder da. So ist Riot Games. Einfach. Fand ich ganz toll den Bug. Vor allen Dingen, ich habe den ja mit hier Tastmanager geschlossen und er hat sich jetzt immer wieder geöffnet. Das war schon sehr scary. Das glaube ich. Ja, ey. Jedes Mal, wenn ein Match rum ist und ich in diese Übersicht komme, freestream mein OBS und auf einmal ist die Auflösung des Bildschirms eine komplett andere. Die Auflösung? Ja. Als würde ich 4 zu 3 in 160p spielen. Ist doch gut. Da hast du ja Übersicht. Aber Stretch dann auch, bitte. Ja, ist auch Stretch. Kurze Toilettenpause. Für Holla als TFT war ein Shooter. Das klingt so ein bisschen nach einem Game von 1990, was man versucht heute auf einem Rechner zum Laufen zu bringen. Mal größere Hitboxen. Was ist deine Lieblingskompetenz TFT? Das 2? Also ich spiele mal AWP. Ja. Also AWP haben die letzten 3, die jetzt Erster und Dritter geworden sind, die haben AWP. So. Und jetzt bist du aber wieder da, ne? Ich entweide dich mal. Yes. Oh, da ist ein Strichcode. Das bin ich. Ich gehe auch ganz kurz nochmal aufs Klo. So. Da schließe ich mich an, auch gleich wieder da. Ich bleibe hier und labere euch zu. Ich gehe erst dann aufs Klo, wenn beide wieder da sind. Ah. Smart. Oder du gehst erst in-game aufs Klo. Das kann ich auch machen. Ja. Erst nachdem ich diesmal nicht June spiele, sondern die Church of Holy Bear wieder betrete. Kogmar war ja richtig beschissen. Ich weiß. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, du warst mit Kogmar scheiße. Weil ich glaube, ich habe ja auch vier Boards Kogmar gespielt. Das ist fun. Nee, warte mal. Ihr müsst ja die zweite Satze noch hören. Das haben wir tatsächlich. Jeder hat Kogmar gespielt bis Stage 3, 2. Ja. Überrasch. Ja, weil ich keine Sünder angebekommen habe. Und nix. Dann muss ich ja Kogmar spielen. Ach so. Also Kogmar ist nur ein Filler, dann für Kaiser später. Okay. Ja, Kogmar, Senna, Kaiser. Das ist der Plan. Stimmt. Sie ist auch Sniper, ne? Ist sie Sniper? Ja, Mann. Nee, warte mal. Ja doch, sie ist Sniper. Kaiser? Nee, sie ist Inkbound. Nee, Kaiser nicht, aber Sinna. Genau. Aber du kannst ja einfach die Items quasi geben. Also Itemträger sind in den Games übersichtlich. Right. Hier sie ist. Ja. Da bin ich wieder. Welcome back. Ah. So. Wie. Sag mal, hast du dir ein Coaching geholt? Für TFT? Ich war in dem TFT-Boxbox-Bootcamp, weswegen ich halt ein bisschen TFT ganz am Anfang der von der Season oder vom Set gespielt habe. Aber das Set ist jetzt ein ganz anderes als am Anfang. Du hast tatsächlich den Stil gespielt, den ich gestern auch vermittelt bekommen habe. Ja, der Bartes kommt halt raus. Eine andere Variante. Okay. Also ich habe nichts davon extra gemacht. Okay, okay, okay. Der Ring ist zu klein, um mir neue Sachen auszudenken. Ich versuche einfach irgendwas von der Solo-Gesangliste zu spielen. Hallo, hallo. Sind alle wieder da? Welcome back. Hallo. Ja, ja. Du hast dich gewartet. Nee, ich höre ihn, er redet gerade. Also. Okay, dann würde ich starten, okay? Aber er hat nicht mit uns. Also, du siehst ja auch, ob alle annehmen oder nicht, ne? Ja, das ist ein Ding. Tatsächlich. Ich wollte nur netzern und trotzdem vorfragen. Ich spiele jetzt Senna Kaiser, ne? Ich spiele Kaiser auch. Ich spiele das gleiche wie beim letzten Mal, weil ich nichts anderes kann. Guck mal, Shotgun. Ich gehe jetzt, ich gehe duschen tatsächlich. Wir sehen, was wir machen. Da ist es. Ich würde mal Yonen eine Chance geben. Toll. Ich würde mal Yonen eine Chance geben. Oh ja, Liefen Legends wieder. Komm. Nein, halt. Doch, kein Mal. Nein, halt. Dann hat er den Satz aber nicht mehr. Scuttle-Puddle all the way. Scheiß auf die Craps. Keine Marken. Ey, Haley, die sind noch schneller. Okay, Phil. Einer von uns beiden. Komm schon. Wenn du jetzt gewinnen, dann bin ich sauer. Ingame läuft einfach Crud-Rave. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Okay, hier. Komm. Wenn ich Scuttle-Puddle nimmt, ist der Blut. Ja. Wirklich. Aber ich verstehe schon, dass als Jungle mal so einen kleinen Hass hat. Phil, 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 Phil. Phil, Phil, Phil. Ich habe vermittelt bekommen, dass man immer das mit am wenigsten RNG nehmen soll. Wer hat dir das gesagt? Das ist super viel. Ich würde gerne wissen, wer solche Lügen verbreitet. Ich habe auch einen Kogma. Ich habe auch einen Kogma. Ich habe auch einen Kogma. Ich würde dann Reroll-Kogma spielen. Ich habe auch einen Kogma-Kogma-Kogma. Warum nicht? Nee, lass ihn mal den Kogma. Ich muss ihn aufs Feld setzen. Ich habe ihn noch nie gelernt. Lass ihn einfach liegen. Lass ihn einfach liegen. Wir müssen den Kogma nicht können, um sie zu spielen. Verkauf ihn. Kogma ist zu gefährlich. Ja, ich habe Kogma gleich auf zwei. Das gehört dann mir, ne? Alle blauen Champions sind extra. Alter, das sind aber echt viele Kogmas auf der Spielwelt. Oh, what the fuck. Ey, wollen wir nicht so einfach machen? Jeder sagt eine Farbe und er darf bloß Champions spielen, wo die Farbe mit drin ist. Ich nehme blau. Regenbogen. Ich nehme blau. Ich nehme schwarz. Okay. Ist schwarz eine Farbe? Nee. Ja, je nachdem. So, je nachdem ob das Licht an ist. Okay, perfekt. Optimaler Start. Ja, bei mir läuft es gar nicht gut. Doch, ist sick. Ich habe jetzt schon Kogma zwei. Oh, thank God, hast du. Nein, habe ich nicht. Keine Sorge, ich bin nicht Kogma, ich contest nicht. Was kann man mit Rage Vage spielen? Ist es egal, ob man Yono oder... So gut wie alles. Also, ich kann dir... Legit, ich kann dir die Janna-Kombo empfehlen. Also, es gibt so eine Janna-Kombo, wo du halt richtig beefy Frontline spielst und du bist quasi untillable. Und Oliver. Was sagst du? Ich glaube dir nicht. Ich bin nicht fertig. Ich habe 3er Storyweavers. Habe ich in meinem Coaching gestern gelernt. Wer hat dich denn gekauft gestern? Ich habe auch Storyweavers. Ich schwöre auf Kogma. Lol. Ich habe jetzt hier die Janna mit Dragon Strike. Also, was musst du mit dir spielen? Kannst du mir die erklären? Oh, das ist eine schwierige Wahl. Oh mein Gott, ich habe so viele Storyweaver. Ja, Storyweaver ist auch richtig geil zum Anfang. Oh, Porzellan Crest. Damit kann man auch gewinnen, oder? Porzellan habe ich noch nie gesehen. Porzellan ist mega kacke, oder? Ich wurde damit übelst geohnt, wenn es auf 6 kommt. Dann ist es vorbei. Maxim, spielst du wieder Yon? Nee. Nee? Ja, ich spiele nur Voli. Ja, komm. Okay, stark. Mal versuchen, was anderes zu spielen. Ja, ich spiele was anderes. Ja. Ich bin aber jetzt noch nicht so ganz bereit dafür. Ich bin mir noch nicht, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe auf der Bank schon das, was ich brauche. Ich habe auch ausgesprochen, irgendwie Kogma 2. Das ist kein Kogma, Holla? Das ist kein Kogma? Nee, ich spiele Senna. Ich spiele auch Senna. Also neben ihm liegt er halt schon, ne? Mit einer Klingel. Geiße. Oh, stimmt. Aber warum hast du noch nicht vergeben? Weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Auf wen. Ach so, warte. Nee, doch. Auf Senna. Lol. Ich bin dumm. Ist okay. Sehr viele Sätze hintereinander. Ich bin verwirrt. Ja. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Es ist alles so neu für mich. Das ist nicht schlimm. Hilfe. Wir warten noch nicht zu meiner Frontline leider. Ich verstehe das. Ich habe auch gar nichts. Ich habe Kogma gerade verkauft. Du willst den ja, oder? Glaube ich. Ich will den jetzt korrekt. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich glaube mehrere, oder? Oder spielst du denn jetzt nur du? Juli. Oh, wer ist denn? Stufe 5. Bruders. Ich weiß, ich habe auch keinen Bock nur einen AP abzugeben gerade. Weil ich gemerkt habe, wie wichtig die tatsächlich in dem Spiel sind. Deswegen ja. Guck mal, ich mache noch folgendes. So. Ach, da hat nicht mal die Kälte in Old gereicht. Ja, ist ja perfekt. Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Ich gehe mal besser. Der gibt dir Mühe. Es ist Arbeit. Ja. 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 Ja, ist in Ordnung. Ich habe schon verloren. Martin, ein Pinguin ist sehr süß. Super. Der ist wirklich cute, ne? Der passt zu dir. Der Hase ist geil. Stufe 1. Der Hase ist wirklich geil. Och, nö. Ich habe dich immer sehen. Und für eine Runde ist doch so wasted einfach. Ja. 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 Schlau. Schlau. Junge Therese, was hast du denn da für eine Frontline? Wie soll ich denn diesen Garen jemanden tun? Ich hoffe, du kriegst es überhaupt nicht kaputt. Das wäre ein Traum. Aber ich habe das Gefühl, du tust es trotzdem. Sona, du musst den Chen töten, ne? Ulibear angry. Nein, nein. Hörst du auf? Sag mal, warum spätst du dich überhaupt gerade? Der Thras ist ja krank. Sag mal, warum spätst du dich überhaupt gerade? Warte, ich weiß auch nicht. Ich hätte halt... Also... Ja, ich sollte nichts sagen. Aber ich verstehe das anscheinend nicht. Sag mal, du wirst die Stufe 5. Okay, ich habe gewonnen. Ich sage nichts über diese Runde gerade. Ich finde die Items super. Okay. Die da random kommen, ja. Oh, Spatula. Ich melde mich für die Spatula an. Ich würde mich... Ach, ich bin oben. Och, komm. Ja, den wollte ich. Ich danke dir. Ja, das können wir verlieren müssen. Das... Da hättest du Shotgun sagen müssen. Dann hätte ich auch Attack Speed oder... Oder hier so eine Rüstung nehmen können. Das wäre echt so geil, wenn es das Spiel verpackt und ich die Radiant Items behalten kann. Aber nur du für alles. Ich hatte, glaube ich, in der gesamten Season noch nicht ein Spatula. Was macht man daraus? Ja. Ich glaube... Wahrscheinlich warte ich auf einen zweiten Spatula, oder? Ja, vorhin war schon wie Hextech war, glaube ich, OP. Aber jetzt weiß ich es actually gar nicht. Warte. Hast du den? Wer hat den jetzt gerade eingesammelt? Hier. Der Eis. Also. Ich glaube, Porzellan war später OP. Aber da musst du halt... Wenn du sechs Porzellan hast, hast du dann einen Umu, der nicht sterben kann. Okay. Weil der halt 60% Damage-Person hat, plus noch Warden. Also der ist wirklich und dying. Heavenly war gut. Ja, schon Heavenly gibt da... Aber was ist denn eine Random Unit? Heavenly, die bekommt... Was gibt denn die da für den Bonus? Ah, okay, okay, okay. Omni-Vamp ist schon sehr solid. Ah, ich habe Level vergessen, man. Omni-Vamp ist in any case eine Option. No. Okay, ja, der Jun sieht scary aus. Meiner? Ja. Sehr scary auch. Doch, doch. Kann man auch mal Angst haben. Kann man auch mal Angst haben. Dass die Kältin holt einfach die Unit, die noch genau ein HP hat. Perfekt. Lass mir doch auch mal ein bisschen Glück. Ein bisschen. Ja, ja, alles gut. Du hast dich nur noch ein HP mehr. Du bist immer noch über mir. Es ist zwar nur ein HP, aber... Zwar im wahrsten Sinne des Wortes ein Kopfschuss. Was passiert jetzt hier? Okay, wir tanzen hier, oder? Das ist so cringe. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Hey, net! Haben wir tanzen! Tanzen! Es ist nochmal was, wenn wir tanzen wollen. Phil! Phil! Julis Charakter hat einfach getwört. Oh Phil! Entschuldige, Sola! Hey, du Anti-Mate! Richtig witzig, wenn Phil jetzt einfach gar nichts gekriegt hätte. Was ist mit meinem Charakter? Der hat irgendwie mit seinem Arsch getwört. Ja? Warum tanzen du nicht mit uns, Phil? Was ist los mit dir? Ich mag tanzen einfach nicht. Ich bin nicht so ein Tänzer. Aber es ist doch nur ingame. Du kannst es... Spring über deinen Schatten beim nächsten Mal. Komm. Wir sind bei dir. Ich weiß nicht. Mach dir keinen Kopf. Wir kriegen das gemeinsam hin. Spring über deinen Schatten beim nächsten Mal. Das klingt einfach so geil. Mach's bitte. Du Arsch. Äh... Lass Whispers? Äh... Mit Handschuhen, ne? Nein. Nee, nee, nee. Halt dein Maul, Maxim. Oh, keine Ahnung. Okay. Musste man doch manchmal auch einfach sagen. Ja, echt so. Wut. Manchmal muss man auch ehrlich sein. Ich spüre Wut. Ich spüre viel Wut. Ich spüre viel Wut. Das ist wirklich Katastrophe hier gerade. Naja, bei mir sieht es auch nicht so gut aus. Was? Beziehungsweise mach's jetzt fertig, ne? Das glauben wir alles nicht. Bist du das? Guck mal, hast du mal meinen Wulli-Bär gesehen? Hast du mal gesehen, was ich hier mache? Bist du eigentlich... Oh, okay. Wulli-Bärs gesehen. Ja. Nein. Du kriegst ihn nicht in zwei Jahren tot. Ey. Der Wulli-Bär ist viel zu schwer. Du hast da cleaner als Matthäus. Krabben. Es geht halt wirklich einfach Reroll. Wer spielt wirklich Reroll? Sola. Sola? Ja. Hätte ich nicht erwartet. Aber... Er hat schon fünf Kogmasken. Er ist halt nur einer anscheinend. Äh, bei diesem Price Fighter, Every Three Wins, gibt's wie ein Item-Komponent. Das zählt auch für die neutralen Runden, ne? Every Three Wins? Every Three Wins. Every Three? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das als Sieg zählt, wenn du so arme Krabben verprügelst. Nee, das zählt nicht. Die Raid bleibt. Also ich bleib jetzt auch bei fünf. Das wäre auch P, wenn's anders wäre. Ach, ihr habt einfach alle den gleichen Trait, okay. Okay. Na klar. Verstehe ich. Oh, ein paar Items. Das ist ein Übersicht zur Brigitte. Ähm. Ja. Ja. Du hast vergessen zu bauen, Junge. Hm. Wie wär's, wenn Amu einfach alles tankt? So. Hm. 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 Ja, Autofill ist wieder am Schwitzen hier. Er schwitzt. Wieder voll Mut. Voll Schwitz. Mach. Juli, was machst du denn da? Ist ja auch was anderes jetzt. Ja, ich, ich warte. Nee, also. Ich hatte ne Anfangskombo und dann dachte ich, ich tauschte erst ein, wenn ich die auf zwei krieg. Okay. Ja. Kenne ich den Move. Ja. Läuft ja ganz gut bis jetzt. Ja, ja. Mhm. Dankeschön. Danke. Doch weh? Einfach getreten worden. Oh my night, Bart. Hey, ich glaube dir nicht. Hab dich lieb, Bart. Haha, ich glaube dir trotzdem nicht. Hm. Edge of Night. Was soll ich denn mit dem Edge of Night? Nee, oder? Oh, ich hab wohl nie mehr zwei. Geil. Ich bin so glücklich. Auch nicht. My destination is clear. My destination is clear. So. Der nächste Carry. Ah. Oh, mein Rücken gebrochen. Äh, so mal. Wer ist jetzt eigentlich der beste TFT-Spieler von uns? Der wer hat wirklich Ahnung. Ich glaube keiner, oder? Ich glaube auch, wir sind so, also im Vergleich zu den anderen sind wir glaube ich eine sehr schwache Lobby. Okay. Aber ich weiß nicht, was ich bei Duelists auf AP, mit AP-Items mache. Da, da müsste es so langsam sein. Äh, was ist denn bei Duelists alles drin? Warte mal, ich guck mal kurz bei dir rauf. Na, das ist ja, also ne Tristana wird noch gefeedet, das fuck. Und dann noch die Irelia. Aber keine Sauer, doch AP da, oder? Verliere ich jetzt? Uiuiui. Oh, oh. Was ist das für ein Ding da? Ach, das ist Annie. Ja, das ist ein Timbers. Ich hab's noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich seh die auch grad zum ersten Mal. Hola, Mensch. Boah, da hat keiner aufhört sich zu heilen. Das ist ja schlimm. Kann die auch für mehr Schaden dahin zu machen? Die hat eigentlich gerne verloren tatsächlich. Ja, hättest du einen weg machen sollen. Ich hätte gerne gewonnen. Toll. Ich dachte ich bin zu schach. Ich war voll wie weit. Das war tatsächlich nicht mit Absicht. Vielleicht ein bisschen. Ich hab das vergessen. Das ist... Dichtestens gewonnen. Mhm. So, vergiss den Vergangenheit. Ist das zwei Runden oder drei Runden? Drei Runden. Drei. Ja, es sind drei Runden. Okay, okay. Hm, hm, hm. Runa, das kann ich glaube ich noch bauen. Irgendwas muss ich mit der EP machen. So, das ist Autofill mit einer... Mit einer... So ein Kaiser-Waiting-Room, I guess. Oh ja, ignoriere den Garen. Wulli-Bär, 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 Wulli-Bär. Jo Maxim, was gibt's dem Wulli-Bär eigentlich zum Essen oder so? Nichts. Bis er dann aufs Feld darf. Der Wulli-Bär ist auch Steroide, ja. Also weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist, was der da macht. Der wird so lange ausgehungert, bis er dann ordentlich arbeitet. Oh mein Gott, ausgehungert den Scheiß-Bären-Junge. Oh Mann. Es gab keine Auswahl. Und Holla ist mir gegenüber, das ist fast noch schlimmer. Maxim, ich bin krass. Hast du nicht erwartet, ne? Nix so richtig dabei. Aber ich hab jetzt auch zum aller-aller-ersten Mal, nach 100 Games TFT, Annie gesehen. Ist ja, aber also... Warum ist da eine scheiß Träne drauf? Ich hol die jetzt trotzdem, oder? Ja. Also, Duellist und ich sind nur Tränen und Epi übrig. Ja. Ja, die Alten sind wirklich kacke. Das kommt, weil ihr so weit oben seid. Geht. Ist der Finger unten. Jetzt geh mal da unten, wo ich mich befinde. Müssen wir nicht glauben. Da unten in der Hölle. War's schön. Oh nein. Was macht sie denn, die hier? Mh, 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 mh. Ich hab halt keine Frontline. Das ist, glaube ich, nicht so geil, du Gornes. Ja, auf Dauer nicht, nee. Nee. Außer dein Dennis Ballern komplett durch. Ja, nee. Das ist echt geil. Ich glaube, so weit die noch nicht tatsächlich. Ionic Spark, sagt er. Junge, Maxim, ich seh jetzt den Volibear, ne? Na, der Volibear würde erstmal seine fucking Clown an dem Thresh verlieren. Ich muss sagen, was ich immer noch so komisch finde, dass halt einfach Yon so giga-tanky ist in diesem Spiel. Yon, Bruder. Nee, das musst du. Ja, Yon, los geht's! Ja, genau. Einfach ein Schild, der hat dreimal so viel wie seine Bait. Ja, bitte. Ja, genau. Oh, na klar. Jetzt war die Backline geworden. Schaut, ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum es so Feier-Departements in Amerika gibt, die Bären als Maskott hier nehmen. Bären sind einfach tödlich. Und die sollten verwandt werden. Also Yon fühlt sich genauso an wie in League of Legends. Ich verstehe auch nicht bei Yon. Er macht ja auch Damage mit dem Dash unter dem Schild. Was ist das? Der Dash würde ja schon fast reichen. Oh, Gott. Ein Support-Artem für drei Runden. Boah, dann nehme ich mal die Attacks wieder. I guess. Ist nicht okay, Maxim. So, ich kauf mal die Kaisers raus, ne? Ich mach das jetzt nicht mit Absicht, aber besser ist. Ey, 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 ey. Das ist notwendig. Das ist notwendig. Aber wie lange hält das Support-Artem jetzt? Drei Runden. Drei Runden. Kannst auch, wenn du oben links auf diesen lila Button klickst, da steht immer da, wieviel, wie lange das noch hält. Oh, danke dir. Okay. Da hab ich Atrox vielleicht ein bisschen verkauft. Hm. Es spielt doch niemand von euch, Jörn. Wieso hab ich den nur auf eins? Sag mal. Willkommen. Hey, da bin ich ja komplett überrollt. Juli, bist du Leonardo DiCaprio? Was ist denn mit deinem Voli-Bär los? Ich bin der Revenant. Oh, mein Gott. Einfach der Revenant. Richtig guter Film. Der hat einen Oscar dafür bekommen, oder? Ja, das ist wie. Der Bär hat auch einen Oscar bekommen. Oh, das war der erste gute Joke heute. Warte mal. Was soll das jetzt heißen? Ja, warte mal. Irgendwann der fucking Stumpf. Er war ein Danger. Ja, ne, nicht mal. Das war einfach wirklich... Das war so... No you. Der war he-dadlich auf einem sehr geringen Niveau. Aua, aua. Aua, aua. Also, wie sieht Tristana aus? Kann mir das jemand sagen? Tristana ist auch gut, ja. Ich hab einfach fucking Morgana überrollt. Ich ärgere mich übel. Oh no. Ewe, ewe. Oh no, 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 no. Boah, hab ich da so viel Kohle grad? Ja, ja. Ich hab grad irgendwie viel bekommen. Ich war grad so, hä? Sola, wenn die Leute mal wieder bei ihm subben. Ich hab Irelia bekommen. G-g-g. Das ist eigentlich ein guter Sound fürs Sub. Ähm, ich hab ne Kaiser. Will die jemand? Ja. Ne, tatsächlich. Ausnahmsweise mal nicht, du. Kannst du die sehr gerne spielen, letztendlich. Und dann? Oh mein Gott. Das ist GG, Leute. Mal Kaiser. Das ist GG. Das ist GG. Ich spielst Hand of Justice. Okay, ich hoffe das macht jetzt einen kleinen aber feinen Unterschied. ansonsten die kriege ich bin von euch noch irgendwer senna oder was ist mit was ist mit meiner diana das ist ich kenne maxi was hast du denn da in der backline du spielst jone ja ich habe keine jungen mit crest und harvester einmal ich wollte so stark holler ich habe immer noch nur senna zwei was für stark du hast mich gerade komplett in eine lady kenne ich so viel zu kacke bist ein bisschen wie was soll das auch vorhin so ja aber ich habe dich liebbart nur keine sorge ich sag das nicht weil ich dich hasse zwei sekunden später proceeds to destroy my whole existence ich habe noch eine bekommen zweimal ein prozent zweimal ihr ja das game ist so gut design das geht das game so gut ist das ist ja das war ich mal nicht so gerne mensch ja ich glaube einfach ist es also das ist komisch sieht nicht so gut aus gerade wo sind die ganzen wer von euch hatte jones gemobst ich habe ja schon ein june 2 und irgendwie krieg ich dir nicht verkauft das geht nicht warum geht es nicht ist es geht um ihn nicht ich kann ich hab da ein deal ich würde mein ließ den zwei verkaufen wenn ich habe ich habe aber irgendwie der wo die bär ist noch story heroide aber der platzt auch ganz so schnell du er ist einfach nur mal schnell betäubt ist ja ekelhaft warum ist alles so tanky juli zaubert er macht irgendwas was ich nicht betreibe ich weiß nicht was das für klingt ans ist aber das ist gut der maxim ist komplett ok hier und unfairer spieler ich bin unfairer spieler ja du hast du brauchst du gar nicht doch doch ich spiel dann irgendwann um dann kommt er dann rein du lügst so schamlos wieso erwartet nur guck wenn ich jetzt rein du siehst du das passiert super viel und aber ich bleib mal auf sie mir das okay ist kein problem ich brauche ja noch gar nicht also jetzt wo ich es mir genauer also quark das ist ein quarktieren dann kennst du es auch nehmen weil das ist kein frosch höher ein höher das hat höher gesagt so auf die nerven wer hat es tut mir leid war ein champion der in die backline springt das ist die ganze aus der kluft das doch genauso der unterregt sich auch jeder darüber aus ist korrekt warum diese dankeschön sehr gut verkaufen ich möchte ihn doch so sehr wirklich guck dir mein leben an und dann entscheide noch mal ob du mich zu einer entscheidung bewegen halt einfach nichts was was ich noch brauche vielleicht dass du so so viel leben hast du nichts aus du hast du hast du hast kaiser 2 ja und da muss ja ein galio in der backline stellt man den in die backline nee der hat eben das texte item noch gehabt weißt du was ich jetzt mache ich komme noch nicht das war ich für dich maxim das ist nur für dich was machst du da ich sehe es nicht was getan ich habe jetzt zwei mal kaiser 2 na gut aber was soll ich sagen ich habe vier jones also du hast immer eine morgana und mein odier warum die nice und mich maxim was habe ich getan du hast letzte runde kaiser gespielt und mich aus dem leben gebolzt das haben auch noch zwei andere ja und die mag ich auch nicht die sind wir alle und so weiter krieg ich all den hass ab naja step by step lass mich eine runde gewinnen lass mich eine runde gewinnen ich habe jetzt das siebte legendärer das ist toll für dich maxim das freut mich auch für dich ganz toll das ist übel dumm aber ich kaufs trotzdem bald erstmal zur sicherheit du cheater ich habe noch ein johne kann ich dann einen chen nicht mal auf level 2 kriegen ich habe das gefühl ich habe schon 100 afeos gefunden aber habe ich gar nicht afeos übrigens übel stark ich habe keine chance nach ich auch nicht du hast du hast sehr gute chance über den fortleiter das denkst du das denkst du für die ersten zehn sekunden vom fight und danach hart aufs maul was soll das denn hier das sieht nicht nach aus maul kriegen doch für einen von uns beiden immer kassiert immer immer ich muss mich mal wieder in mutter dass er wirklich jones ja wirklich widerlich ist tatsächlich also ich würde einfach sagen es macht ja keine freunde erst kaiser so so tief sinkst hätte ich wirklich nicht gedacht zuerst in den kaisersumpf dann ins johne ghetto das ist wirklich wieder ja komm hier vier reports klären was für uns als kriegsverbrechen zählt und was nicht und dann einfach sagen wir machen das nicht mehr also würde ich sagen ja jones ganz großes verbrechen ich habe mit absicht john auf fünften platz gebracht aber du willst ja erster werden aber top vier wäre nett top vier fände ich schon gut dann machst du für eine kombo nico perfekt danke nico ist bewusstlos riyad ist das gut das hört sich wild an okay ich verkaufe jetzt zwei jones okay weil du dich genommen hast nicht finden das wäre nett wir brauchen keinen platz mehr siehst du siehst du meine bank ist die bank ist einfach schlimm die ist ja voll oh mein gott ich hab auch ich bin so dumm bin einfach nur d u m m d u dumm du musst noch mehr aber hin okay du bist alleine eine kaiser stinkt aber wir schon immer gesagt haben als welche denn von beiden wie du hast du viele oder was das ist aber nicht so schön dass du so vieles und gejätet ich was ich noch ein jones verkauft okay diesen dieser frei das ist gut ich bin auch schon level 8 gegangen weil ich nicht mehr daran glaubt dass sie jemals nicht aber du brauchst ja auch keine listen oder den deshalb quark dem raus ja nicht ich bin jetzt noch nicht einmal gesehen aber den brauchst du auch nicht maxim oder kauft ihr einfach der jasuo gefällt mir der hat sich sehr gut benommen er wird runtergerollt und ist immer noch scheiße dieser voli bär ich sehe ihn und ich will einfach muss brechen aber jetzt auf drei eis jetzt wird er dich brechen ja der würde mich auf jeden fall brechen kommen die koha durch aber du hast doch die rede hat und hast du doch nicht mehr ich versuche damit zu rächen was macht ihr denn jetzt besser completed items so okay ich gehe jetzt voll driver seat eine komp ist komplett ich bin durch ich möchte jetzt vierter werden das wünsche ich mir auch so dass geist ich habe den echten so oder der hat mich beim letzten mal ganz schön auseinander genommen vielleicht hast du diesmal ein bisschen mehr aber das kind wird es sehr unsympathisch oder kann ich das so sagen schmerzen die koordinatoren schmerzen die ist es und hat irgendjemand in wukong ich frage nur mal ganz vor wie das irgendwie nach wie ich brauche ich brauche ich nicht am anfang für kogma und für kaiser für für kino gerollt dann hätte es wahrscheinlich geklappt kauft das mal kaiser als einfach das einfach nichts gesagt hat es ist gewinnt einfach nicht derjenige der kaiser 2 hat schon nach jetzt hier wieder also ein bisschen die runde doch eh wieder gewinnen oder ne jonen funktioniert relativ gut gegen kaiser wenn du jonen drei bekommst tristana 3 aber den krieg ich nicht drei das ist das problem ja das ist auch gut so hast du eigentlich gar nicht mit nico mit deiner kombo oder wie so oder ja sonst hätte ich ja nicht so viel auf drei gekriegt ach so ist einfach irgendwas bekommen und dann einfach auf drei hoch ist der gedanke hinter ich habe nur okay 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 ich meine hatte jetzt aber nicht so weit gebracht der mit den bären ach wirklich ich bin der bären mann naja weiter als mich auf jeden fall warte der fios gewinnen am ende afios ist übel strong ich werde jetzt man nur durch ich mag ich am wenigsten also niklas tut mir leid ich mag dich aber ich mag ich am wenigsten das bin ich von holla gewöhnt keine sorge du schaffst das holler das ist unglaublich was das für ein kreis zwei ja und sie machen ja du kannst mich nicht besiegen ich dachte sagen darf man nicht sprechen finde ich da hat man regelverbot das ist in ordnung ich finde das geld ist dual ist spiel 6 1 gleich bei den johen sieht sehr gefährlich aus dem teres die licenz angefasst hat er sich auch nicht nur die augen sondern die eier rausgerissen er ist einfach gar nicht gegen kaiser spielen schau bitte nicht auf mein bord und schau nicht wer sechs licenz hat das wäre echt doof das ist halt einfach finanzieller totalschaden das bestbestens geist ist das hier hat er ist okay aber das ist ein geist nee bad du gewinnst das ding aber bitte nicht so doll okay ich gebe mein bestes mach mal nur so drei schaden okay gewinn bitte vorsichtig ich bin eigentlich gar nicht ich versuche zärtlich zu sein ich versuche zärtlich zu sein ich versuche zärtlich zu weh ja die licenz rechnen sich noch sind ja auf meiner seite ja die haben mir informationen über dein bord gegeben der scoutet für mich das geht es allen nicht gut ich kaufe noch ein johne weg 4 2 2 das ist der runde oder ich bin gestern habe ich auch von so einem ding hat richtig dämmisch reingedrückt bekommen aber der macht aber kein damage oder der nicht aber das ist crab rave was wir was wir noch nicht hatten crab rave ist das fiese oh du kennst dich aber aus schon ja weil crab rave hat mir schon häufiger ins geschwächt wird einfach dafür dass eis keine kaiser 3 kriegt wie alle so 4 2 2 ihr leben habt ihr leben am limit hier leben am limit ich kaufe mal noch ein johne ok ja mag das ich habe mir ein 3 3 3er champs hier es gibt gerechtigkeit in dieser welt so da ist eine kaiser ich hoffe dass die alles in italiener 3 reinballert und die 98 millionen prozent damit für die kaisers auf dem deck ja diese eine knock-up gerade kurz auf den dings ok könnt ihr euch einfach gegenseitig ausradieren oh gott ist das painful du bist noch drin tereus let's go oh mein gott das ist alles es aber fresh aphelius habe ich auch gesehen also fresh aphelius hat schon öfter gewonnen in den lobbies die ich gesehen habe fresh aphelius haben die überhaupt irgendeine synergy der feier ist übel gut nach der bliche eine kombo in ruhe sie sind gewürfelt aus aber ja es ist dabei zu kommen kaum es eis rauskriegt kaiser auf zwei es ist ja gut ich habe vielleicht auch so ob ich war mir nicht drei sechs acht kaisers hatte ich ich habe xaja und fukong auf zwei und ich hatte kaiser nur einmal gesehen das ist so frech wirklich ich hab halt sehr früh schon dafür reinrollen können oh mein gott nicht schon wieder gegen therese und johann drei ich bin so sauer einfach ist du das überhaupt es ist mein voli bär hat mich voll contested die ganze zeit jedes mal verliere ich gegen den johann 3 das stimmt doch gar nicht durch er sieht wirklich sehr ungesund aus der johann ist wirklich sehr big ja kannst du die backline bitte töten aber so stark ist der gar nicht ja nö der macht einfach 1 gegen 5 er ist gar nicht stark so stark ist er gar nicht tatsächlich ist gar nicht stark gar nicht stark wie kann ein johann 3 gegen xyra 2 mit full items gewinnen wie ich habe schon 2000 gold für ein und ich habe 3 gegen die nächste runde halbwegs durch schaffst kommst du weiter ja aber ich glaube nur weil du 80 gold gerollt ist für die kaiser 3 und sie nicht bekommen was oder ja aber ich hatte ja meine voll kombo also ich hätte gar nichts mehr verbessern können ich hätte alles gegen voli bär das ist eine wilde kiste ja aber ich kann ihnen stamm bitte macht es nicht der stand ist nicht gut wo ist meine johann ja hin jetzt red ich um dann ist dann irgendwas das hat er jetzt karten jetzt karten ganz wichtig ich möchte immer für alle festhalten wenn ich letzte runde nicht johann von maxim contest hätten wir jetzt das gleiche letzte runde schon gesehen du hast ja einfach keinen johann und keine kaiser du hast schon mal die licens genommen ich habe immer noch keinen gesehen das heavenly emblem ist krass aber ich habe schon eins ich brauche kein zweites aber das musst du ihm wegnehmen ne das zweite stackt tatsächlich ja ich glaube mehr oder ne ich glaube ich habe zwei bis dieben echt? ja ja es ist nicht es ist stackt und das wüsste ich nicht oh okay das wäre schade wollen wir folgendes tun wir kaufen einfach alle johann ja und alle kaisers und alle kaisers ich höre euch das aller allererste mal johann gespielt ich dachte okay ich spiele jetzt keine kaiser das hat vorhin irgendwie nicht so viel anklang gefunden fanden die leute eher doof und dann lasst du mir das? mir egal das spiele ich einfach johann das finden die leute richtig klasse so jetzt das eins gegen eins wir haben ein persönliches problem mit dir wir haben ein persönliches problem mit johann das ist so ein ich merke schon das ist das problem aber ich habe ihn ich habe ihn aber du hast es aber du hast es ja ja teres taffer das war's mit dem johann das war's mit dem johann jetzt wäre der moment dafür zu gehen ich kann auch ich kann auch grieven wenn er weiter kommen würde das ist hope aber ich muss sagen diese runde war total unfair ich habe auf sieben zwei irelias bekommen und dann noch das ding zum weiterentwickeln also das war ja das ist wild das war halt einfach du hast die rea 2 bekommen ne nicht zwei irelias ja ja ich habe die rea 2 bekommen weil ich zwei irelias mit 1% bekommen habe und dann noch ein duplikat hatte und du hattest von Anfang an diesen bully bär der hat sich so gecarried das ganze game aber so fürs mid game fand ich die irelias schon ziemlich strong ne die hatte einen armor shred ich habe sonst keinen armor shred im team ah ok wir machen kurz pinke pause ne und die hatte keinen rage blade aber ich hatte du musst dir vorstellen ich hatte pumping up das heißt jede runde mehr attack speed pump pump dann die dualist stoppen mit mehr attack speed und dann das den bogen der mehr attack speed gibt ja ich glaube ich habe beim orkman ziemlich verkackt ich habe mir das orkman geholt und ich alle drei wins eine komponente bekomme aber ich habe leider nicht mehr gewonnen das ist wirklich bitter so dann gehe ich nochmal auf die toilette weil das so bitter ist ich überlege was man gegen die ich überlege was man gegen die die damage hat dass du den johen einfach gekillt kriegst bevor er seinen siegesvölk äh seinen siegesvölk äh seinen siegesvölk quit playing game with my heart ich finde wir haben jetzt ja grad so zwei drei minuten zeit wir können uns jetzt auf ein regelwerk maaa yon wird es eben für die nächste runde das halten okay ich würde sagen nur yon und kaiser bitte die beiden ich würde sagen wir haben zwei optionen jeder darf ein champion und jeder darf übernehmen das wäre auch jeder ziemlich witzig da es sind acht champions oder die erste stufe vier unit die wir kriegen müssen wir spielen das wäre lustig wenn wir alle level 1 zu entspannen und einfach keiner an bord haben das wäre stark ja das wäre wirklich stark ähm ja ich weiß nicht ich glaube dafür habe ich nicht genug gehirn kapazität überhaupt daran zu denken welcher champion gebannt ist wenn er in meinem so ich bin ready können standen ich finde das super toll dass nico es auch nicht passt das ist das einfachste wäre wenn wir sagen eyy hier ist noch alles weg ah ja wir müssen jetzt aber erster werden wie sieht es denn überhaupt auch bei den castern wir spielen jetzt hey wir machen einmal weiter heute oder wir haben ja wir haben gerade geschrieben wir sind bereit aber holla ist doch noch grad weg oder ja ne ne ich bin gerade wiedergekommen ja ok hm dann gehe ich jetzt nochmal schnell ok verwandt jetzt wirklich ne man schauke ich bleibe bei wenn du wieder kommst dann würde ich nochmal gehen ok du kannst einfach gemeinsam gehen so also wir können stoppen ey boah du warst sonntag einfach weg ne welchen sonntag ja letzten sonntag naja ja ja also ja soll ich kommen machen oder wenn die kaste bereit sind ja ok ich drück da jetzt drauf aufgehen na gut ich bin geflohen tatsächlich holler ich bin einfach bei niklas beim bouldern sobald ich neue schuhe habe tatsächlich ja bezahlt dann geh mal shoppen morgen an ihr morgen sonntag oder das ist übrigens die letzte runde bei der aber ja das ist die letzte runde für mich aber für euch nicht für manche für euch das wäre cool wenn jetzt jemand prismatic preload ne das geht nicht prismatic 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 ist nur was zu prüfen kann prismatic runde meno pr кожi red um rкон rüber Also alles, was, alles, was du, alles wird jetzt schlimmer. Story, Weaver, Trickshops, Pivot. Oh, das ist doch nicht gut, dann geh ich ja noch schneller down. Du kannst ja aus beidem Sicht schlimmer und dommer. Oh nee. Schlimmer und doller. Full Pivot, Kaiser. Schon wieder Kaiser? Ich hab jetzt schon Kaiser bekommen, ja. Nein. Nein, kann er gar nicht. Er lügt. Ich möcht's nicht. Kann er gar nicht. Die erste Unit, die ich bekomm hab, ist ein Yon. Hey. Also, Junge, schmeiß einfach weg. Ich bin ein kleines Favoritzeichen für dieses Game. Schmeiß einfach weg. Lass los. Nee, das geht ja nicht. Ich muss die ja behalten, damit die anderen hier nicht spielen. Ich hab den jetzt schon weggeschmissen. Ich hab Yon schon, ich hatte ihn auch. Ich hab Yon und Bart bekommen. Ja, ich hab ihn nicht. Es steht nur noch Bart da. Wow. Ich hab direkt... Profit Haas will ich nicht mehr. Das war grad wirklich zu viel. Ich bin Bart und ich kann das bestätigen. Ich bin Bart und ich kann das bestätigen. Es stimmt immer noch, ich da. Ja. Nur noch ich. Vielen Dank, Bart. Er ist Bart und ist auch dabei. Ich bin, genau. Stand back. Gut, dann spiel ich Yon. Ist jetzt ja nicht mehr contested, ne? Junge. Will mir spielen? Ich hab gar kein Problem mit. Ähm. Play. Hat der eigentlich jemals schon mal Lilja jemanden probiert? Nee. Oh, die ist geil. Die wirft richtig viele Kugeln. Die ist absolut scheiße. Tu's nicht. Ich bin die einzig Ehrliche zu dir. Die ist wirklich... Die einzig Ehrliche. 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 Ich hab das ja bloß in Komma-Kombos gesehen. Ich hab gehört, dass Lilja richtig gut sein soll, wenn du Minecraft spielen willst. Oh? Alter, Alter ist ein Klapp. Ah, okay. Das ist bloß meine Klapp. Ich verstehe. Es ist einfach schlimm. Ja. Es ist eine absolute Katastrophe. Boah, das wär wild. Das ist Gamble ohne Ende, aber das wär halt. Was ist Infinity Force? Boah, das ist Infinity Edge plus Übelkrass. Ist es das? Du hast Radiant Item genommen, ne? Radiant Item kann OP sein. Hey, das ist nicht Infinity Edge, das ist Triforce zu Hund. Dein Plan geht wieder mal auf. Ist das frech, wirklich? Ist das frech, Alter? Da glaubt man ihm einmal. Never believe, Maximakoff. Boah, ist das frech. So, ich hab ne Tristana. Was kann man denn mit extrem vielen Bruisern spielen? Okay, also ich bin sehr tanky am Anfang. Ach so, du hast das Item. Warte mal, du kriegst zwei davon, ne? Ja. Aber es kann lange dauern hier, wie es aussieht. Äh, Holla. Ich seh das Reaper-Emblem und das einzige, was man damit spielen kann, ist Yon. Oh, da wollen wir den immer wegwürfeln wieder. Ja, Phil, wir haben Zeit, ne? Ja, aber also, ich hab auch noch nie Yon gespielt, ne? Ja, ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, es ist nicht beliebt. Oh, ne? Ja, ne? Das ist aber auch sehr einfach. Level 5 und ner weiteren Unit mehr. Hm. How? Also die Leute sagen, ich soll jetzt Kaisersch werden. Sagen sie das. Das ist einfach alles schrecklich. Wie, 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 was lässt euch das fühlen? Was ist das für ein Dings, das ich kriege? Uh, das ist actually not bad. Hm. Scheiße. Spiel miss, Spiel forging. Ich greife es ja wie useless, Alter. Ach, ne, du gehst auch nicht seiner, bitte. Ich kann nix anderes. Mein Eis. Do it. Wie geht's dir, Niklas? Scheiße tatsächlich, ähm. Lass du doch bei dir aber ganz cool in Haus. Warum scheiße? Lass du ruhig doch okay bei dir. Ich hab grad von Yuli kassiert. Ich hab sechs Units. Yuli hat vier. Ich krieg auch Small. Ja, aber die sind halt super tanky. Und ich hab ne gute Base gerade. Was ist das da für eine Puppe eigentlich? Die zählt nicht als Yume tatsächlich. Ich hab dieses Orgment mit dem Wandering Trainer genommen. Und ich hab halt komplett reingeschisst. Ich find gut, dass wir beide RNG lieben. Ich hab auch einfach die Stufe 4 Unit genommen. Aber es ist leider keine geworden, die ich brauchen konnte. Ja, ey, Dinge passieren im Leben, weißt du? Das ist meine Philosophie. Ähm. Ja. Ja. Manchmal muss ich mich einfach ausverlieren. Manchmal muss ich mich einfach ausverlieren. Ja, aber das seh ich auch ähnlich. Manchmal passieren Dinge. Manchmal passieren aber auch einfach Dinge. Richtig, ja. Ja. Also ich hab jetzt nen Voliwärer bekommen. Oh, komm, tu uns das nicht nochmal an. Darf ich nochmal? Also, ich hab kein Problem damit, ne? Ja, du gehst Kaiser aber. Vielleicht geh ich das hoch. Aber ich seh ihn schon wieder. Was soll das? Was kauf ich denn? Er ist wieder da. Er ist wirklich so, er ist wieder da. Ja. Guess who's back. Der Traum wird jeden essen, der zu klein ist. Alter, da ist ein Flank. Ein Flank. Oh, oh. Sie hat ihn bemerkt. Aber... Wie der einfach hin und her bei uns. Fuck it. Also, ich spiel jetzt auch den größten Render. Komm schon, dann schieß sie. Nee, nee. Sprich nochmal auf. Ui! Aber die Oli hat trotzdem gezählt von dir. Lol, du hast recht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das wird... Dann wirst du jetzt wohl totgetan. Das wird Street Victory, meinst du? Ich will den ersten Platz haben, damit ich nur ne Chance habe, um in die Top 4 zu kommen. Ich wurde totge... was auch immer, wie auch mal das Viech da heißt. Ja, ich auch. Ich mach das alles für meinen Chat. Ich komm nicht mehr in die Top 4. Ich will einfach nur noch green. Alter, was ist das denn? Was ist... Was bist du denn? Das ist Wahnsinn. Das ist ein ganz alter. Oh nein, Holla, nein! Sie kriegt das schon für den Yon. Oh, das ist gar nicht gut. Hey, ich bin... ich bin Achter und Sechste geworden. Ihr braucht von mir keine Angst. Das ist so frech. Das ist so frech, wirklich. Das hätte ich bauen können. Mein letzter von 200... Zumindest, dass wir alle Spadula liegen lassen, ist auch ein bisschen dumm von uns tatsächlich. Was ist das denn jetzt hier für ne Scheiße? Nimm nicht den... Nimm nicht den Maxim. Ach, Maxim. Wir hätten ein Zeichen setzen können weltweit. Oh, ich hätte echt... Jetzt ärgerlich. Ich hätte Porzlein spielen sollen. Ich hätte die Auswahl für Porzlein. Ah. So. I guess. So, was kommt denn da? Ich hab' einen einfach in den AD. Nicht wirklich, komm hier. Ja, der Spadula ist echt ass. Aber es gibt doch keinen, ähm... Org mit mehr, ne? Was Spadula... Weiß ich nicht. Ich kenn' die Org, wenn's nicht. Was den Free Spadula gibt. Also, ich glaub' Heavenly kann man noch machen, ganz gut eigentlich. Ja, Heavenly ist auch okay, klar. Auch so ein Negaton für... Spatulon? 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 Spatulotonos. Spatulomäus. 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 Es ist Sparta. Boom. Okay. Ich möchte, dass ihr euch alle mit dem Tam Kench unterhaltet. Das möcht' ich glaub' ich nicht. Also, ich unterhalte mich grad sehr gut mit ihm. Aber nur, wenn er mir so richtig tief seine Zunge reinsteckt. Boah, wie tanky ist der denn? Ja, der hat halt das Radiant Item. Ja, aber guck' mal, so lang hält er nicht durch. Ja, wobei. Wenn Shen ist übel fies, Phil. Ahhhh. Weg mit dir. Komm schon, Tam Kench. Oh nein, oh nein. Tam Kench, was ist denn los mit ihm? Ja, gegen Tam 1 ist das bei sowas. Ja, verdient. Ja, ja, ja. Was soll ich sagen, oder? Ja, also so, auf wie du mich die letzte Runde beleidigt hast, ist mir sehr leid. So, ich hab' jetzt einen Jonah. Nee, kommen wir nicht, das muss ich sagen. Bei diesen Worten hat sich schon ganz kurz alles in mir so zusammengezuckt. Aber weißt du wie ein Wullybär? Das Schwein. Ja, aber... Aber nur einen hoffentlich, oder? Wenn er einen zweiten hat, dann report' ich ihn. Nee. Mir ist ja nur einer. Ich hab' auch Forged und Gewinner. Also, ich bin halt wirklich verloren. Aua. Was mach' ich denn jetzt hier? Was macht denn Fortune überhaupt? Lose luck when you are. Okay, das heißt, du brauchst Losingstreak und musst dann gewinnen, sagst du. Ich krieg' jetzt estimated value nach zwei Player Games, äh, zwei Player Combats, zwei Gold. Das ist auf jeden Fall brutaler Cashout. Das war kein Satz. Auf jeden Fall knifflig, ja. Ich fand' den gut. Okay, also Autofill ist auf fünf gegangen. 83 Läden. Das tut weh, Eis. Das muss doch nicht. Tut mir leid, das war nichts Persönliches. Aber die Morgana, die mochte dich. Die Morgana war ordentlich am shredden, hm? Dinkig. Dinkige Morgana. Dinkige Morgana. Oh ja. Hier ist ein Yon. Oh, ein Yon. Hehehe. Ein Yon kann man auch sagen? Aller so still geworden hier. Ja, man muss jetzt hier nachdenken, weil Prismatic Lobby, ihr seid ja selbst schuld. Prismatic Lobby. Prismatic ist das Witzigste. Es ist einfach... Ey, ich bin übertrieben überfordert, ehrlich. Ich versteh' gar nichts mehr. Die Welt, es ist, es ist schwer. Also ich hab' mir ein einfaches Prismatic genommen, da kann ich nichts verkehrt machen. Ich weiß für einen gar nicht, wie man einen Kaiser spielt. Ist das nicht Riven? Warum ist die ausgegraut da drin und warum... Hä, warum... Okay, das Game... Ich glaube, das Game will nicht, dass ich das spiele, das überlege zu spielen. Es ist ein Zeichen. Ja, das ist wirklich ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen und ich bin dabei. Und ich bin dabei. Die, 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 die. Geile Serie gewesen dabei. Oh ja. Oh ja. Was ist besser, Aatrox 1 oder Rhythm 1? Aatrox 1, oder? Also tatsächlich ist meistens Rhythm, weil sie halt mehr... Also kommt auf an, was du für Trades hast, ne? Ja, gar keine. Ja, dann ist... Ich glaube, Rhythm ist trotzdem besser. Oh, die hat auch Altruist. Vergiss, was ich gesagt habe. Ten out of ten. Einfach Broken Combo. Jetzt schon. Ich habe gar keine Chance gegen mich. Das wäre ich gerne. Ten out of ten. Oh ja, der Darius sieht wie viel aus? Wer ist das? Ah, Holla. Julie. Hallo, da bin ich wieder. Wie genau soll ich den Darius töten? Okay, und wie genau soll ich den Darius töten? Hallo, da bin ich wieder. Einfach rumbringen. Also... Das ist übrigens auch noch sehr random bei mir. Hey, warum stirbt der so schnell? Darius ist ja richtig scheiße. Der kann sich nicht heilen. Die kommen sich aber besser aus als meine. Ja... Ich hätte nicht gedacht, dass Darius so scheiße ist. Also... Das Problem ist halt, mein Gnar wirft irgendwie mit nicht ganz so starken Steinen wie deiner. Absage, ich werde geheilt. Nein, nein, nein. Du musst bedenken, ne? Das ist bei mir kein... Komm her, es tut mir leid. Also, ich habe... Ich habe keine drei Units. Das eine ist eine Puppe. Ja, sehe ich. Der T-Modist. Alter, das ist creepy. Was ist das? Knapp war's aber, knapp. Bitte, streck nicht diesen Hals mit der Katze aus. Ich krieg Angst. Okay. Okay. Hmm... Fortune Crest. Ich möchte... Oh, das wäre eine geile Option, actually. Ey... Ey, Baby. So. Cashout. Okay, ich habe immer noch keinen Carry. Wie schmeckt euch das? Oh, ich habe einen Yon bekommen. Den mache ich einfach mal hier hin. Das ist ja schön, Mensch. Ich... Ich... Ich möchte ihn einfach nur bei mir haben. Einfach, weil ich den so ästhetisch finde, gerade. Das freut mich für dich. Mhm. Sollen wir vielleicht auch alle so machen, einfach. Kolleg... Kollegial, meine ich. Ja. So, also, jemand muss mir jetzt die Kaiser-Com posten. Gibt ganz viele verschiedene. Also, es ist nicht nur einer. Welche davon? Ich möchte eine, die viele Bruiser hat. Dann eine spitze Bruiser mit Kaiser. Das ist... Trickshot dann, glaube ich. Hm. So, da kannst du gut... Also, Tam Kench Early, Riven Early mit reinsetzen. Holla, ich muss verlieren. Du musst dir jetzt Mühe geben. Oh. Eieiei. 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 Du hast den... Du, ich bin dabei. Beim nächsten Mal, gerne Knaufen nochmal. Mach deiniges, ja. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Zu verlieren. Ah, ich dachte immer, die singen Verlieben und nicht Verlieren. Ne, Verlieren ist für mich ist das äh... Tatsächlich. Also, ja. Ja, es ist der beste Song für dich. Ich verstehe schon. Es ist der beste Song. Es passt einfach viel besser. Steckt dieses Sundering eigentlich, oder ist es immer nur ein Debuff? Der höchste zählt. Immer nur der höchste. Ja. Ist ja doof. Ey, wäre ja doof, sonst haben zwei Champions einfach 50% und dann hast du einfach null Stats mehr, oder was? Ja, es hätte ja so multiplikativ sein können. True. Gibt's auch Multiplakertrap? Multiplakativ. Multiplakativ. Hi. Ich würde... 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 Ja. Also, ich mach dir fast Schaden. Boah, meine Puppe tankt endlich. Boah, Bart. Guck, siehst du, siehst du die Dame? Es ist Sana da hinten. Äh... Da kann ich leider nicht... Da kann ich leider nichts ändern gerade. Da kann ich leider nichts ändern gerade. Das ist schade. Das ist schade. Ola darf das. Ola darf das. Ola darf das. Ola nicht so sanfter. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das gewinnen wäre. Hätte sanfter sein können, sag ich dir. Beim nächsten Mal dann ist sanfter. Soll es doppelt damage. Was ist mit diesem Level 1 Tam-Kent schluss? Was ist mit der Tressana los, Mann? Oh, die kitzelt die ganze Zeit die Puppe. So was keinen der Damage macht. Oh, Gott. Dieses... Dieses Game ist so bescheuert. So. Ich liebe es einfach. Nein, da ist ein Spateleih, Arsch. Oh, Spateleih. Ich möchte den Tam-Kent sch bitte haben. Oh, nee. Schaut an. Das bringt mir leider... Wobei doch... Also, ja, Holla. Ja, perfekt. Danke, danke, danke. Es tut mir leid, ich brauchte den Gürtel. Du stehst auf meiner Liste. Da steine ich auch schon drauf. Ist nicht so schlimm, Holla. Ich will take speed. Nein. Der tritt dich so oder so. Ob du da draufstehst oder nicht. Okay. Du stehst auch auf meiner Liste. Das weiß ich. Aber nur weil Juli meinen Bogen geklaut hat. Das hätte ich jetzt gar nicht genommen. Ach so. Dann steht Juli jetzt auch auf meiner Liste. Ja, ich würde auch sagen. Die Liste ist ganz schön lang. Wie spielt meine Philias? Da muss man faten, ne? Ey, ich habe schon eine Philias. Oh, dann lass ich dich in Ruhe, Broly. Die wird nicht gefadet. Ist... Ist hier irgendwo ein BM auch dabei? Aber ich habe den Tahm Kench wieder verkauft. Also, kannst du ihn wieder haben. Ne, ich will den Tahm Kench nicht haben. Ich wollte Gürtel haben. Ja, das... Jetzt rutscht mir die ganze Zeit die Hosen runter. Ja, ich brauchte auch einen Gürtel für meine Nico. Hm... So, Kaiser braucht die Rageblade? Ne, ne? Kaisers ohne Rageblade. Die ist ohne Rageblade. Es kommt drauf an. Willst du hier die... Die Sniper... Äh, nicht Sniper. Wie? Wie heißen die Dinger? Die... Die... Popa Popelmänner. Der auch Timo. Timo ist derselbe. Sag schon. Wie heißen die? Timo ist derselbe. Trickshot. Willst du Trickshot spielen? Ich weiß noch nicht. Kannst du ja keine Chance spielen. Ich überlege auch, ob ich Ash spiele. Aber ist Ash geil? Wer hat das schon wieder Yon? Wer? Aber wenn du Trickshot spielen willst, dann ist halt alles, was Absorts drin hat. Ich hab sonst keine Chancen, Bart. Lass mich finden. Ich bin verzweifelt. Ich schmeiß dir einen Stein ins Gesicht. Ja, Timo. Juri, das ist schon mal eins, Timo. Du verlierst trotzdem den Bart. Ist doch alles gut. Ja, war knapp. Hm. Nur weil meine Steine so... Guck mal, guck mal. Oh, Ice hat eine Windstreak. Oh oh, oh oh. Ice ist gefährlich. Oh oh. Wird das etwa eine Scheiße? Kaiser kommt? Wow, das haben wir aber lange nicht mehr gesehen von Ice. Ice spielst du Kaiser? Ja, aber ich kann schlecht Bogada spielen. Ich brauch's ne Kombo Bogada drin. Das ist wirklich. Ich kauf Kaisers. So, ich machen. Ich brauch noch nen Gürtel. Hm. Das Eisgürtel haben wir, was ich in seine Hose ausgezogen hab. Okay. So wieviel es Sniper gibt es? Senna war ruhig noch. Wer ist denn dieser kleine Sniper? Ach guck mal, der Ekelbär. So, ich glaub ich hab jetzt ne Kom. Ich geh jetzt auf 8. Und dann heulich. Du nennst nur Gemissi. Ich spiel mir das. Gefällt mir nicht. Ich glaub dir ne Fils muss spielen was. Ich probier mal ne Ash zu schwimmen. Aber ohne Potsche. Der Sugar ist ja richtig dämmelmäßig drauf. Ja, ist online. Ja, dein Junge ist leider am wirken. Komm schon, jetzt schöne Bogana-Ult. Ja, ja, schöne Bogana-Ult. Aua. Tau. Eine, eine, eine Ult. Okay, der brennt noch, der brennt noch. Ach, ja. Ja, Morgana for the win. Ja, spiel doch lieber Morgana. Das ist viel besser als Kaiser. Das ist der schlechteste Ion, den ihr jemals genannt habt. Also, ich hab jetzt gleich Morgana 2. Das ist voll Alkohol-Ion. Ja. Hm. Jetzt ist der Wohlibeer-Nei. Der ist schon wieder da. Ich kann ihn nicht respekten. Holla. Die Waldfee. Maxim. Die Waldfee. Ruf dich. Giant Belt. Giant Belt. Ich hätte auch keinen Belt. Eine Träne. Ich weine. Da hast du schon mal Wohlibeer. Ich weine. Hm, hm. Na Mumu? Nur Tag. Ich hab ein Spatular bekommen. Was soll ich denn mit einem Spatular? Hm. Siehste, deswegen sammelt man den ein, damit man den dann verbindet. Was? Was warst du mal mit einem Wukong? Äh, was mach ich damit? Okay. Fuck. Das ist ja totale Tricks-Scheiße hier. Hey, 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 hey. Wortwahl. Das ist extreme Shit-Kacke. Das ist besser. Ich hab eine Idee. Eis, hör mir zu. Mhm. Ich höre. Ich muss jetzt gewinnen. Gegen, gegen wen spiele ich? Also nicht gegen mich, aber ich hör dir zu. Gegen Therese. Oh Gott. Aber Therese spielt irgendwas Magiges. Das respektiere ich. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, Maxim, was das hier ist. Stell keine Fragen. Ich kann dir keine Ahnung. Du hast eine zaubernde Catelyn hast du da. Ja, frag mich doch nicht. Warum hat die Catelyn einen Zauberstab? Please die. Ja. Du musst auch mal ein bisschen Magier sein. Weiß ich doch auch nicht. Oh, Catelyn macht doch mehr damage mit dem Zauberstab, oder? Weiß ich nicht. Oh, nee. Tatsächlich hätt' ich gar keine Apis-Gelde drauf. Ich fühl' dass du richtig hätt' auch gemacht. Ich hab das komplette hint. Ich bin so überfordert. Du bist jetzt. Du bist jetzt safe. Irgendwann mal so extra damage gemacht damit, oder? Ich glaub' nicht. Die hat jetzt fast Entering gemacht. Ey, mag mir irgendwer erklären, was ich noch weiß? Nee, die hat 84 magic damage gemacht. Die macht gar nichts. Bruiser Crown. Und jetzt... Was ist denn ein Masterwork-Upgrade? Das ist dann... Da machst du ein Radiant-Item aus einem normalen. Okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Porzellan. Oh! Ich spiele Bruiser! Amumu. Den kriegt da niemals jemanden tot. Es ist so schrecklich. Oh mein Gott. Was genau schrecklich? Was genau schrecklich? Ich hab' Call to Chaos genommen. Und ich hab' dreimal Sniper-Focus bekommen. Bei einer Combo, die nur aus Bruisern besteht. Hä? Das ist so terrible. Ähm. Ja gut. Ja. Das wird jetzt Schmerzen vor sein. Bitte langsam, Sola. Ich bin echt schwach. Das ist leider ein Ding. Das ist nicht gut. Ich hasse Yon. Ich hasse Yon. Ich hasse Yon. Ich hasse Yon. Mach schön langsam. Ich hasse Yon immer noch. Ganz ruhig, Brauner. Holy shit. Ich hasse Yon. Hm. Ich hab' den da nie gespielt. Ich schreck' das alles um bei mir. Ja. Wirklich gutes Champion Design hat der ja. Ja, ja, ja. Mag' ich. So. Leute, es ist over. Ich bin jetzt Level 8 und hab' Tham auf 2. Dein Tham 1 war ja schon wieder fertig. Jo. Der hat 5400 Leben und diese seltsame, sich selbst regenerierende Warmox. Ich wünsche euch viel Spaß. Geh' ich bei Faded roll' ich jetzt oder bin ich für Level 8, 9? M-m-m. M-m-m. Okay. Sola, kannst du mir zwei Sniper geben, die aber einen Bruiser im Leben brauchen? Da mach' ich dir. Sehr lieb. Ich dir mega dankbar. So, ich glaube, ich esse jetzt die Yon. Ich mach' ihn nicht. I need to eat him. That's my Tham. Junge, Niklas, was ist das da bitte für den Riff? Wir haben in your tummy. Junge, wirklich. Was soll ich machen? Es ist so fucking bescheuert. Oh, mein Yon ist für sich nicht schlau. Nee, ist er nicht. Nee, nee, der hat sehr viel True Damage leider. Der Yon ist für mich wie dumm. Ich will nicht mehr Eis. Na, Kaiser, die Ghostly ist das sicher gut, oder? Warum immer sowas? Ghostly, Kaiser? Oh. Was braucht Kaiser so für krasse Items? Frage für einen Freund. Also erstmal immer Last Whisper. Ich glaub' mir noch nicht fehle alle meine Items. Das ist doch scheiße. Man, da ist nicht mal ne Belt mit dabei. Das ist doch scheiße. Wortwahl? Ach, wieso? Ich bin dumm. Ich bist nicht dumm. Nur ein wenig retarded. Okay, alles klar. Wortwahl. Okay. Ist Irelia besser als ein Ash, Leute? Kriegen wir noch mal einzelne Items? Bei den Monstern jetzt gleich? Frage, nix. Frage? Ich weiß gar nichts, ja. Alter, der Tami, oder? Der Tami ist Tiki, oder? Der Tami ist Tiki, oder? Der Tami ist Tiki, oder? Ey, frag mich nicht, was ich spiele, Juli. Ich weiß es auch nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Aber es ja irgendwie... Es funktioniert ja ein bisschen. Oder... Oh, ja. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Es ist super süß, wie du versuchst mich zu supporten. Aber... Der Anfang sah sehr gut aus. Ja, ja, ja. Okay, ähm... Ist das... Ist das der Move? Es muss der Move sein. Okay, warte mal die Atoren ab. Vielleicht ist ja noch irgendwas mit dabei. Aber das gefällt mir alles nicht. Und wo sind die Iden? Ich bin einfach... Es ist einfach alles zu schnell für mich. So geht's mir auch, ja. Fühle ich. Muss ich gleich dafür nutzen. Ist immer wieder lustig, dass ich jedes Mal, wenn dieses Turnier hier ist, irgendeine Komp spiele, die ich noch nie vorher gespielt habe. Also was ist das denn? Wie dann auf einmal trotzdem funktioniert. Also der Jona? Ja, ich kann dir nicht sagen, was ist das Maxim. Ich kann es dir legit nicht sagen. Es ist das, was ich... Oder entspann nicht. Es tut weh. Nee, ich bin hier gleich mit der Tasse raus. Das sind die Reste. Das sind die Reste. Unfasslich. Jungs, hast du wieder deine Irelia? Wie konstant hittest du die denn? Er war von in dem Rad drin. Das war ein Rad, eine Rad-Irelia. Ich glaube, wenn ich nicht getrollt hätte, wäre diese Kombo tatsächlich richtig gut. Hast du getrollt? Ich hab halt... Ich hätte ein Druiden-Emblem bauen können. Ich hab's verkackt, weil ich halt... Oh, das wär gut gewesen, ne? Das wär sehr gut gewesen für mich, ja. Deum. Ach, warte, ich hab's auch verkackt. Dass ich ja auch für Dings-Emblem gehen soll, für Heavenly. Aber vielleicht krieg ich ja noch eine Negatron. You might get one, yes, yes. Nee, ist es nicht. Das Ding ist, ich wollte für Porzellan gehen. Ich habe fast nichts gehittet. Das ist... Hat doch niemand... Also, Juli hat, glaub ich, kurz Lux gehabt, ne? Ja, einmal am Anfang. Ja, das war's. Dann hab ich's wieder verkauft. Ja. Aber ich krieg doch nicht. Es ist einfach... Ich brauch Gürtel. Meine Hose rutscht. Brauche Gürtel. Ich krieg kein Gürtel. Es ist einfach enttäuschend. Brauche Gürtel. Das ist einfach enttäuschend. Das ist einfach enttäuschend. Warte, ab jetzt wird's schwierig für euch, glaub ich. Das ist einfach nur sad. Kann ich nicht. Okay. Ich kann das nicht aushalten. Es tut alles weh. Yeah. Ab jetzt tu ich schon ein bisschen mehr weh. Bitte nicht. Außer meine Catelyn. Ich hab vorher schon die ganze Zeit wehgetan. Ich bin schon kein großer Fan davon. Ich bin ehrlich mit euch. Warum hab ich denn hier noch... Okay, komm, Gürtel. So ist einfach zum... Zum Mäusemelken ist das hier. Warte, ich hab wirklich. Es ist Pest gegen Cholera. Warte, ich hab keinen Schaden. Bitte beruhige dich. Ich hab auch keinen Schaden. Warum bist du denn so tanky? Ich hab auch keinen Schaden. Weil das ist das, was ich tue mit dieser Kombo. Ich glaub, ich müsste umstellen. Ja, aber du würdest mich. Hör doch auf mir alle Hoffnung zu machen. Ich hab... Ja, guck mich doch mal an. Ja, guck mich doch mal an. Ja, guck doch mal an. Warum kriegt meine Irea... Guck dir diese Riven an. Guck dir meine Looks an. Das ist mein Carry, die ist gleich tot. Warte mal. Finn, warum hab ich denn den Schaden bekommen? Die Seite und boxt die Looks. Du machst mich. Schmeiß mich raus. Als Achter. Wie geil. I'm sorry, Therese. Ja, alles gut. Weil, dass dieser Kuboku an der Seite langläuft und einfach die Looks boxt. Ja, aber ich hab halt meine Units schlecht gestellt, war my word. Aber, hä? Das war so lächerlich. Ich hab das geklappt. Nein. Okay. Oh. Ich hab keinen Plan, wie ich diese Aufstellung, Malu. Kuboku ist obviously meine stärkste Unit. Ich glaube, dass... Kuboku, ich hab den noch nicht einmal gekauft. Ich hab nicht meine Ahnung, was er kann. Aber die Riff holt mich immer noch ab. Aber warum hat sie jetzt einen Sniperfokus weniger? Weil das meine einzige Hoffnung ist, irgendwas zu leisten. Indem ich hoffe einfach, dass meine Fortnite so lang durchhält, dass sie was macht. Warum steht der Silas immer an der beschissenen Stelle? Also, Yon ist einfach der krasseste Assassin, den ich je gesehen habe. Ja, ja, der ist übel insane, ne? Aber er ist auch tot. Ich soll euch hoffen, dass es klappt. Während er gestorben ist, trotzdem noch meine Unit gekillt. It's fucking renewable. Wirklich, mit einem Dryaden-Emblem wäre das halt 10 out of 10 gewesen, die Combo. Das ist over. Jeder gute TFT-Spieler wird sich jetzt denken, was ein... dummer Mensch. Ich merke schon mal gerne, Armory-Items macht einfach gar keinen Schaden. Die, die... So, was kriegen wir jetzt? Oh, nee. Armory-Items. Ich glaube, das ist nicht gut für mich. Was hattest du denn versucht zu spielen, Solar? Oh, was macht der? Doog-Shit. Doog-Shit. Oh, nee. Ich brauche Silas. Aber, weißt du mal, sag mal, Ice, du spielst jetzt wieder Kaiser, ja? Du hast gedacht, das ist okay. Alle anderen dürfen nicht, aber du darfst. Nö, also, Legend, wenn sie mir halt in die Hände fällt. Also, Phil contestet immer meine andere Combo, die ich gerne spielen wollte. Ja, was ist denn die andere von dir? Äh, dass du halt mit Bruiser und Kaiser spielst, oder... Also, auch Kaiser. Ja, also, ich hab... Ich hab vier verschiedene Varianten Kaiser zu spielen, wenn ich sie über die hätte. Ja. Aber, warte, da noch drin. Ich kann Pac-Man spielen, und ich kann Tristada spielen. Also, ich nehm... Okay. ...Legend was von den drei Combo's, was ich hätte. Und das war leider jetzt immer Kaiser. Ja, aber es funktioniert halt irgendwie auch cool. So. Meine liebe Holla, bitte lass die Irea da in Ruhe. Oh, nein, meine Tanks sterben alle so schnell. Nee, nicht so. Ah, Phil, das war jetzt unangenehm. Oh, was ist das denn bei dir? Ja, ich kann die legit hinstellen, wenn ich will. Wenn die nicht raus sein. Ja, so fühlt es sich an, ne? Und wo die Ball weg ist? Was ist denn der Combo? Pat, was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Wenn ich... Oh, du hast null. Wenn er das mal wüsste, was er gemacht hat. Ich verstehe wirklich nicht, was ich gemacht habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich wünschte, ich könnte es euch sagen. Aber ich kann es mir nicht sagen. Och, lass die Kaiser. Ich hab den Zeiles nehmen können. Ich troll komplett rein. Ich troll die ganze Zeit. Die Alte ist der Mann. Max, das ist gut für mich, oder? Das ist gut für mich, oder? Ich... Ich manifestiere jetzt. Ich hab noch nie daran geglaubt, dass Manifestieren funktioniert. Aber ich manifestiere jetzt trotzdem. Mhm. Manifestiert hier ist jetzt den ersten. Let's go. Ich bin so fest am Manifestieren. Es ist einfach... Gegen wen spielst du dann gleich? Bin oder? Ich weiß es nicht. Ich weine einfach innerlich. Ich weiß es nicht. Ich hab einfach noch eine Sevilla mit Carry Items drin. Das ist für eine absolute Tragödie. Ich finde keine mehr, um die zu replacen. Also, ich kann euch sagen, Bruiser ohne cooler Augmente ist nicht gut. Bitte gönn doch einfach Silas. Eis, stell raus, Units. Verkauf bitte einfach. Ich will nur Silas 2 essen. Hättest du das einfach... Hättest du das letztes 5 Sekunden vorher gesagt, du hast es noch machen gönnt. Ja, aber da hast du ja noch nicht gesagt, verkauf alles. Komm, wenn du jetzt noch alles verkaufst, während der Runde. Spendig. Aber es geht doch gar nicht, oder? Ich glaube ehrlich gesagt, du bist trotzdem bad. Du bist gut, Tanki. Du hast mich fertig, Bruder. Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Ich will mich ja nicht immer über Yon aufregen. Aber ich muss mich über Yon aufregen. Also, ich hab den jetzt schon 6 mal tot gesehen. Oh mein Gott, warum so Tanki? Hey, Dioga. Der Silas ist 1. Ja, aber ich muss dazu auch sagen, ich hab keine Items für Kaiser, ne? Holla. Was ist das für ne Combo? What the fuck? Gönn doch Silas jetzt endlich, bitte. Einfach hier unten rein. Let's go, Holla! Ich spiel Horror-Games und chille und ich spiel einfach TFT und hab 300 Puls. Holla, der war auch 5 Reboot. Der RNG-Faktor. Auch, dass ich bei diesem scheiß Call to Chaos 3 mal nen fucking Sniper-Bogen bekomme. Boah, das ist ja voll knapp gerade. Viele sind auf 15 Punkte. Jaja, ich sag ja, die Berechnung ist übel krank. Also, wenn Bart jetzt weit genug oben landet, dann ist er noch dabei. Du hast Silas 2, Phil. Ja, musst du schon gefühlt erster werden. Ich hab Silas 2, ja. Warum? Das ist ziemlich cool. Warum? Aber dann würde er dir den Platz wegnehmen. Du kriegst 10, also die erste ist trotzdem raus. Aber die... Geil, ich würd gern erster werden. Ne, Maxim hat weniger Punkte als du. Komm schon. Neen. Oh, Bart. Weil Phil mir den Silas 2 geklaut hat. Ich mochte deine Kombo. Ach, ich mochte die auch. Der Bart hat jetzt aber 6 Punkte gekriegt, ne? Ja, ich krieg zu wenig. Das wird nicht für den Top 4 reichen. Ich hab 3, glaub ich. Kann ich nicht so 5 Punkte kriegen, weil ich ne coole Kombo geschrieben hab. Ey, mit 6 Punkten hast du mehr, wie wenn ich erstmal werde, Bart. Stimmt, du bräuchst 6 Punkte mindestens, ne? Ne, ne, das reicht nicht. Du kriegst jetzt aber schon vorbei, oder? Ne, ne. Doch, du kriegst 6. Du kriegst nix. Aber dann ist er bei 15 und ich krieg ja jetzt noch 2 oder 3. Dann ist jetzt eigentlich schon durch, oder? Ich glaube, Phil ist einfach zu krass. Ne, warte mal, Therese hat... Ne, ich hab 16 Punkte. Aber du hast... Kriegst du 1 für den letzten? Ne, ja, insgesamt hab ich 16 Punkte. Weil du 1 durch den letzten kriegst, ne? Ja, ja. Boah, dann ist er echt... Ach, du hast 17, Maxim. Also der Link ist drinnen zu dem Übersichtssheet, also dem Tracking-Sheet. Das heißt, du hast 1 Punkt mehr als ich. Aber Bart hat auch 15. Ich kotze einfach bei meinen eigenen Items. Da müssen wir safe nicht reichen. Doch, du hast genauso... Wir haben gleich viele Punkte. Ja, aber... Aber wie ist das denn, wenn ihr beide gleich will? Einen mit 17, 15, 15, 16. Also es gibt 2 Mal... Phil, dass du das jetzt gescoutet hast und ich grad nicht aufgepasst habe, nehm ich dir jetzt übel? Aber das sind zu viele Leute mit 15. Ich hab noch nicht einmal auf ein anderes Spiel... Hast du das jetzt einfach umgestellt hast, ohne zu scouten, nehm ich dir übel? Ja, das stimmt. Ich hab nichts umgestellt. Also es sind 2 mit... Ja, wie übrigens... Alter, das ist ganz schön stark, ey. Woher kommt der Backline denn? Wie, woher kommt der Backline denn? Von Autos? Das ist fucking Yon. Achso. Und Trickshots. Ja, Trickshots. Die Animation... Und Trickshots, ja. Ja, okay. Dieses Game ist so fucking crazy. Ich möchte auch bloß meine Morgana Stütze 3 haben. Ey, Yon ist halt wirklich einfach nur cracked. Yon ist ja... Wer hat das denn diesen Champion ausgedacht? Du musst dir vorstellen, deine Comp ist ja noch nicht mal maxed out. Du hast halt... Du hast einen Reaper zu viel. Du hast... Der... Du hast mal auf einen Reaper. Ey, ich könnte noch einen Heavenly haben. Richtig? Ich hab immer noch keinen Wukong gehittet. Ja. Ja, da fehlen dann noch so viele Units, actually. Das ist trotzdem so cool. Das ist insane. Und trotzdem halt einfach... Aber du hast erst zu 3. Ja. Achso, dann würde man Yon noch hochgehoben, also. Meinst du, das hilft dir? Ich hoffe, Yon ist komplett dumm. Yon ist ja komplett bastelt. Yon ist wirklich die wiederwertigste Unit, die es gibt in diesem Spiel. Ja, echt so, echt so. Das Ding ist, dein Filz-Kombo ist so gut gegen Squishy-Back-Line. Am Anfang mach's high, als was ne alle Yon. Ich glaube, du kannst Yon einfach nur contesten. So irgendjemand muss sich opfern, dass Yon nicht auf 3 geht, sondern auf 2, dann ist du ne Chance. Also... Gegen Yon kannst du... Ich hab ihn, aber ich brauch das Geld dann. Ich muss ihn leider verkaufen. Phil, stell mal alles in eine Ecke. Wenn du klumpst, dann kommt er nicht in eine Ecke rein oder was? Ja, aber es ist trotzdem scheiße. Also dann holt er halt nicht die erste und nicht die zweite, aber dann... Nee, aber dann hat Kaiser trotzdem mehr Zeit. Stell mal die Kaiser gleich nach hinten. Ja, ist richtig. Also stell mal Kaiser nach hinten. Genau. Alles zusammen. Das war zu spät. Ich musste noch... Ich musste noch mein Gold ausgeben. Ich kannst du... Also wenn er keinen Platz hat, dann fliegt er auch nicht durch, oder was? Genau, dann nimmt er das, was vorne steht. Das ist der Trick. Das sind auch nur so, wir beide Leute. Das hab ich beim Coaching, dass ich mir im Nacken gehört habe, angewischt. Nein, das hat überhaupt nichts gebracht. Das ist ja alles klar. Das ist ja alles klar. Das ist ja trotzdem egal. Das ist Pain. Alter, Ola. Ja, du glaubst. Fürs Ego. Fürs Ego. Let's go, Ola. Let's go. Ja. Let's go. Very Gucci. Muss auch mal sein, ne? Ja. Auch wenn ich die Katze... Auch wenn ich die Katze immer noch sehr creepy finde. Ey, das ist ja eine Katze. Das ist ja eine Katze. Erinnert mich hier ein bisschen an... Oh Gott, wie hieß das Spiel? Little Nightmares. Wo Little Nightmares 2, diese Lehrerin, die mit dem langen Hals so... ...kommt. Ah, ja. Genau. GG's, Lode. Ey, aber Holle, du wärst echt fast weitergekommen, ne? Ja, ne. Alles gut. Nein, aber wirklich. Wie viel ist denn das jetzt noch? Ist noch? Das ist ja schon ziemlich toxik. Na, auch mal drei. Ich wusste auch nicht, soll das jetzt motivierend sein? Oder soll das so... Guck mal, ganz knapp. Aber es hat nicht gereicht. Nein, mit Holle, einmal. Einmal. Ja, dann. Hallo. Ey, alles cool. Ich hab sowas anderes vor, heute. Ey, du hast mega gut gespielt. Tut mir leid, aber lass mal nie da sein. Wir wollten auch zusammen mit Maxime Minecraft spielen, oder? Ja, das war auch noch so ein richtiger Ehrenwin. Es war strong. Das Ding ist aber, für den Gleichstand in der nächsten Lobby ist das ein übelster Nachteil. Wir sind so ausgeglichen von den Punkten, ja. Also die Abstand... Also ich... Ja. Aber der Rest war schon echt tight beieinander. Es war wirklich knapp. Und ich hab halt in der letzten Runde echt hart getrollt, ey. Das ärgert mich ein bisschen. Aber naja. Ey, das war doch übel gut dafür, dass du in Anführungszeichen getrollt hast. Also ich kann mich auch beruhigen, Niklas. Ich hab auch richtig getrollt. Das ist... Das ist... Dass ich diesen scheiß Negatron-Mattler nicht rausgesammelt habe für die Spannung. Ich hab letztendlich einfach drei Items auf meiner Bank gehabt, mit denen ich nix anfangen konnte. Perfekt. Ja. Ja. Ich kann auch echt nicht... Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ähm... Sind die dann überhaupt schon fertig? Ja. Ja. Doch, das hat tatsächlich... Das stimmt. Ja. Hat Björn gerade auch markiert. Ice, Scissor, Phil, Maxim. Ja. Ey Maxim, du gewinnst das Ding, ne? Ich bin extrem scheiße. Ja. Wir werden nur noch Yon spielen. Ich werde nur noch Volibear spielen. Ich werde nur noch Volibear spielen. Weil Volibear gewinnt gegen Yon. So, das ist das Ding. Ja, let's go. Okay, jetzt sind wir feierabend. Vielen Glück euch. Jo, danke. Euch auch. Danke schön. Ich gehe wieder voll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. I'm rooting for you. Warte, Bart, du hast den Link gemacht, oder? Für alle. Ja, soll ich noch mal einen für Lobby 1 machen? Ja, Bart, machst du noch einen für das Finale? Achso, müssen wir jetzt hoch? Was für den Link? Ich weiß gar nicht. Ich denke, oder? Ihr könnt die anderen sonst auch runterholen. Aber ich glaube, wir können noch chillen. Die sind noch nicht fertig. Ich glaube, das fehlt noch. Es wird noch ein Platz sein. Ich gehe jetzt noch pinkeln. Wenn ich wieder komme, dann wisst ihr Bescheid, ne? Was solltest du denn? Alles klar. Stimmt, wir haben noch im Briefing diesen Finallink gehabt. Ihr meintet, die andere Gruppe ist stacked. Ist das true? Sind die deutlich besser als die? Ja, ja, ja. Also, Tunny ist ultra gut, tatsächlich. Boah, die haben Tunny. Jaja, Dalu ist sowieso immer gut in Games. Wobei, ich glaube, Dalu ist in dem Game nicht so gut. Doch, doch, doch. Dalu ist Zweiter overall in der Lobby. Der hat sich komplett reinge... Du kannst nie sagen, dass Dalu in einem Game nicht gut ist. Ja, ich habe ja nur eine Training-Session gesehen und da hat er sich gefreut, dass Seed-Clubs entstanden sind. Dalu ist einfach immer crack. Ach guck, jetzt ist reingeschrieben worden, wer dabei ist. Ich habe euch den Link für Lobby 1 in die Lobby 1-Chat gehauen. Also, wenn ihr switchen müsst im Channel, könnt ihr immer an den Lobby 1-Channel gucken. Dankeschön. Ja, du bist so krass, wirklich. Gerne, gerne. Dann habt noch viel Erfolg und gewinnt bitte für unsere Gruppe. Danke. Machen wir. Tschaui. Tschaui. So, Leute, wer spielt von uns jetzt den Yon in der anderen Seite? Wir gehen mal hoch und versuchen, die komplett zu grieven. Leute, ich werde Kaiser durchforstet. Ah, stimmt. Wir können uns jetzt ja alle auf eine Koppel konzentrieren. Ja. Okay, dann würde ich... Einer von uns geht Yon, einer geht Volibear, einer geht Kaiser. Einer kommt mal Reborn. Wir können es aufteilen, ja, Tatsache. Das ist ja, wir können das... Das ist mega. Und dann sagen wir das alle nicht. So, was hat... Ich guck, ich scout mal schnell, was Toni gespielt hat. Na? Weil die war wirklich sehr stark. Du weißt denn jetzt Darlukat, Yanni, Toni und Brücki sind weiter. Ja, das steht... Ja, genau. Ach, endlich mal ein Game ohne Kani, sehr schön. Au, au, au. Aber der war Master oder sowas, ne? Ich finde so die Verteilung, dass vielleicht ein bisschen Zeit gegeben worden ist zum Üben. Aber das kein so richtiger Master oder sowas Spiel damit macht, finde ich viel angenehmer. Ja. Ich würde auch sagen, so overall war das ganz gut ausgeglichen. Also ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ich habe ja jetzt die letzten zwei Tage... Ich werde einmal kurz die Grundlagen erklären lassen und halt ein paar Games gezockt, um halt so zwei, drei Kombos zu finden, die mir halt gefallen. Ja, war bei mir eins zu eins das Gleiche. Ja, genau. Und das war es dann auch. Ja, dadurch, dass ich bei diesem Boxbox-Bootcamp-TFT-Turnier dabei war, habe ich halt am Anfang viel gespielt und dann jetzt am Ende gar nicht mehr. Aber ich habe auch schon da nur diese eine Comp-Hardforce. Das ist ganz schön praktisch. Die Sache ist, ich habe es halt extra nicht Hardforced. Also ich spiele diese Bruiser-Kaiser-Kombo, spiele ich auch sehr, sehr gerne. Naja. Aber ich habe halt gesehen, dass du sie immer Hardforced hast und deshalb habe ich einfach die Finger davon gelassen, damit ich halt nicht die ganze Zeit contestet werde. Ich kann halt einfach straight up nichts anderes, ne? Also ich muss Hardforcen, weil ich halt keine andere Comp kann. Das finde ich ist halt so das Respekt an Kaiser. Also Kaiser ist eigentlich gar nicht so strong, aber dadurch, dass du halt mindestens drei verschiedene Wege hast, sie halt safe zu spielen, mit einem guten Weg ohne viele Lebenspunkte zu droppen, bringt sie dir halt immer so irgendwie einen dritten Platz oder sowas. Ja. Der muss ja dann rollen. Also ich zum Beispiel hatte jetzt auch nicht eine, oder doch, ich hatte wahrscheinlich ein, zwei, aber niemals genug, um sie quasi aktiv zu spielen. Also ich war sehr überrascht, dass Syrah mit als Item-Holder für Kaiser so gut reingecarried hat, to be honest. Ja, die Pflanze doch kackert. Als ich Syrah gelesen habe und dachte, sie macht die Plans, dachte ich, das ist wie die Alte, die fünf Millionen Pflanzen links und rechts gemacht hat. Ja, dachte ich auch erst. Und dann sind die ja so bad. Ja. Aber hey, Autotex hat sie trotzdem. Ja. Aber das fehlt doch irgendwie, dass halt andere Units halt auch gut spielbar sind. Also ich finde, von den Vierer-Units gibt's halt ein bisschen wenig Auswahl, was man wirklich aktiv spielen kann. Also Ash macht quasi, ist die schlechtere Variante von Kaiser. Ja. Kaiser hat so einen starken... Also die hat ja quasi den Vorteil, sie smasht einen Tank und killt noch die Backline währenddessen. Ja. Ja. So. Und Ash sagt sich, ich kann das auch. Ich ulti und mach die Hälfte vom Damage und hab 100 Mana kosten. Ja. Ja. Übel dumm. Und der Rest ist halt alles Dreier-Units, ne? Tristana ist gut, Volibear ist gut, Yon ist gut. Ja, ich würd' nicht sagen Yon ist gut, ich würd' sagen Yon ist absolut giga-omega-OP. Aber ich wusste letztendlich, dass man klumpen kann gegen ihn und wenn man zusammenstellt, dass er halt nicht in die Backline reingeht. Das war natürlich... Ja. Achso, scheißegal in dem Moment. Ich wollt grad sagen, also ich hab ja dann irgendwie, glaub ich, geklumpft, aber das war dann trotzdem FS. Ja, also bei Yon, da war's egal, ja. Das braucht glaub ich auch so viel Stärke. Vor allem, weil ich... Also ich hab so Meta-TFT, das ist so ne App, die dir immer sagt... Wir sind schon in einer Runde weiter ernst. Ja, genau. Und wie hoch die Win-Rate ist. Und gegen Yon steht bei mir immer so 50, 60, 70% Win-Rate und ich verliere jede Runde gegen Yon. Es ist so weird. Das hat schon nach vorne geklappt mit super viel CC. So. Also manchmal ist das so, dass er vom Positioning sich auch irgendwie verpackt und an so einer Mumu hängen bleibt, dann hast du auch noch ne Chance. Also ich sag ganz ehrlich, ich hab eben ein C-Field gehabt und hab den jedes Mal hochgeworfen. Oh ey. Es hat gar nicht gemettert. Das ist halt wirklich... Aber das ist smart, ja. True, das ist smart. Okay, gehen wir jetzt hoch zu den anderen eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ne? Die kommen ja nicht runter. Ja, dann lass es nach oben. Die ist ja oben jetzt ausgedünnt. Guck mal machen. So, ihr Flitz-P-Bluch. Moin. Hallo. 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 Tschüss. 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 So, also wir haben gerade schön entschieden. Yon ist verboten. Wir werden geraded. Wer hat denn bei euch Yon gespielt eigentlich? Und jeder hat damit gewonnen. Oh mein Gott. Nee, ich hab verloren. Ich war schlecht damit. Aber sonst... Du hast doch Kenyon 3, oder? Doch, hatte ich dann. Aber zu spät. Wir werden geraded. Ah, ich see. Zu vielen Schmerzen. Markovsche Lack. Ich hatte vorhin's. Irelia 2 auf 7. Das war Lack, ja. Das war Lack. Habt ihr dabei gequatscht, oder habt ihr euch auch so try-hard gemutet? Also wir haben, glaube ich, die Sonnenblumen-Gruppe gehabt. Ja, ist wirklich so. Wir haben da gechillt. Es war schön. Wir haben jeden geflamed, der auf Platz 1 war, egal mit welcher kommt. Warte mal. Habt ihr die ganze Zeit weitergeredet? Wir waren die ganze Zeit hier und haben gelabert, ja. Oh, wie süß ihr seid. Ja. Wir haben uns auch gegenseitig angefeuert. Wir haben... Motivation. Danke, Holla, für den Rack. More energy. More energy. More energy. We're back. Ja, aber sonst die Hackordnung bleibt. Also wer Kaiser, Ione spielt, auch zu viel Volibear ist nicht gesund. Achso, und ihr wisst, die Grundregel ist bei diesem Turnier, dass die erste Vierer-Unit, die ihr seht, müsst ihr auch als Carry spielen. Außer Ash. Oh shit. Nein, Ash müsst ihr ausspielen. Und die zweite Regel ist, am Anfang wird ja ausgelost, wer auf welchem Feld ist. Und derjenige, der ausgelost wurde, der kann seine Comp spielen, ohne Contested zu werden. Ja, der muss callen aber. Das klingt sehr quatschig. Oh, zum Glück habe ich mir eine eigene Rede mitgebracht. Wir haben, glaube ich, die entspanntere Gruppe da unten. Also, ich kenne auch nicht mal alle Charaktere. Ich muss die Namen immer lesen beim Rollen, ich kann nicht auf die Bilder achten. Ja, die Bilder sind auch ass. Ich gucke auch mal auf die Namen. Jaja, ich kann ja auch null erkennen, die Champions. Ich muss selbst, wenn ich die groß sehe und auf diesen Deckbilder oder wie das Ding heißt gehe, kann ich die auch nicht erkennen. Also, den Deckbilder muss man noch überarbeiten. Ich möchte, dass da ein großer pulsierender roter Kasten drum ist, wenn die kommen. Scheinlich auch gut. Weil sie automatisch rausgekauft werden. Ja. Das wäre eigentlich doch so. Also, du hast einfach vergessen, den auszumachen und er kauft ja irgendwelche Schrott-Units die ganze Zeit raus. So, na gut, wollen wir starten oder? Warten müssen wir auf ein Kommando warten. Äh, ich wollte noch auf Kommando warten. Oh, es gibt ein neues Overlay, ja? Genau. Overlay ändern. Oh shit, wo ist das? Warte mal. Das hat er reingeproachet in die Stücke. Ach so, ja, ich wechsle die ganze Zeit durch in der Shitcore. Ich bin da so lost. So, wieder da. Wir werden bestens versorgt mit allen Links. Ja, mega. Björn Carrey. Also, jetzt muss ich hoffen, einfach nicht achter zu werden dreimal. Ach, ich bin damit auch zufrieden. Da haben wir aber auch alle denselben Plan irgendwie. Spaß haben. Wie war's denn bei euch von der Verteilung her? Bei uns waren, also jeder, also wir haben vier verschiedene Gewinner gehabt. So. Ich bin dritter, dritter und dritter geworden. Oh, das ist sehr konsistent. So war ich früher auch bei den Kanälen. Nalu, ey. Das ist voll gut. Das ist eine Konstante würde ich sehen. Der Breaking Point ist ja ab vier. Na, sechs oder vier Punkte ist ja schon ein großer Unterschied. Okay, wenn ich Nalu schon sehen mit dem Team, oder? Okay, guck mal. Jetzt können wir festlegen, welche Coms wir spielen. Okay, Leute. Wir können gleich sagen, drei Champions. Finde ich klasse, aber ich fühl mich, ne? Ich muss hier schwitzen. Das ist ein Turnier. Hallo? Du schwitzt wirklich? Bröki, bleib hier. Du musst noch zum Training nachher. Bröki tryhardet das. Hier wird nicht getryhardet, Bröki. Was machen wir denn? Ich muss tryharden. Nein, du bist in der Finale-Lobby. Du hast schon gewonnen. Drei Champions? Du willst doch nur Kog'Maw spielen, oder? Bröki, ich werde dich sonst nur griefieren. Ja, Kog'Maw Shogat. Das ist mein Ding, ja? Das ist mein Ding, ja. Das ist mein Ding, ja. Wenn ich diesen Mute-Button sehe, bei Discord. Nein, das ist nicht. Auch wenn du subst, ich bedanke. Gerade dann. Das ist ja eine gute Entscheidung. Oh. Hat sich Adi leider gewonnen. Ich copy-paste dein Board. Ich versuche 1, 2, 1, das gleiche zu spielen. Ja, dafür gibt es ja auch mein Spiegel. Boah, das wäre geil übrigens. Das Spiegel, das gesamte Board von einem Spieler. Du verkaufst alles automatisch und kriegst genau die Units, die der andere hat. Genau, automatisch auch die Units kaufen, die der andere kauft. Ja. Und seine Items und deine behältst du. Der Traum. Na gut, da fühle ich mich wohl geforst. Du bleibst jetzt hier. Ey, keine Sorge, Brüche. Wir entspannen uns. Da warst du immer alleine, Phil. Das war mal sehr schade. Ja. Also ich muss quasi, damit ich was verstehe, immer mit mir selber reden. Und ich will ja euch nicht die ganze Zeit folgen. Wie kannst du ruhig deinen Gedanken von uns teilen? Nee, weiß ich gar nicht. Okay, also kann mir jetzt einer sagen, kann man diesen Kopugo spielen? Ja, ich verkauf den immer. Der sieht super troll aus. Der sieht aus wie auch so ein Platzhalter. Also der hat später dann 6000 Leben, wenn du hier diese Hedgefonds und so einen Scheiß hast. Ah, wichtig. Dafür habe ich ja schon mal den Early Reforger bekommen. Ganz wichtig. Aber sonst ist der ganz schön fucking troll. So, Brüche, was hast du gespielt? Ich habe gespielt. Einmal Fated. Einmal... Ich habe es vergessen. Also mit der Fier hast du das gespielt, ne? Oh nein, ich habe meine Painter-Tie vergessen. Was? Du hast Ash-Carry gespielt? Nein, Dalu. Ich habe zweimal Ash-Carry gespielt. Okay, lol. Aber die Frage ist ja, hat das funktioniert? Nö, aber... Aber ja, ich habe es trotzdem gespielt, ne? Weil ich da ja nichts kenne. Oha. Da kenne ich ja gar nichts. Die Konzentration jetzt alle plötzlich ruhig. Ja, nee, nee. Da war gerade viel zur Auswahl. Da war gerade sie viel zur Auswahl. Genau. Ich sage es, wie es ist. Guck mal, lächelt mich schon an. Ich, äh... Der darf noch mal grinsen, ne? Ist ja ein... Süßi. Ist ein Cutie. Bin ein bisschen aufgeregt, ne? Hallo. Ich bin legit davon ausgegangen, dass ich nach drei Runden nach Hause gehe. Hallo. Ich habe einen Trainings-Clip von dir gesehen und ich fand es sehr lustig, weil du hast super lange zwei Crit-Glofs übereinander gehalten und dich richtig gefreut und dann gesagt, die gehen jetzt was klauen. Ja. Das war die niedlichste TFT-Aussage, die ich je gehört habe. Der Itemstealer. Genau, der Itemstealer. Der Extendo-Arm. Der Extendo-Arm, den hätte ich auch... Die gehen jetzt was klauen. Das war... Er braucht das Training so, aber ganz dringend. Aber hast du ja offensichtlich weit gebracht. Ich habe heute mein erstes Rank-Match gewonnen. Oh, das ist stark. Ich hingegen... Dank der Paint-Datei von Solo. Ich darf hier gegen Eis kämpfen, der auf fünf ist. Ja, mit sechs Units im Feld. Na gut. Das ist schon... Kale macht auch noch mit. Ich sage ja immer Masse statt Klasse. Das tut halt massig weh. Ohne Schmerzen. Darf ich dir mal meinen Bart zeigen? Hm. Ich zeig dir mal meinen Loon. Loon in Early ist irgendwie geil, muss ich sagen. Kleine Pappschild ist irgendwie schön. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber echt zu spielen sind im Winter im Wild. Na, aber... Ich mag den Charakter einfach. Also, es sieht einfach cool aus. Es ist nur fucking useless. Ja, es ist halt einfach die 600 mal schlechtere Kaiser, das ist so mein Gefühl. Also, Bröcki, wenn du dich im letzten Cinematic neu verliebt hast, dann sag das ruhig. Aber zu Recht auch, oder nicht? Und zu Recht, absolut zu Recht. Äh, war nur ein Spaß, Schatz. Keine, keine Gnade. Ja, Bröck, Mann. Toni, wer hat das angefühlt? Äh, Toni ist gemuted. Sie ist einfach gemuted. Toni, sie ist aber Toro gemuted. Also, ich kann sie nicht mal beleidigen. Ich ping sie jetzt. Oh, Mann. Ab jetzt. Das ist schon alles nicht in Ordnung hier. Gibt es gar keine Economie, ne? Was war so eure Most Contested Comp in eurer Gruppe? Also, es gab jedes Game Jona. Und es gab... Das erste Spiel hat uns alle gebrochen, weil die Top 3... Alle Kaiser. Alle Kaiser 2. In drei verschiedenen Varianten. Und der Rest dachte sich... Ja, gut. Das war ja schön kreativ, was hier... Ansonsten Ion, Volibear... Tristana hat, glaube ich, keiner gespielt, actually. Doch, doch, doch. Aber Tristana konnte ich keine Endes mehr geben, weil der Volibear so hungrig war. Und wenn die Rea da ist, ist auch Tristana einfach nur noch ein Beiwerk. Und Tristana ist actually sehr drunk. Hallo. Aber ich finde ja geil, dass Tristana, selbst wenn sie stirbt, auch wenn sie in der Animation ist, immer den Schaden noch durchbringen. Da bin ich auch actually sehr dankbar. Ja, das ist wirklich sweet. Weil die ist viel zu lang, die Animation. So, ich nehme mir das mal. Na dann sind wir beim Thema Tristana. So. Ich bin young, wild and free, Leute. Lassen Sie mich durch. Ich hätte auch den Jone nehmen können, aber... Aber nein. Machst du nicht? Ich möchte im ersten Game der Lobby nicht einen so schlechten Eindruck hinterlassen. Da möchtest du noch nicht dein wahres Gesicht sein. Guck mal, der wird jetzt gedeutscht. Ja, du ekelst. Stück Scheiße. Das wäre in der letzten Lobby nicht passiert, würde ich nochmal sagen. So, ich mache es einfach mal öffentlich. Spielt jemand jetzt fated oder nicht? Was ist denn fated? Na, sehr gut. Muss gucken, was ich kriege. Aber, ja. Ja, dann höre ich euch mal nichts mehr hören. Weil dann spiele ich das jetzt nicht. Dann spielst du nicht fated? Ich spiele jetzt fated. Das war... Du hast nicht gesagt, ja, du machst das. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Eine fated Juni auf deinem Boardsee, Janine. Dann haben wir ein Problem, ne? Das klassische, das war's für dich. Ach, das muss doch nicht. Das reicht doch. Das ist ja auch frech hier. Wie connecten die sich eigentlich diese fated Dinger? Ich habe das noch nie verstanden. Du ziehst einfach übereinander. Und dann kriegst du... Ja, aber... Wie... Wie connecten die sich? Weil manchmal ist es nach vorne, nach hinten... Also du ziehst... Malta, hast du das gesehen, Philipp? Richtig, genau. Du ziehst die... Du nimmst die einen Charakter quasi so in die Hand und ziehst die auf den anderen. Und dann kriegst du den Bonus für alle. Also am Anfang... Was soll das hier? Und dann wird alle. Ja, lol, okay. Guck dir meine wundervolle Wamper an. Jump! Und Timo on duty. Finde ich doch jetzt schon geil, weil einfach Dalu jetzt schon contestet wird. Finde ich mega geil. Dalu ist jetzt schon wieder out of prep. Out of prep? Warum? Was spielt Dalu? Immer ans... Immer ans Herz der Karten glauben. Die kommen noch. Na gut. Es wird passieren. Aber warum muss es denn eine Morgana sein? Muss ich irgendwas anderes sein können? Und warum, Bröki, willst du, dass ich contestet werde? Ich kenn nicht mal die Items. Ich baue nur nach einem Ikea-Bauplan. Weil du dreimal Dritter geworden bist und mehr Grund dazu als ich. Das finde ich schon nicht schlecht, wenn du einmal contestet wirst. So, also ich habe jetzt einen Ione mit Titanic. Okay? Das ist jetzt nur Optik. Okay? Dalu? Der ist nicht echt. Du hast also einen T2, Io. Nee, T2 wäre sick. Aber... Therese, du weißt schon, dass es auch darum geht, Units auf Stufe 2 zu bekommen, oder? Sag mir das doch mal einer früher! Ich spiele den Mark of Style. Der levelt. Ist schwach. Oh man, ich hätte gar nichts. Ich habe die ersten zwei was bekommen und seitdem... Ich sammle die Losers. Sehr gut. Drück, ich zeig sie ja. Ja. So, haben wir uns gezeigt. Und dann noch gewonnen. Und dann noch ingame gewonnen. Haha. Das ist doch schön. Ein Wohli-Bär, was halten wir davon? Du darfst den für 3 Gold verkaufen. Ich müsste ihn erst verkaufen dafür. Kaufe ihn, verkaufe ihn. Danke. Ich hätte jetzt richtig Schiss gehabt, dass da eben keine Morgana, sondern einfach eine fucking Kaiser stehen. Nee, nee, nee. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Morgana überhaupt herkommen. Also... Mit 2%. Ja, ich finde Morgana auch, weiß ich nicht. Ich war ja vorhin auf AP gespielt, hat sich jetzt nicht so geil angefühlt. Das ist wie zu langsam. Das ist so sad irgendwie. Ja. Sie hat legit ein Jahr braucht. So, ich krieg hier zu viele Tränen. Minionen. Minionen ist auch nicht... Also, müsst ihr nicht. Nein, mach ich nicht. Keiner zwingt euch. Ey, so bin ich heute nicht. Nobody is swinging you. Ist das gut? Der bringt mir eigentlich gar nichts, ne? Doch, kann ich Storyweaver, Syrah, right? Ja. Was ist das denn? Hallo, Bruggi. Level 6, 20 Gold. Nee, das ist, also, potenziell, es könnten 30 sein. Hm, dazu muss ich jetzt aber gewinnen. Und damit hätte ich ja jetzt ein Problem auch. Ja, ich muss jetzt hier... Das klappt, oder? Das klappt leider, ja. Boah, die Castle-Animation kam aber noch durch. Im absoluten Schwitzer-Modus, da krieg ich ja fast was tot. Ja, ja. Oh, aber... Oh, bitte, Heidi, ich bin gezogen. Und BAP! Preisgold. Wenn das nicht schiefgegangen wäre, hätte ich erst recht. Aber Bruggi, es tut mir echt leid, ne? Aber es ist... Du willst mich, nein, du willst mich jetzt komplett verarschen. Nein, nein, Fated hat mich gewählt. Fated hat mich gewählt. Nein, 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 du kannst immer re-rollen. Du kannst immer re-rollen. Oh mein Gott. Du kannst immer re-rollen. Gibt hier, glaube ich, ziemlich viel Stress. So, ich möchte jetzt nochmal dazu sagen, ich habe jetzt eine Rune gewählt, die bisher die wenigsten Freunde macht. Und zwar lautet diese Everything goes. Nee, everything must go. Das bedeutet, ich kaufe euch jetzt sämtliche Free Costs raus. Units buy and sell for zero gold. Get one gold. Bitte was? Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, meine Bank ist voller Units, die ich nicht brauche. Das ist ein gutes. Dann wird es schön. Du kannst es machen. Okay, ich verstehe. Das musst du mir jetzt erklären. Was heißt das? Ich bezahle null Gold für Einheiten. Aber er kriegt auch null Gold fürs Verkaufen. Ah, okay, okay. Aber er... Also re-rolls und leveln und so muss er schon zahlen. Aber kostet halt nichts. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt eine Unit aus der Karussell nehme, das ist eine Five Cost, kriege ich legit null. Aber dafür ist ja so hast du ja pre-gelevelt ziemlich hart. Das heißt, es ist ja trotzdem sehr, sehr nice für dich eigentlich. Ja, das hoffe ich mir auch. Wenn jetzt Riot Games die Zahlen auch in meinen Favorit twistet. Also ich habe den Jonen-Mann getötet. Darauf bin ich schon sehr stolz. Der Rest ist natürlich ziemlich scheiße gelaufen. Der Rest ist gut. Guck mal, jetzt bin ich bei 39 Gold und wisst ihr, wie der Chat eskaliert, wenn der keine Ahnung von TFP hat? Verkauf die Korkma! Verkauf die, bitte! Das wird nicht. Based on chosen spirit. Ja, okay. Was ist denn jetzt los? Kann mir das leider kurz erklären? Im Speedrun? Ja, du kriegst halt Defensiv-Item, Utility-Items oder Attack-Items. Danke. Danke für nothing. Hallo. Nee, das hat mir schon geholfen. Okay. Ich glaube, hier sind nur Nüsse reingeflogen. Ich würde mich da gleich mal drum kümmern. Okay. Also es kann jetzt sein, dass ich jetzt einen Jone 2 bekomme. Das heißt aber nicht, dass ich ihn spielen will. Also, dass du das so wieder gespielt hast. Du hast zweimal Jone schon bestimmt auf dem Bord, du hast nur Jone auf dem Bord. Nee, das ist jetzt... Da schäme ich mich. Aber es ist noch ein Duellanten-Jone. Also er hat keine Freunde, die ihn respektieren. Also gefühlt gibt auch jede Fähigkeit in dem Zeit irgendwie Shields bei den Tanks. Kann das sein? Jo, aber es gibt nicht ja dieses Shield-Shred-Item, oder? Also ich sehe einfach jede Runde einfach nur Shield, 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 Shield. Wieso kriegt ihr denn ein Shield bei einem Dash? Es ist so ein schlechtes Design. Ja, wer die sagt, er Shield, 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 Shield. Das ist so dumm. Ich nehme mal die Kaiser raus, wenn das so euch okay ist. So, na klar, na klar. Dips of Orn, Dips of Orn, Dips of Orn. Wer auch nimmt, kriegt Ärger mit mir. Sie ist doch sogar gemuted. Dinger, weg, Pot. Okay, Brücki. Nee, das ist, es muss ja jetzt auch mal, es geht von einem Scheißfeld von oben nach unten. Call ruhig nochmal. Call ruhig nochmal. Ich musste, ich musste meinen Call abgeben und dann musst du deinen Call leider auch abgeben. Ich hab gar nichts gecallt. Ich weiß, ich bin ja gar nicht gelangt. Ich weiß doch genau, was du spielen willst. Achso, 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 ja. Ich verstehe. Ja, ich kommitte jetzt auf You, ne, glaube ich. Saki! Und dann steht Schule hinter dir. No prison can hold me. No prison can hold me. Besser, einen Bart 1 oder einen Timo 2? Bart 1. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig, was Bart macht. Bart macht übel viele Auto-Attacks mit den Meeps. Ah, okay. Da fliegen deine... Wageblade oder sowas wahrscheinlich ganz nice. Ja, ich glaube, da wird sogar Double Rageblade und Gunblade gespielt, weil der hat sehr, sehr... Okay, was willst du auch mal diese Kombo von Dalu macht? Sie macht auf jeden Fall hier. Ah, hä? Tanz doch noch mal, komm. Jo, würdest du mir bitte... Würdest du mir bitte... Ja, ja, komm, da kriegst du den Bauch. Für die Pilze, die du mir gegeben hast. Für die Pilze. Oh, Sins hat das Spiel verlassen. Die Horn ist sehr groß. Einfach das Lahn-Kabel gestochen. Die Horn ist einfach... Oh, das ist schön. Infinite Remover finde ich total toll. Den liebe ich, ey, weil ich eh immer meine Items überall drauf haue. Das ist... Completely random. Zum Slam ist das übelgeil. Yes. Ein clean banger. So. Was gibt's denn hier noch für Umba-Units? Wo sind denn so meine Units eigentlich? Frag mal da oben die beiden, die on fire sind. Ich bin nicht on fire. Musst du ein bisschen suchen. Dafür brennt dein komisches Hühnchen, aber ganz schön zu einem Chicken Nugget. Zwei-, dreimal rollen oder so. Das ist ein Ione-Nugget. Ach, nicht schon wieder gegen Ione und der hat auch schon die Kaiser da stehen. Die Kaiser wartet auf mich. Die wird dort nach einer Altersschwäche sterben. Das ist mein grober Plan. Aber das schaffst du. Bin ich noch zu schafften? Ein Außer-Tristana macht jetzt einen Omega-Kill. Oder nothing. Ja, ich muss jetzt mal hier auf Reaper und so weiter umstellen. Ohne Reaper ist schon sehr lame. Oh, das krieg ich glaube ich noch umgebaut. Okay, Reaper ist ganz schön beefy. Ja, da war die Hornisse dann auch im Discord. Die Hornisse hat gewonnen. Also, hoffentlich doch nicht. So. Light him up. Ja, perfekt. Gib mir mehr Zauberstäbe. Finde ich richtig geil. Oh! Klingt ironisch. Ja, aber will jemand ein bisschen zaubern? Mit deinem Stab, oder? Du darfst auch mit deinem Stab zaubern. Das war eigentlich ziemlich nice. Reforger sei Dank. Ich finde keine... Hat mal jemand Jorick für mich, oder was? Was ist hier los, Mann? Das war eigentlich meine erste Unity, die ich hatte. Aber ich hab's dir einfach weggegeben. Ja, besser so. Ja, ich denke halt an dich. Das ist lieb. Wo kommt der Udi her? Das bist du. So, Jone, du musst jetzt Überstunden machen. Ohne Crit. Kannst du das? Hallo, aua. Also, Ash sieht schon echt scheiße aus. Aber war knapp, oder? Ja. Ganz schön böse jetzt von dir. Aber du hast auch nicht unrecht. Aber trifft sie überhaupt mit allen Feiern? Es ist so aus, ob sie einfach kurz und quer schießt. Aber sieht trotzdem cool aus, hört mich. Das ist ja. Ich glaube, ich bin wieder da. Hallo? Ja, das ist ja da. Aber die Honnissa hast du besiegt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Es war auch noch eine Biene. Aber mein Internet dachte sich so random. Bye, have a great time. Und jetzt schwierig. Oh, ich hab hier zwei Ashes im Angebot. Ja, dann hau dich mal schnell weg, ne? Also, weg mit... Ja, ich kommst hier raus. Du hast recht. Okay. Ich meine, wenn das wenigstens so dieser rote Skin wäre, den es gibt, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dann wäre es schön. Aber der Skin ist mir irgendwie... Der ist mir ein bisschen zu scheinheilig. Boah. Was ist das denn? Ach, das wird ein Aphelios-Kombo. Wer ist das? Ach, das ist Janni. Einer, das bin ich. Fällt da etwa Autofill? Ich hab das gecallt und dann habe ich zwei Leute, die mich contesten einfach. Ja! Super cool, feste Reihen. Ich muss auch sagen, Aphelios hat mich bisher abgeholt. Ich habe ganz viele Lobbys gesehen, wo Aphelios-Kombo's gewonnen haben. Ja! Da hat Autofill-HP verloren. Wenn ich bedenke, dass gerade Aphelios und Fresh Level 1 waren und die mich trotzdem gefickt haben... Wortwahl! Entschuldigung, die mich gefickt haben, was? Okay, noch mal Wortwahl. Ge-fing-er... Gefingert, das ist okay. So, ich brauche einen Kha'Zix, Leute. Das ist mir ein bisschen peinlich. Aber ich habe den Kha'Zix vergessen. Jetzt habe ich hier drei Reaver haben. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, du bist Level 8 und hast den Kha'Zix vergessen, dann sage ich viel Spaß. Ja, genau. Ne, Level 7 würde ich noch. Na, dann geht's ja noch. Der Reone ist, der hat noch nicht genötige Power. Aber er ist einfach schlimm. Was hat mich von dir da gewonnen, Schottet-Sysa? Ja, das war die Kaiser. Ja, natürlich ist es Kaiser, das aber auch nicht. Ja, es ist immer Kaiser. Suchst du doch selber auch, sag doch mal nicht. Ja, doch. Gib doch zu, dass du die suchst. Du hast ja noch ordentlich viel Brot auf deiner Map gelegt. Ich kann auch immer sagen, wir haben mindestens drei Kaiserspieler auf dem Board. Schon wieder. Ja, das Ding ist, ich kann nichts anderes. Also, ich kaufe die einfach nur raus, weil die für mich kostenlos sind. Okay? Du hast mal gesehen, du bist schluss. Oh, ist da eine Kaiser? Oh, guck mal, dann nehm ich die jetzt. Ups. Sag mal! Aber, also, du hast gesagt, du kaufst die raus, aber du kannst sie ja für null verkaufen. Ich mach die auf drei und dann stell ich sie rein. Weißt du was? Ich guck mir einfach einen Way. Ich mach mir selber Kaisers. Das ist eine Idee. Das ist mein Plan. Du hast ja wirklich jetzt auf zwei Sarg einmal. Ja, ich hab nur Tilt Augments. Stimmt, ja. Ich hab mein drittes gar nicht ausgewählt. Das ist einfach passiert. Ne, doch, hab ich ausgewählt. So. Okay, wir haben Ione drei. Aber. Woher krieg ich jetzt den scheiß Kaisers? Sag mal, ich bin einmal auf deinem Board, Bröke, und dann passiert sowas. Sei öfter bitte hier. Ne. Also wirklich. Ich komm noch nicht mehr. Weißt du, jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch gegen dich spielen. Ne, muss ich nicht, Gott sei Dank. Oh, ne, das wird nicht besser. Ich hätt lieber gegen dich gespielt. Haha. So. Shani, wir drehen wir noch mal ganz neu. Hm. Witz. Wenn du mich noch rauskriegst, dann haben wir ein Problem übrigens. Zwischenmenschliches Problem auch. Also dann, dann hört's ja aber komplett auf. So, der Kayne darf gerne endlich sterben. Ich dachte eigentlich, dass wir ganz gut mit er waren müssen. Der Kayne hätte noch ein bisschen länger leben müssen. Oh, komm schon. Ja. Da ist doch alles gut. Uiuiuiui. Also der Jurek ist aber sehr... Das ist auch der Plan, ja. Mit 9 HP im Rücken. Gut, Freunde. Da kommt der Aufwind. Ich will nicht diesen scheiß Garen hier los. Okay. Joa. Kaiser 1. Ich glaub, jeder hat Kaiser 1, oder? Außer unser lieber Maxim. Der hat nämlich Kaiser 2. Kaiser 2, die ist heavenly, hat keinen einzigen Trait. Sie ist stark. Nur zu nerven. Aber ich seh aber den Ionen 3 und ich... Ja, wahrscheinlich mehr. Aber der Ionen 3 hat bisher noch nicht viel gemacht, muss ich sagen. Also ich spiele ihn leider nicht so gut wie Holla. Der ist tatsächlich auch sehr augmentabhängig. Ich hab keine Ahnung, was mir da so viel damage gemacht hat, aber I take it. Das war die andere Kaiser. Joa, und einfach so ehrenlos, ne? Ehrenlos. Ich versuche jetzt noch einen Voli-Bär auf 3 zu kriegen. Nee. Da hab ich die Dreifaltigkeit der Reuligkeit. Maxim, ich spiele so dein ganz eigenes Game. Wie reulig. Wie eklig. Wie das nur der emotionale Bruch ansteigt. Wir haben schon, wir haben schon drei Runden mit ihm hinter uns. So. Heute noch ne Menge Wukongs. Das bringt mir doch alles gar nix. Na klar, gib mir mehr Tränen. Genau das, was ich brauche. So. Suraka. Hab ich noch einen BT weg, oder? Fuck. Ich werde Kaiser, glaub ich, nie 2 kriegen. Aber das ist okay. Kaiser 1 ist auch schon, hab ich gehört, oder? Ich würd mir eher wünschen, dass ich jetzt mal irgendwas noch auf 2 bekomme. Was ist mir tatsächlich nicht egal? Warst du nicht vorhin der, der meinte, du musst aber auch mal Units auf 2 kriegen? Nee, ich hab ja gesagt, meine Low-Units sind alle auf 2. Aber ja, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Oder? Das war's schon, du, ne? Ja, nein. Ich glaub, du erinnerst dich da ganz falsch. Ich weiß nicht, was das von Nissen-Gift mit dir gemacht hat, aber das ist eine Fehl-Fehle-Einerung. Achso, achso. Sorry, my bad. Das von Nissen-Gift, Alter. Na gut. Ich hab immer noch keine Frontline. Letztendlich ein bisschen Frontline. Das ist jetzt auch der Moment, wo gerne die unteren 3 noch rausfliegen dürfen. Das ist der schlimmste Moment. Man hofft, dass die anderen... Ja, jetzt ist es wirklich zitternd. Ich will auch gar keinen dritten Arthrox. Das ist vollkommen in Ordnung. Ah, da ist er. Ich hab bloß kein Gold mehr. Ja, gut. Ich würd' ich so gern Cain auf 2 bekommen, Leute. Okay. So, ich... Randoins fühl' ich. So lange seh' ich die HP-Leisten von meinen eigenen Units nicht mehr. Da muss ich auch nicht so viel Angst haben. Oh, wo ist er hingedasht? Der war ja Turbo-Drunk. Also, Phil besieg' ich nicht. Oh, Gott. Ja, Phil ist gigabroken. Ihr dürft jetzt alle raus. Das wär... Bitte nicht. Ich hab genug HP verloren, als mein Internet sich auch noch dachte, Disconnect, das ist es. Ja, aber das ist natürlich immer unglücklich. Ja, das war so semi-gut. Kam dann wieder und hatte 90 Gold. War auch schön. Kann man ausgeben, ne? Wie viel Damage kriegt man denn grad vorhin so? Keine Ahnung. Zu viel. Kriegt man in Runde 5? LVP überlebt man's nicht. So, kriegt man in Runde 5 dann... Also in Stage 5 5 Damage extra, oder wie funktioniert das? Kein... Gibt's... Googlen? Ich google mal schnell. Stage Damage. Ah, ja, da ist der Ion. Hallo. Also... Ne, du kriegst 8 Base Damage. Also der Propeller... Die Propellerfrau ist nicht durchgegangen. 7? Aber der Ion geht leider durch. Boah, es ist so beschissen. Es tut mir so leid, Ice. Das ist einfach der Beste, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich... Das ist... Das ist schlimm. Wie viel Schild kriegt der denn pro Cast? Ah, 591 Schild kriegt der eigentlich einfach pro Cast. Aber du musst dir vorstellen, das ist jetzt ohne ein einziges Combat Augment, ne? Mhm. Das macht's, finde ich, viel schlimmer. Ist das gelohnt, Janine? Du bist so zartig. Unglaublich. Jura, ich bin nicht salz. Nee, Heavenly war da oben. Ich bin so ein Schmock. Ja, das war jetzt nicht meine beste Runde, ne? Das würde ich auch sagen. Oh Gott. Jetzt habe ich auch noch den hier an der Backe. Meine. Aber Umbra ist auch gut. Wir haben so zwei Leute auf 13, einer auf 11 und einer auf 7 HP. Mhm. Was macht Heavenly denn so? Man kann nichts weiterkommen als Kani. Also. Was hast du gesagt, Burki? Man kann nichts weiterkommen als Kani. Deswegen kann man dir gar nichts vorwerfen. Okay, ich dachte natürlich, dass es ein Altruist-Emblem, aber es war tatsächlich ein Heavenly-Emblem. Was jetzt natürlich nicht ganz so geil ist. Close, close. Oh, ich gewinne gegen keinen von euch jetzt. Oh, nee. Ich glaube, gegen mich gewinnst du. Oh, nee, Eis. Nee, ich glaube nicht. Wie soll ich denn gegen dich gewinnen? Nein, nicht gegen... Ach, jetzt spiele ich gegen Maxim. Also, ich habe eine ganz gute Frontline. Hast du dir irgendwas getan seit vorhin? Ja, ich habe keine gute Frontline. Du hast vorhin gegen mich gewonnen, also. Ja, aber vorhin. Guck mal, guck mal. Oh, das ist echt klapp, Mann. Dass der Jon noch den zweiten Dash durchbekommt. Lol, was? Wie? Ja, ich sage ja, du gewinnst dich. Ach, du hast mich sogar rausgehauen. Sehr gut. Ja, ja, ja. Tut mir leid. Es war, glaube ich, genau... Du hast mich halt auf den Lebens... Nee, du hast einen Schaden mehr gemacht. Minus eins. Ja. Scheiße. Alle anderen haben gewonnen. Oh, das ist zwar spannend zwischen Toni und... Oh, nein! Oh, nein! Oh, krass. Maxim, kannst du die Kaisers verkaufen? Ich frage ihn noch mal ganz nett. Ich frage ihn noch mal ganz nett. Nee, ne? Nö, ich kaufe... Das Interesse daran, die zu verkaufen, ist nicht so groß, ne? Na gut. Überhaupt nicht. Hade. Oh. Schade. Ich, äh... Ach, da ist noch eine Kaiser. Ich nehme die mal. Naja, ist auch gut so, weil Phil ist der Stärkste. Und Phil, wenn Phil Kaiser 2 hittet, wird es, glaube ich, schwierig. Ich wollte gerade sagen, ey, das ist schon nervig. Therese und ich haben beide Kaiser 1. Was soll das? Ich habe auch Kaiser 1 gehabt. Eine Kaiser habe ich zurückgeschmissen, aber die hat Maxim jetzt raus. Ich bin ja doch ein schlechter Unit-Spieler. Das ist viel schlimmer. Das macht mich auch sehr sauer, tatsächlich. Die ohne, ohne Combat Augments ist tatsächlich eine Unit, die fast okay ist. Ja, aber ich meine, ich habe ja geklumpft. Das ist schwierig, ja. Das hat sehr viel gebracht. Uiuiui. So, Phil, du musst jetzt bitte alle anderen raushauen. Für mich. Was ist das? Ich weiß nicht, wie oft ich noch dieses scheiß Morgana-Face hier ertragen muss. Aber was ist das super? Du hast mich mit so einem Mut gefinished. Ja, das ist tatsächlich, dass man dafür Geld bezahlen kann, ist nicht schlimm. Ich zahle, ich habe so viel Geld dafür ges... Ne, also ja. Hallo, kommt ihr so eine Cupsine? Okay, so, wenn man Maxims Combo als Kaiser Combo betitelt, weil er hat ja auch viel Kaisers gekauft, dann sind wir bei drei Kaiser Combo in den Top 3. Ich hole die alle raus. Ja, Maxims. Alle kostenlos für mich. Ich habe nicht ein Orgument, was Damage macht. Nicht ein einziges. Ach, und trotzdem bist du drin. Trotzdem bin ich ein Juni. Ja, jetzt brauchst du Platz, jetzt brauchst du Platz. Aha, verdammt. Da war er schlau genug. Ich finde übrigens gut, dass du halt einen unendlichen Magnetic Remover hast, aber auch noch einen Magnetic Remover. Ja, ja, das ist einfach mit Tom so. Aber ich nutze ihn. Guck mal, boom. Der ist sogar actually worth. Ach, spielt man Wukong nicht mehr so auf AD? Also, ich habe echt nicht so viele AD-Items gegeben. Aber du hast ja noch einen Reforger. Du hast ja noch einen Reforger. Und mal ein bisschen flippen, den Scheiß. Ja, einfach mal rauf da. Guck, richtige Scheiß-Items für den Wukong. Na gut. Oh, nee. Nicht Maxim. Tut mir leid. Tut dir überhaupt nicht leid. Guck dir mal die Kaisersaube. So sorry. Dir tut hier gar nichts leid. Oh, okay. Da hat die Kaiser 1 einfach den Ion gewontabt. Aber die stellt sich ja auch nur die Frontline, weil es Kaiser 1 ist. Und die denkt sich, Frontline, das, das fühle ich. Aber wie genau hat die Level 1 Kaiser gerade den Level 3 Ion gewontabt? Ja, ja, ich sage ja. Ich habe keinen einzigen. Keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. Zu wenig Ahnung von diesem Spiel. Das ist tatsächlich sehr interessant. Mhm. Also, meine Kaiser hat den nicht gewontabt bekommen. Warte. Aber ich habe auch, ich spiele ja auch Ghostly. Ihr spielt ja Dingsy hier immer, ne? Ich spiele manchmal Ghostly und manchmal was anderes. Was denn? Aber ich habe Ghostly nicht gehittet. So, wie der Sterbkollege bis dahinter, ist die Frage. Aber also dein Board, muss ich sagen, sieht halt echt scheiße aus. Mein Board ist auch nicht gut. Stell dir mal vor, es wäre actually gut. Dafür würdest du ja actually ziemlich viel. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe actually nicht, warum dein Board so viel mehr Damage macht als meins. Ja, das würde ich dir sehr gerne erklären. Aber ich kann nicht, weil es ergibt, also es ergibt ungelogen keinen Sinn. Ey, du hast den Udi noch mit drin? Ja, der ist stark. So alt, Idiot. Nein, nein. Lass meine Morgana. Okay, jetzt wird's okay. Okay, Udi, Udi. Okay, das ist Battle. Das ist Battle. Okay, da war der, 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 leider hat der Udi von dir einfach stärker. Der hat alles gegeben, mein Udi. Mann, Mann, Mann. Oh, Arthrox 2, das ist es soweit. So, ich hab leider kein Geld mehr, irgendwas. Ich hab nicht mehr, kein Geld zum Rollen. Du könntest jetzt auch meine Kaiser verkaufen. Von deinen vier. Das, das, irgendwie geht das nicht. Das steht null Gold da. Also, ich glaub, ihr müsst jetzt Maxim raushauen, und dann geht's darum, wer am meisten Gold hat, um richtig schnell für die Kaisers reinzurollen von euch beiden. Ja, schwierig. Er hat noch für über 50 Gold, ne? Also, es wird nicht einfach. Ja. Ja, aber es ist halt einfach mehr Lack. Lack? Einfach einmal Rollen, drei Kaisers. Also, das ist nicht so Lack. Rollen ein Mal, das sind fünf Kaisers oder so. Das wär schön. Also, das, ja, doch, das wär schon schön. Aber ich verstehe auch nicht, wie deine Kaiser hat halt einfach Jon gewonnen tappt, und Filz-Kaiser sagt sich einfach so, boah, leider muss ich ein Tränky. Ja, ich sag mal, die Augments sind übel wichtig. Das ist halt richtig. Vielleicht liegt das an diesem letzten, an diesem Tiny-But-Deadly. Das heißt, ich hab halt 30% Attack-Speed. Ja, genau. Das ist ja auch einfach Ghostly, ne? Ghostly macht halt den krassen Unterschied. So, ich lauf schon mal los, wenn das völlig okay ist. Might be. Das ist halt schon wieder keine Kaiser. Triggert Ghostly auf die Ult von Kaisern, oder? Doch, doch, also die Geister fliegen ja zum Gegner und setzen sich dann auf den Gegner drauf. Und wenn da so viele, wenn da viele Geister sind, dann macht der Kaiser einfach mehr Schaden. An den Gegner, wegen den Geistern. Guck mal, was wir heute alles lernen dürfen. Das ist schon sehr unhöflich. Okay, das ist natürlich krass. Unhöflich ist, dass du immer noch... Ich dachte, das ist das Problem, dass wir so gerne noch mehr davon haben. Achso. Ja, wirklich ist es... Wir brechen uns alles dabei, irgendwie. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass wir gefühlt jetzt drei Runden gespielt haben und es ist gar nichts passiert. Ja. Es ist Legend, es steht einfach noch genauso wie vorher. It's true. It's true. Ich weiß auch nicht so genau, was ich da jetzt gemacht habe. Ob das schlau war? Ich glaube nicht. Jetzt muss einer fliegen von euch. Alter, mein, dein Board ist gerade wohl gar nicht überwird. Ja, schon. Was macht der Ion? Ion wird für One Shuttle, siehst du? Das ist das Ding. Crazy. Aber ich habe noch Cain. Cain ist auch jetzt nicht bad. Weißt der Cain ist auch? Nein, au! So, okay, das ist schon mal gut. Nee! Nee, das ist schlecht, weil jetzt ein Kaisers wieder im Pool. Nee, das ist richtig. Aber nur eine. Oh, zwei sogar. Oh, Udia, 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 gib ihm! Mein Mut. Er hat gekämpft, er hat gekämpft. Alles gegeben. Ich brauche die Biene in meinem Zimmer anscheinend. Ja, okay. Aber die Biene reicht auch muss für Platz 3. Hey, 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 stell dir mal vor, ich hätte das ganze Goldfront verwerten können, als ich AFK war. Damit ist doch auch bewiesen, Biene größer Paint. Mhm. Weil da, du hat eine Paint-Datei anscheinend. Ruki, ich höre dich da unten nicht. Das hart. Tju, tju, tju! Ich weiß nicht, ob ich hier umstellen soll, aber ich habe ja gegen den Geist gewonnen. Und er hat ja... Zu viele Support-Items, ey. So, Jone, mach dir möglichst wenig Freunde. Genau. Ja, schön rein an die Backline. Und jetzt nochmal ulten? Oh ja. Das habe ich sehr gut gemacht. Fantastisch, Jone, fantastisch. Das war schon sehr schwer auch. Kauf alle Kaisers raus. Das ist wohl egal, ich muss halt Geld fürs Rollen zahlen. Und ich bin zu dumm für Zinsen. Also ich bin immer noch auf 1. Das macht mich ganz schön glücklich. Ja, der sucht auch wirklich. Also er sucht. Er gibt alles. Aber er hat halt doch Spuffy Gold, ne? Ja, er müsste halt mal rollen. Er müsste eigentlich einmal runterrollen, ja. Ja, in der nächsten Runde würde er jetzt runterrollen müssen. Aber jetzt kommt auch noch gleich eine Xaya rein, glaube ich, wenn er so... Ah, nee, ist schon drin. Ja, die ist schon... Und ich glaube, er hätte die gerne 2. Ja, es fehlt ihm eine Xaya. Ja, ich kaufe auch nur noch eine Xaya. Weil ich sage, Xaya 2 suckt ein bisschen. Echt? Ja, ich finde Xaya 2 ist halt echt so von den Legendary Units wahrscheinlich die beschissenste. So ein bisschen die Ash der Fumma Units. Ja, ist wirklich so. That's sad. Ich muss sagen, mein Favorite ist bisher Lissandra. Die ist auch nicht so geil, aber ich mag halt dieses Prinzip, dass du halt random Items bekommst. Tut man? Ja, klar, Lissandra, wenn die halt jemanden mit ihrem Eisgrab da töte, dann kriegst du immer so eine Kiste. Ah ja, auch nett. Ja, du musst ja einfach gar nicht gelern. Also du kannst eine Kiste kriegen. Aber ich finde Lissandra ist als Unit übergeil. Ich finde die auch geil. Lissandra, wo heißt es hier, Yon zum Beispiel? Oh, Galio 3, du hast verloren, Maxim. Das tut mir leid. Dann lockt Lissandra. Oh, habe ich nicht gesehen, er hat es verloren, ja. Die Units sind einfach raus für 2 Sekunden oder so oder 3. Jetzt einfach so geil. Ich glaube, du hättest mir Galios kaufen müssen. Ich hoffe, Galio reicht, ich krieg keine Kaiser, aber ich hoffe, Galio reicht. Ja, ich hab, der hat gerade die Hälfte der AP verloren. Allesandra, ja, okay. Ja, aber Maxi, mach den mal tot. Ich produze. God bless. So. Wenn es schon keine Kaiser 2 ist, dann wenigstens Galio 3. Ja, Galios hätte mir ja jemand sagen müssen, dass ich die auch noch rauskaufen will. Nice, GG. GG. So, ich entschuldige mich nochmal. Für den Yon 3, meinst du? Ja. Also, ich habe ja nur Tilt Augments. Ich habe ja Wild and Free. Ich klaue euch alle Items. Also, für die Waterpile macht ihr nicht mal mehr Units. Ja, ist dick. Tuni Tunsen. Bitte. Also, wenn ihr jetzt ein ernstes Wörtchen reden müsst, dann müsst ihr kurz in den Raum alleine, ne? Dann könnt ihr auch rumschreien. Ne, ich war einfach mal ganz kurz zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Ja, soweit ganz gut. Ich habe viel Spaß. Es ist schön warm heute gewesen. Die Sonne hat geschehen. Kann mich nicht beschweren. Ja, ja. Ich würde kurz... Du würdest kurz auf 8 accept legen. Du warst erst, du hast gar keine Rechte mehr jetzt eigentlich. Ich habe nur Max gesehen, dass wir dürfen und dann dachte ich, okay, dann dürfen wir. So, wie war das hier? Jeder darf jetzt ein Champion sagen, den Phil nicht spielen darf in der Runde. Korrekt. Kaiser, das reicht schon. Der spielt nur Kaiser. Auch lieber, dass ich als halber noch Yon. Also, das Problem ist, er hat ja Kaiser gespielt und Max-Dimit hat alle rausgenommen und trotzdem hat er gewonnen. Ja, bei der anderen, dann hat er sich gedacht, dann sammle ich lieber Galio. Und das hat echt gut funktioniert irgendwie. Das stimmt. Ich wäre noch sehr froh, dass Yon gegangen wäre. Ich glaube, die Alternative wäre Wulibär mit den Items gewesen. Aber ich glaube, da wäre ich niemals bis durchgekommen. Aber das Tana geht doch auch, oder? Das Tana ist wirklich geistig zurückgeblieben. Aber wie die Rollen einsetzt oder was? Genau. Also, es gibt manchmal Momente, wo die auf den Tank des Gegners springt. Also, stell dir vor, die startet links unten. Und nach der ersten Ult ist sie links oben. Und dann schießt sie auf die Backline. Und jumpt doch auf die. Und das ist halt übel krass. Also, die zweite Ult-Rotation könnte halt übel geil sein. Aber sie kann auch dreimal gegen den Tank fliegen. Also, hat das gar kein Coding drin, was sie aimt? Also, ich glaube, einfach nur irgendwie weit weg. Aber jetzt versuchen wir mal, die Zuverlässigkeit von Tristana mit Yone zu vergleichen. Der mit dem Dash mehr Damage macht, glaube ich, als sie mit ihrer Ult. Und noch ein Schild bekommt und Attack Speed. Und sie verliert währenddessen Attack Speed, weil sie springt ja. Also, es ist schon so ein dummer Vergleich. Pots of Gold at Stage 6-1. All Living Players, bitte Pots of Gold. Nee, das können wir nicht machen. Bis dann bin ich tot. Da bin ich nicht. Ich nehme mal den Pot of Gold. Nee, bitte nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es immer nur gelesen. Und ich habe noch nie gesehen, dass jemand da drauf stand. Ich finde es eigentlich auch witzig, was ich sage. Weil da kommt auch keiner von uns klar. Außer Audufill anscheinend, der dann Galio 3 kriegt mit noch mehr Gold. Komm schon. Okay, wir schaffen das, Dalu. Wir schaffen das. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Schade. Die Champions-Konferenz. Endlich Chancen auf Kaiser 2. Ja. Stimmt. Warte mal. Kommt die jetzt bei allen raus? Hä? Oh, no. Ja, ja. Nach was das geht? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe eigentlich. Nach deinem höchsten Trade, glaube ich. Oder? Höchster Trade. Ja, sehr wahrscheinlich. Dann kriegst du den höchsten Trade mit der höchsten Unit? Oder wie stelle ich mir das vor? Du kriegst einen, der deine Kompass. Wenn du Duelisten am meisten hast, wird dann Duelist spawnen. Ja, du kriegst, glaube ich, sehr sicher eine Irelia, glaube ich. Also nach dem Rapport, glaube ich. Die Stage ist halt wichtig, ja. Wie spielt man denn Fader? Ich habe das noch nie gespielt. Nein, Cesar. Okay. Also jetzt schon ohne T2 ist nicht schlecht, oder? Also ich habe halt hier direkt eine Filiers auf die Bank geschenkt bekommen. Nein, nein, nein. Da hätte ich ja auch wirklich. Aber dann mache ich das nicht. Nein, nein, nein. Dann bin ich auch wieder aufgewacht, ey. Das heißt, das sind... Nein, nein. Das ist eigentlich was schon, was viele andere spielen, wenn ich das mal so... Nein, du kannst das callen early und dann kannst du das auch starten und damit gut aus... Das hat aber vorhin nicht so gut funktioniert. Und dann... Und dann sagen sich zwei Menschen unentgängig voneinander, yo, da gehen wir auch noch drauf. Naja. Und dann ist das wirklich etwas schwierig. Ja, ja. Yo, da gehen wir auch noch drauf, finde ich gut. Das ist unser Ziel. Hm, hm, hm. Okay. Welche Combs hast du denn geübt, Dalu? Keine. Keine? Na gut. Keine ist wenig. Sofort mit zwei kostet auf zwei. Das ist irgendwie dumm. Ich wollte Kogma und Shogart die Combo lernen, weil damit wurde mir gesagt, damit wird man Top 4, aber eh nie besser. Also einen guten Vierten. Okay. Also ich habe gerade einfach eine Nah bekommen. Da? Weil ich... Bin sehr lustlos, ja? Ja, total lustlos. Das ist ja insane, Dad. So, na gut. Das ist ein Dummy. So, Propeller an. Also der Propeller an, ich habe damit zwei. Und Amumu mit dazu. Amumu ist übelgeil, ja. Wie soll ich den Bums denn töten? Wenn er die Ärztaste findet, wird geil. Oh. Ey, 150 HP. Ja, ja, der Heal ist so hohl. Aber ich finde, du hast ein gutes Orkman gewählt. Kettig ist geil. Aber da muss ich jetzt leveln, dann leveln, dann noch mehr leveln. Aber für leveln braucht man erst mal Gold. Korrekt. Oh, sie wird das ein Kogma, Dalu. Ich habe ein Gold. Wie bitte? Wird das ein Kogma, oder was machst du? Nee, das wird, wie immer, meine Sale bekommt. Das machst du also gerade schon süßig wieder. Das wird, wie immer, das gleiche. Okay, okay. Was macht das jetzt hier? Das ist so nicht so. Das macht dich einfach nur schneller. Es ist wirklich giga-useless. Es sorgt höchstens dafür, dass du im Karussell in die falschen Units crasht. Ich finde es auch schwer. Richtig schwer. Also ich finde es auch echt ungemütlich. So. Was haltet ihr von Porzellan? Abstand. Ja, also ich habe das vorhin versucht. Ich dachte, haarlustig, voll frühe Lux bekommen und ein Orkman. Ja. Ich bin Achter geworden. Das war die letzte Runde in unserer zweiten Lobby. Also ich kann es nicht empfehlen, aber vielleicht kannst du es besser exekuten als ich. Was sind das hier alles schon für Stufe 2, Junos? Alter, Autofill ist auch mit einer Frontline dabei. Juni hat ja schon wieder so einen Fake-Dummy. Ich finde das illegal. Das sollte als Unit zählen. Der hält auf. Doch. Aber solange du noch ein bisschen aufhaltest und durchkommst, ist ja kein Stress. Das stört mich. Ich komme zu spät auf Arbeit. Von der Tahm kenne ich meine Katelyn ein bisschen geil. Ja, ist nett. Sag mal, gehst du jetzt hier auch für... Für... Senna schrägstrich... Kaisa? Gianni? Nee, nee, bei mir ist... Dualist. Bei mir ist... Dualist? Okay. Ja, auch die Verboten, der kommt. Excuse me. Du hast schon Woli 2? Das ist tatsächlich ein bisschen sehr früh für Woli 2. Dafür kann man reportet werden. Ich wollte noch ein bisschen unterm Radar bleiben, aber jetzt... Also ich habe es auch nicht verraten, dass er schon 2 ist. Woli 2. Maxim. Ich pisse mir gleich ein. Ich verkomme jetzt sofort den Darius. Bitte nicht. Außer du hast Windeln an. Oh, nee. In der kommt, bei dem wir auch noch zu bespielen, da spielt man Shen Carry halt, ne? Hallo. Ich weiß nicht, ob du das hinkriest, aber... Ich Rageblade und vor meinen Carry stellen, das wird schon super duper. Ja. Das wird schon klasse, wird das. Ja, ich finde es... Ich habe nur gelesen, du bekommst einen Shen. Das klang sehr verlockt. Das reicht auch schon. Hä, du bekommst einen Shen? Das war ein No-Brainer. Das sind zwei Gold, Mann. Das ist insane. Ich habe das Problem nicht gesehen dabei. Boah, der Porzellan geht mir heftig auf den Sack. Ja, das finde ich jetzt sehr uncool, dass du meine Losing Streak kaputt machst. Also... Oh, alles gut. Ich hatte gar keinen Losing Streak. Jeder würde gegen Jani einen Losing Streak haben. So. Winstree gibt es genau eine und die würde von Jani ausgehen. Jani macht jetzt hier alles kaputt. Wir gucken mal. So, ich bin mir da... Vorsichtig beim Reinlaufen jetzt, ne? Ich sag's nur mal. Das ist wirklich so. Ich habe auch Angst, ey. Schön sachte. Immer sachte hier. Es ist gefährlich. Ich nehme mal den Wuli raus, wenn das okay ist. Wow. Okay. Das ist mal ein schneller Schnapp, du. Tanzt man dann eigentlich auch schneller? Warte mal. Ne. Na toll. Jetzt ist mir schlecht. Jetzt habe ich auch einen Wuli. Jetzt habe ich zwei Wulis. Oh, das ist ein Battle. Ein Battle. So, Jani, wollen wir uns komplett battlen? Ja, das wird schwierig, ne? Weil wenn dann... Dann müssen wir halt schauen, wer Wuli trifft. Ja, du hast halt ein Meer, ne? Ich könnte bodenlos werden. Ich level erst mal. Ich level du denn erst mal rein für Dominanz. Dominanz. Dann gucke ich, was ich hier kriege. Okay, Dalu. Keine Scheißen machen jetzt, ne? Ich habe ja noch nichts. Nur meine Frontline ist da. Amumu, du musst dir erst was finden. Ja, der ist einfach so tanky, Alter. Ich kriege gar nichts von dem Tod. Das ist ja schon alles T2. Wer ist denn der Holzkopf da vorne? Der Holzkopf. Den Koko, meinst du? Wie redest du mit Brögi? Alter, das mit dem Sylvie-Buff, das bleibt auch bis zum Ende des Spiels. Ja, das ist ja ranzig. Ranzig. Das ist ja ranzig. Wie viel Warden kann ich denn spielen mit? Korpflan, Amumu, Scheiße. Okay, ihr müsst mich jetzt alle in Ruhe lassen. Ihr müsst jetzt versuchen, Items runterzunehmen im Fight. Sag einfach, was schreibt, wenn wir gegen den anderen spielen. Dann nehme ich kurz alles runter. Ja, das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Ich habe Angst, dass ich hier gegen Gianni Rannos, das wird für mich... Der Bulli-Bär ist noch nackig. Der hat nur einen Bogen. Wie nackig? Der ist Level 2. Der ist nackig. Okay, wir gehen jetzt alle auf den. Mal gucken, was passiert. Amumu, it's time to cry. Okay, ich habe ihn betäubt. Ich betäub ihn nochmal. Ich bin Stunny die ganze Zeit. Guck. Noch ein Stun. Dann noch ein Stun. Ha! Hä? Oh, schon wieder Korn. Wer ein Bär ist, weiß, wie der Bär tickt. True. Boom. Warum nochmal? Hat Shen Ranged-Angriffe? Ja, das ist das Augment. Das ist das Augment, was ich absichtlich genommen habe. Ah, ja. Was... Was genauso funktioniert, wie es geplant war. Ja, der Ranged Shen gewinnt. Aha, okay, ja. Okay, okay. Strong, strong. Ich glaube, das ist dreimal Ranged-Bade oder so, oder? Plus drei Ranged heißt also, du kannst dich über das gesamte Feld angreifen. Ja, ja. Der ist dann dein Carry hin, weil der kriegt irgendwie True Damage dazu. Mhm, interesting. Er ist irgendwie komisch. In seinem kleinen Hirn. Bop, 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 bomm. So, was macht Bröki? Bröki ist ein Bruiser und hat sich komplett auf Darius verlassen. Bist du... Ich mach ne Comt, die steht in... Die steht nicht mal in Solo-Gesangs-Cheat-Cheat. Weißt du, das ist... Ich hab mir das selbst überlegt. Nicht mal ganz unruh. Das finde ich gut. Bröker, nein! Oh mein Gott, wir auf! Ich bin deshalb letzter geworden. Das wäre ja... Aber es ist geil. Das ist das Wichtigste, oder? Okay. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Ja... Ja... Oh, so ein passender Champion ist passend, ne? Das ist gut. Das hab ich ganz vergessen, dass wir diese passenden Champions bekommen. Mhm. Oh, das ist schlecht eigentlich. Kann das schlecht sein? Hm? Kann das schlecht sein? Naja. So. Jetzt haben wir den da. Oh, so Phil. Das ist der Volibert 2, ja? Ich verstehe. Das ist der Shen. Ja, aber das ist... Das hat er ja schon. Dorthin wird niemand sterben. Das hat er ja schon, bevor ich wusste, dass der Fernkämpfer ist. Nicht der Volibert 2 ist zumindest gestorben. Aha, aha. Was wird da gelacht? Hinten wird noch hochgehealt. Oh, Q. Hinten wird noch gehealt? Immer noch. Oh, tot. Scheiße. Ja, das ist Anlag, ey, man. Das tut mir leid. Im Level 9 erreicht, jetzt kriegst du 33 Gold. Na klar, komm ich bis dahin. Hm. Geh' ne Golden Remover. Oh, das ist ja witzig. Gut. Das macht keinen Sinn. Ach, was soll's? Ich glaub, das hab ich richtig gegrieft, aber we take it. We grieve it. We grieve it. Guck mal mit der anderen Leute vorbei. Ich tue jetzt auch mal so, wenn ich scoute. Ich hab keine Ahnung. Ich tue jetzt so, als wenn ich scoute. Also ich guck mir eigentlich immer ein bisschen Fights an, die ich lustig empfinde. Ja, aber die kommen so, wenn jemand nichts fightet, weißt du? Das weiß nicht, dass es immer derselbe ist. Wenn ich Spaß haben möchte, dann guck ich von meinem eigenen Board einfach weg. Ich mach das immer so nervös, wenn jemand auf mein Board lugert. Ja, same, same. Dann weiß man sofort, ihr schützt. Das ist unangenehm. Ja, echt mal. Ich dachte, das wird hier ganz entspannt. Ich auch. Ja. Ich hab auf jeden Fall Lust zu gewinnen auch mal. Ach so. Ich kann mich von euch ja nicht runterschwärzen. Nein, ich hab nicht eine Eins-Grunde geworden. Was denn da passiert? Aber Tuni hat. Ja. Tuni hat ja auch schon mit Kaiser. So sehen wir das, glaube ich, nicht. Aber ich sehe das so. Das ist lieb. Ja. So, was ist das? Two Trickster Glasses. Das ist Justin. Trickster Glass, mach das. Da krieg ich so Kopien, glaube ich, von irgendeinem Champion. Oh, nee. Oh, echt? Ja. Und das macht das jetzt, warum? Ja, das ist dann so zum Beispiel bei CC Champions oder sowas ganz geil. Also ich mach jetzt mir drei Amomus. Stark. Aber man kann aber nicht zweimal den gleichen machen. Das ist schade. Oh, ich wollte gerade auch Triple Wolibeer reinballern. Das geht leider nicht. Das hat auch erwartet. Das war auch meine meine Chance. Wie viel Woli wäre es kann ich reinhauen? Wie viel Woli wäre es kann man auch Sport bekommen? Ohne, ohne Reporter zu werden. Wir täten das heute für euch aus. Hält drei Runden lang. Na geil. Aber machen die Kloner auch Schaden? Ja, ja. Aber die sind bloß, glaube ich, schwächer. Das sind normale Chants mit 30% weniger Leben, glaube ich. Ich meine, ob die halt hinten bei der Verrechnung quasi Damage machen am Champion. Nee, die verschwinden einfach. Das ist wie Kale. Kale macht quasi auch nur den Base-Wert, also zwei oder so. Das beruhigt mich schon mal ein wenig, dass ich nicht ganz so schnell sterbe. Es sind aber echt viele Units auf dem Board. Also das ist schon unangenehm. Ja, nice. Also da geht noch ein bisschen Damage weg. Finde ich gut. Oh, das ist eigentlich eine gute Losing-Streak. Das habe ich gerne gemacht, Eis. Dafür kaufe ich erst mal einen Units. Das ist leider nicht gestattet. Spiel, das ist eine krasse Ilaui. Holy Moly. Die ist süß, ne? Warte mal, wie Ilaui. Die ist doch nicht mal ein Bruiser. Ist ja auch nicht meine Ilaui, leider. Achso. Alter, wie schnell. Hör doch mal auf. Oh mein Gott, es ist ja ein Graus mit diesem dieser Speed. Speed. Ha. Okay. Johnny, es geht los. Nö. No. Das ist alles komplette Kacke hier. Egal. Wieso, kannst du doch ein Spiel T. Kannst du spielen. Nee, du hast schon tausende mehr. Das tut mir leid. Das war ein Fehler. All good, all good. Das wird schon noch. Das ist sehr viel mehr. Dann benutze ich jetzt einfach mal die Brückische Taktik. Was ist, okay, stopp. Was ist die Brückische Taktik? Das heißt, Ash spielen. Okay, das darfst du. Das darfst du. du gehst auch für acht Bruiser. Dann wär ich gequittet. Nee, nee, nee. Das war nicht der Fall. Aber hast du dir das auch mit, dass du acht Bruiser kannst? Nee. Schade. Aber du hast echt die Resistenz. Das kannst du ja nicht verkehrt machen, ne? Es gibt ja ein paar Bruiser-Sachen, wo die AD und so einen Scheiß nach oben drauf bekommen hat. Ey, Turnier! Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich von Phil überhaupt eine Unit tot bekomme. Turnier ist auf 500 Kaiser. Ja, ich hab's auch gesehen. Es ist absolut frech. Macht Ash auch Schaden, oder? Ash? Nee. Deswegen spielt hier keiner. Ja, drei Items, aber die kitzelt halt mehr so. Ja, deswegen spielt hier auch keiner. Die ist leider ziemlich Müll. Jetzt in sechs. Das war danach. Das zählt nicht. So. Das ist der Spirit. Okay. Geil, ohne zu fressen. Nichts, ohne sind auch die Klone weg, ne? Ja. Oh nein, ich hab vergessen umzustellen. Das ist der Wohli-Bär. Jetzt dann. Oh, jetzt ihr? Ah, bitte. Ah, ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Er wird nicht betrefft. Okay, irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass ich es so hart aufs Maul bekomme, aber... Oh, er ist so dumm. Ja, er ist wirklich dumm. Aber er hat einen Knock-Up. Oh, der ist dann. Noch ein. Doppel-Lux. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Und jetzt Epi kommt. Oh, die Kiana. Oh, Kiana, lass es. Stop it. Wir haben einfach kickt. Oh, kickt. Oh. Siebener Winstreak. Es ist so sad. Es ist wirklich sad. Aber ich hab vorgegeben... Was hat der Wohli gemacht? Der hat komplett reingetrollt. Ich weiß gar nicht, wo der hier laufen ist. Der ist nach links gelaufen. Kann man so ein schlechter Wohli sein. So, was machen wir jetzt draus? So. So, close, ja. Ja. Ich krieg eine Syndra. Oh mein Gott. Das passt ja voll ins Line-Up. Danke, Riot. Das klingt ja ironisch. Kannst du das... Nee. Nein, das war eins gemeint tatsächlich. Na gut. Das war wirklich sehr nett. Are you sure? Da kann man sich echt nicht beschweren. Are you sure about that? Okay. Aber sie machen das sehr levelabhängig. Das heißt, ich weiß ja actually, was ich als letztes kriege. Ich frage, spielt man vier Porzellan? Dann wird Brücki an Ramu 1 niemals vorbeikommen. Ich hoffe sehr. Das ist geil, was der Silas macht. Aber ich weiß nicht, was er tut. Das Gefühl, Amumu macht exakt das Gleiche. Oh, was ist denn... Oh, was ist denn... Das ist ja fies. Boah. Ja, das ist hundlos. Das nehmen wir. I wanna see everything. I wanna see everything. So, welche Arcanist fehlt noch? Die fucking Zoe. Okay. 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 Ich kann auch so machen. So, haben wir einen Ione eigentlich? Bisher habe ich noch keinen gesehen. 42 Kaisers. Das sind Ordnung. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, wir haben nur vier Kaiserspieler. Das ist voll gut. Das ist also eine gute Rate, ja. Da kriege ich auf jeden Fall keinen Tod. Das Ding ist halt, wenn Luchs Kaisers stunt, ultet Kaisers weiter. Das interessiert sie dann doch sehr wenig. Also wenn noch so ein, zwei sterben, bin ich glücklich. So ein, zwei. Los, Tanki-Shen, bitte. Ja. Nee, ist okay. Und wie immer bist du ein Snack-Eis. Ja, oh ja. Für dich sogar extra süß. Okay, okay. I'm Zoe. Wie ist dein Name? Fuck schon. Oh, das ist alles ass. Wait, jetzt spielen einfach alle Brawler als Fontline für ihre Kaiser. Ich möchte nicht, das ist ja, das machen die, ah, es ist ein Ferkel und ein Tunsen auch. Hey, 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 hey. Na, also ich, ich sag dir, dass ich das so immer spiele, ne? Das hat jetzt nichts, das ist nichts Persönliches bei mir. Ja, ist doch gut so. Ich nehme die Sachen schnell persönlich auch. Ja, ich wollte es nur nochmal klargestellt haben, der Arthog ist da immer drin. Das ist ein Bruiser, aber sonst nicht. Nix Bruiser hier bei mir. So, kann die Kaiser dahin bitte gewonnschottet werden? Oh, oh, das ist aber nicht sehr nett. Oh, doch, das, das nehme ich gerne. Das hat weh getan. Cute. Tut mir auch... Ah, dir lebt doch! Es tut mir ein bisschen leid. Sieh, es reicht. Alter, sie hat einfach mal die Läden. Sie hat so drei HP. Das sind drei gute HP. Das sind die schlimmsten drei. Ich muss hier raus. Was ist Justin? Nico? Ach, nee. Moment, was heißt das? Ich check das nicht, das ist mir zu kompliziert. Also ihr habt noch einen Duplicator dabei. Ein Champion Duplicator. Aber ein Baby Duplicator. Ein Läser Champion Duplicator. Quasi nur Level 2, Level 3 und Level 1 Einheiten. Duplicaten. Scheiße, Mann. Zu komplex? Mein Gehirn hat auch kurz gebraucht. Zu schwierig, Hilfe. Nicht schön. Das ist nicht schlimm. Bröki! Das habe ich absichtlich getimt. Das dachte ich mir. So. Wir sind Feinde. Du dich. Ingame. 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 Du kannst dir dazu, ja. Oh mein Gott, jetzt sind wir wirklich Feinde. Okay, ich glaube, meine Kompi ist fertig. Ich muss jetzt nur noch D drücken und weinen. Oder mich freuen. So. Das ist ein Gallio 2-Eis. Geht's dir gut? Ja, den habe ich gerade bekommen. Aber ich habe Gott sei Dank auch eben noch einen zweiten Frontliner bekommen. Und der Side-Other-Shotys macht gar nicht so schlecht Work. So. Okay, muss das sein mit der Kaiser da hinten? Sag mal. Ja. Warum? Alles teils im Land. Ich meine, ich war in der schwache Phase. Ich habe gar nichts gemacht, aber... Ich finde das nicht in Ordnung. Es ging auch nicht so sehr um dich, da weißt du so. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich bin das leidtragende Opfer. Siehste, reicht doch. Ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Ist doch alles gut ausgegangen. Ja, ja. Sei froh, ich habe nur noch 33 Leben. Das ist leider sehr wenig. So, also. Wir haben jetzt ja gleich die Raptoren. Ihr wisst, was dann passiert. Wir rollen dann runter. Mhm. Also, um runter zu rollen, brauche ich erstmal Gold. Na gut. Dann FF. Wo stehen denn die Carries? Schwierig. Oh, fuck. Ach, da, Lois, stehe. Einfach scheiße. Oh, nee. Ja, aber das machst du ja locker, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, Momo braucht noch ein Island. Oh, nee, deiner Kaiser ist besser als Mann. Nee. Weiß ich nicht, ob die so viel besser ist? Ja, doch. Guck dir das doch mal an hier. Absolute Abfall. Mein, mein... Dein Tank, deiner Mitte, stirbt halt nicht. So. Ja, das weiß ich nicht, sagt er. Ich glaube, das lag aber mehr an der Frontline als an der Kaiser, to be honest. Weiß ich nicht. Mein Schandes zwei mal eine Elo. Das Schlimme ist ja, ich bin Level 8. Ich habe kein Gold. Mein Orgman sagt, wenn ich Level 9 erreiche, kriege ich Gold. Aber wie erreiche ich Level 9 ohne Gold? Wie viel Gold fehlt denn noch bis 9? Das ist tatsächlich ein Dilemma. Nicht mal. Aber wie viel brauchst du noch bis 9? 62 Gold wäre dann ganz gut. Das ist ein bisschen was, ja. Aber für die 62 Gold kriege ich dann auch wieder 33 Gold. Also, das klingt schon nach einem guten Trade. Ja, doch, doch, ja. Oh, also, das ist hier noch ganz weit entfernt von glücklich sein. Also, Arcanisten kann ich euch nicht empfehlen. Die sehen schön aus. Ja, das... Ich wusste nicht mal, dass es Arcanisten gibt. Ich meine, Porzellan, seit wann ist das was Gutes? Oh, Duplikator ist stark. So. Das ist stark. Jawoll, okay. Das sieht gut aus. Du auch. Danke. Das muss nicht mal gesagt werden, fand ich. Das sind mir hier alles viel zu viele Nettigkeiten. Das hier sieht nach... Ah, nee, ist Tunis Kombo. Ich hätte gesagt, das sieht nach Filz Kombo aus. Ah, cool. Coole Kombo dieser Spiels. Was machst du da? Wieso, was denn? War doch nicht auch noch Kaiser? Was ist das denn? Ich habe keinen Damage. Das sind 20 Kaiserspieler jetzt. Ja, ich auch nicht. Ja, du hast aber eine Frontline. Meine ist, meine ist, zackt. Bruder, das ist ein Teekessel. Das war ein riesiger Teekessel. Was mit dem Tarn? Der wird mich jetzt essen. Der wird dich essen. Nicht schon wieder. Wo schießt die hin? Komm. Ess sie doch einfach. Cue. Oh, Gott sei Dank. Unglaublich, das Verlierer ist ja so peinlich. Ist nicht peinlich, ist normal. Gut. Ich hole nochmal runter. Boah, der ist wichtig. Okay, Ari 3. Ich habe dir eine Chance gegeben. So. Okay, also das können wir jetzt wirklich machen. So, also wir haben schon mal jemanden, der Damage macht. Jetzt bauen wir im Karussell nur noch ein drittes Item, Leute. Wir spielen noch auf Schwer. Okay, Phil, was auch immer du tust. Okay, Phil ist eh gemutet. Das ist das schlimmste Volibear-Bild, was ich je gesehen habe. Ich werde Phil heimsuchen, bis in alle Ewigkeit. Wenn er mir jetzt 20 Damage macht. Phil darf sich keine 20 Damage machen. Ganz einfach. Ja, das sieht auch nicht nach 20 Damage aus. Volibear, geh weg! Boah, Bröge, er ist aber hart. Das sieht wirklich irgendwie... Er lebt noch! Ist das eigentlich die ganze Zeit. Ist das eigentlich die ganze Zeit. Ist das eigentlich die ganze Zeit. Der Fernkampf Shen hat gesackt. Oh Gott. Wir sind, glaube ich, stuck, oder? Wir sind, wir... Das ist verstucked forever. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Not gegen Elendgrad, oder was ist das? Das wäre geil, wenn ich noch niemand hätte, der Schaden macht. Das ist nicht so schön. So ein... Der Einer wäre gut. Aber Maxi, meiner WM von dem Voli. Wie stark. Nein, ich glaube, ich ist auf 1. Was ist das denn wirklich? Na gut. Ich muss das machen, Leute, glaube ich. So. Okay. Also, ihr stellt euch jetzt hier hin. Du tankst ein Jahr. Hier wird keiner mehr durchgelassen. Wir brauchen das nächste Karussell, Leute. Das ist wichtig. Okay, ich habe es geschafft, Level 9 zu erreichen. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Duny, verabschiede dich von deinem Carry. 1. Und jetzt nochmal. Feel it. I can feel it's coming in the time tonight. He won't die. Oh, fuck, man. Nein. Ja, was ist das? Das denke ich mit meinen Karstenschener. Ja, was ist das? Kenny Bistai. Du musst aufhören damit. Warum bist du so stark jetzt? Oh. Ich weiß ehrlich, es könnte sein, dass ich den neuen erreicht habe und jetzt gerade nochmal 30 Gold rollen konnte. Ich habe legit geschafft, meinen Org mit zu erreichen. Nee, nicht das Ramadons. Entschuldigung, Maxim. Es tut mir ja einfach... Therese! Es tut mir nicht leid. Mann. Denk daran, als du die Kaiser auf deiner Bank hattest. 2. Und dann noch eine weitere auf Stufe 1. Das ist doch eine Frechheit. So, können wir jetzt alle mal mit Nix Zaya beten? Ganz schön. Guck mal, wie spät es ist. Ich muss so längst im Bett sein. So. Ich glaube, das ist actually besser. Nope. So, dann machen wir noch ein schönes Titans, Leute. Titans Lysandra. Wer kennt es nicht? Ist das ein Porzellan-Ephilios? Ah, wer ist hier mit Udi 2 unterwegs? Therese, ich bin sauer. Ja, ja, Entschuldigung. Wieso? Ich sehe da jetzt auch keinen Grund, irgendwie böse zu sein. Maxim, rein sich zusammen. Nee, nee. Ich verwandle den jetzt in eine schöne kleine Porzellankiste. Nee, mach das bitte nicht. Das tut weh und das möchte ich nicht. Ich möchte keine Schmerzen. Siehst du das? Siehst du das? Maxim, schmeiß mich doch nicht raus. Ich schmeiß mich immer raus. Ah, nö. Wir gehen voll Porzellan. Ja, ich bin gar nichts. Raus bin ich. Weil meine Kaiser hier von Maxim komplett hops genommen wurde. Ich habe das Anti-Kaiser-Bild. Ich nenne es Q in die Backline. Kommt Phil auch noch raus? Ja, das sieht schlecht aus. Ist doch gemein alles. So, was passiert jetzt hier? Der General Officer will treasure armory that can be re-rooted up to three times. Oh, beautiful. Oh, das ist aber lieb. Nö. I guess. Achso, man kriegt alles davon. Okay. Das ändert es natürlich nochmal ein bisschen. Hä? Wo sind die Items? Wo sind die Items? Ja, das war auch mal... Ah, jetzt kommt sie. Ach, warte mal. Oh, ich dachte schon, holy fucking shit. Ich war auch gerade ganz kurz verwirrt. Okay, das ist Q in die Backline. Janine, spürst du das Q? Ja, ich spür das Q, da kommt es geflogen. Da ist es das Erste. Und ich mache jetzt noch eins. Zack, ja. Zack, gut aus. Und jetzt ist der Mumu un-fucking-dying. Ich habe mir jetzt noch schöne Bramble-Weske gegeben. Aua, ja. Tut weh, aber I'm still alive. Gib mir die Xayah 2 oder mache ich Q zurück? Die hält trotzdem noch 2 aus. Die Frage ist, wie groß ist die Hitbox von der Q? Die Hitbox ist extrem scheiße. Okay, das heißt, wenn ich so ein bisschen umstelle... Oh, das ist natürlich auch... Ja, die Kaiser 2 hilft da. Easy game, easy life. 2 HP und 1 Traum. Jetzt sind wir ein paar Galios frei hier. Ich merke das sofort, ey. Ich habe auch meinen auch verkauft. Ich merke das sofort. Also, den, der auf der Bank war. Aber Galio 3 gehen wir heute nicht, Burkina? Nee, ich habe nicht immer ein Zweier. Also, es war schon wieder nicht gut zu mir, das Spiel. Den würde ich dir sogar noch gönnen. Und das lieb. Nicht wahr? Okay, noch eine Lysandra brauche ich jetzt nicht. Also, ich spiele quasi 4er Trickshot. Und was ich kriege von dem System, ist statt der Xayah einen Udia. Fühle ich natürlich sehr hart. Kann man aber nur diskutieren. Habe ich jetzt nicht bekommen. Den Galio. Oh, die von Gianni sieht da halt auch ein bisschen gefährlich aus. Ah, nee, das ist Brüggi, okay. So, Tristana kriegt nicht so viel Schaden, wie ich es gerne hätte. Ich finde auch gut, dass bei dir nichts stirbt. Boah, die... Oh, oh! Ge-One-Shotted! Das war krass. Also, was ist das für ein krasser Arm-Mumu, ey. Der ist ja so... Nein, nein. Guck mal, wie der arbeitet. Guck mal, wie der die Ertaste findet. Und der heult und heult. Der arbeitet richtig. Sag mal, Woli-Bär, bewegt dich. Das schafft die Luxe. Drauf auf die Luxe. Aber es ist halt auch Zeit, die Luxe. Kann jemand bitte, Gianni Cap und Mame? Ich möchte auch meine Aussage von revidieren. Ich habe Xayah unrecht getan. Ich habe gesagt, Xayah ist echt eine scheiß Unit. Xayah carried mich gerade. Ja, kannst du bitte... Schön. ...dafür sorgen, dass der Woli-Bär sich anders verhält, sozial? Okay. Das wäre sehr schön. Hier ist ein bisschen wild, ja? Das ist ja die Frage, was... Also, kriege ich den Woli-Bär dort tot? Wir müssen mal gucken. Ja, warte mal. Ah, nee, warte mal. Gut, dass du was sagst. Ich muss ja hier überhaupt mal hier schauen. Warte mal, das haben wir so aber nicht gesagt. Aber ich stelle auch nicht um. Ich bin der Noob. Das ist gut. Ich bin der... Diese Eigenschaft musst du beibehalten, Ice. Mir wurde gesagt, wenn ich zu dumm bin zum Umstellen, bleib einfach an meiner linken Ecke stehen. Daran halte ich mich auch. Ich wurde die letzte Runde übel aufgemischt. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber dein Woli-Bär ist irgendwie nicht mehr da. Der ist irgendwie... Was macht der denn? Scheiße, Ice. Also, du musst jetzt... Also, ich besiege dich. Also, Maxim, ich sage dir am besten... Die nächste Runde musst du kurz alles rausstellen, damit ich quasi gegen dich gewinnen kann. Damit ich nochmal gegen die Woli-Bär danach gewinnen kann. Boah, da musst du aber 20er-Wins machen. Also, wir haben keinen Brain, aber wir haben eine riesige Abwehr. Das geht nicht. Ich halte das nicht aus. Okay, pass auf. Was ist, wenn wir beide alles rausstellen und ich bloß eine Unit drinstehen lasse? Dann kriegen wir den... Was passiert dann? Ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel Platz. Auf der Bank, meine ich. Okay. Komm, wir sterben einfach beide. Gucken wir mal, was passiert. We just die. Oh, jetzt geht er ja eh wieder gegen den Amumu-Endgegner hier, ey. Ah, aber die, die du die Jungen gestellt hast, sieht übel lustig aus. Ja, aber die Frage ist, wohin zielt sie jetzt mit der Q? Immer die Long-Range-Unit. Aber irgendwie ist die Q von ihr gar nicht... Jetzt kommt sie. Okay, ja. Die Q nehmen ich. Dieser Amu, ey. Der tankt alles weg. Ja, krass. Der tankt komplett. Okay, das war ideal, oder? Der ist ja richtig gut. So. What now? Ja, was? Ich brauche gar nichts davon. Mal gar nichts brauchen. Nehme ich aber den hier mit, oder? Die Story-Weaver machen, oder? Ja, nichts, oder? Schaff' ich nicht. So. Hier mal ein bisschen Giant Slayer für den... Nicht schnell genug durch zwei Units durchlaufe. Kann ich beide Items mitnehmen? Hm. Okay, ich habe endlich Timo zwei. Jetzt, ober? Ja, ober. Ich fahre uns zurück. Hm. Okay. Was mit dem kurzen Vorherumstellen habe ich gesehen, ne? Ne, ich bin auch unsicher hier, was ich mache. So, jetzt schauen wir mal. Was da hilft? Einfach gar keine Ahnung haben von dem, was man macht. Und dann hinterfragt man das auch nicht. Glück auf. Ich ehrlich gesagt, ich habe auch keinen Plan von dem Umstellen. Aber ich mache es halt immer irgendwie. Okay. Obwohl ich keine Ahnung habe. Okay, das ist jetzt nicht ganz so geil. Nee. Scheiße. Nee, au. Okay. Viel Spaß, Maxim. Danke. Also, war eine knappe Sache. War eine knappe Sache. Oh. Das ist schlau. Das ist schlau. Okay. Jetzt ist vor... Sudden Death. Sudden Death, haben sie gesagt. Macht es jetzt noch Sinn für dich, Lissandra drin zu haben? Ah, die Porzellan ist, ne? Und du hast ja gar keinen 6er Porzellan. Das ist... Okay. Ich glaube, das geht. So. So, jetzt schauen wir mal hier, ne? Also, ich muss sagen, ich habe noch nie so eine grazile Irelia gesehen, die einfach in der Backline steht und einfach nur Ult castet. Die tanzt auch so schön irgendwie zwischendrin. Ich wünsche die Irelias im Solo-Cube, wenn das auch so machen. Okay, ja, ja, ja. Das ist extra. Das ist extra. Das ist extra. Das ist extra ULT und BATZ. Boom. Yes. Star gemacht. Oh. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das war ein guter Game. Oh, yes. Tatsächlich ist die Lissandra ein Hover-Counter gegen Volibear, weil sie ihn einfach Ult trifft. Ich dachte nicht, dass ich nochmal, aber der Giant Slayer war es, glaube ich, auch, ne? Ja, du kamst leider jetzt schneller durch durch den. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen nach vorne gehen können. Also, wen Ultet dann Lissandra? Immer den, den sie gerade angreift mit den Autotechs? Ich glaube, ja. Aber sie Ultet und macht irgendwie 2000 Damage. Also, sie hat quasi den Volibear sofort getötet. Okay. Aber die Irelia hinten hat mehrere Cues ausgehalten von Luchs. Aber, also, wir wissen auch, dass so ein Assassin wie Irelia ist der natürliche Counter eines Immobilien-Control-Mages. Das stimmt. Ne, Phil, du hast hier gar nichts zu lachen. Ich merke mir das einfach. Okay. Direkt rein ins Nächste, oder was? Ja. Final. Es ist für die Älterenherrschaften hier wirklich schon sehr eng. Also, bei mir ist es krass. Ich würde auch sehr schlecht schlafen. Ja. Selbst mit Moen. So, ihr könnt schon da. Okay. Letzte Runde. Ich habe gelungen. Ich habe gelungen. Okay. Die haben ein Go gegeben, Poggers. Wie oft wurden wir jetzt eigentlich schon geflamed im Cast? Das ist ja das, was mich interessiert. Das höre ich mir dann zum Einschlafen. Ja, das ist letztendlich auch meine Lachsaktüre. Ein Podcast. Einfach nur Karnis Stimmchen, was mir langsam und friedlich in mein Ohr säuselt. Das ist so scheiße. Oh nein. Das ist so scheiße. Ich habe schon nie gesehen, dass das kommt, bevor wir da haben. Das ist wieder so ein Ding für gute Spieler. Ja, ja. Also, jetzt weiß ich quasi vorher, was ich für Items kriege, oder was? Nee. Wer dein Gegner ist. Wer dein Gegner ist. Ah. Okay. Ich habe Components gelesen. Ja, okay. Ja. Das wird dein Gegner für das Ende des Spiels sein. Also, da ich im Umstellen richtig gut bin, ist das ja für mich ein perfektes Augment. Das ist das Göttlichste. Darius kann also mit seiner Axt auf der Nase balancieren. Wir haben einen Kinn. Ach, das ist das Kinn. Der macht das Unlucky Kinn. So, ich muss so heftig, heftig pissen. Also, warte lieber noch 10, 15 Minuten und dann kannst du gehen. Du musst die Items abwarten. Das hast du sehr gut gesagt. Und dann weiß ich ja, gegen wen ich kämpfe. Stell schon mal hin und dann renne ich aufs Scheißklo. Oh. Nee, das ist auch immer so anstrengend, wenn man scouten soll. Da eigentlich... Aber das bleibt jetzt das gesamte Game, ne? Ja. Schrecklich. Ich hab da auch nicht so viel Bock drauf. Aber ist egal. Also, ich hab bis jetzt... Die erste Comp, die ich gelernt habe, war Dryade. Und es war so... Ich hab Dryade noch nie gespielt. Ich weiß nicht mal, wer Dryaden sind. Das ist so unfassbar scheiße. Das ist wirklich sehr scheiße, ja. Also, ich hatte vorhin eine Orkman, wo ich irgendwelche zusätzlichen Stacks für Dryade bekommen hätte. Aber ich hab keine Ahnung gehabt, was das macht. Naja, du kriegst mehr Stacks für Dryade anscheinend. Das ist so aufmerksam. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Weiß einer von euch, ob es so ein Jurik-Ding gibt, was man gut machen kann? Oh, Duelist. Gehst du Duelist, Maxim? Ja. Ich hab Duelist Crest. Lassen Sie mich durch. Ich hab auch dieses Duelist-Ding. Nee, aber dann machen wir das nicht. Boah, ich geh pissen. Ich kann nicht mehr. Nee, ich konteste nicht. Ich kann nicht mehr. So, der kleine Pisser. Der Idiot ist immer noch auf Toilette. Der ist nur am Pullern. Der spinnt wo. Oh, shit. Ich glaube, er kommt zurück. Ich verschwinde wieder. Der Oskar ist mir sicher. Cissor startet irgendwie mal mit einer T2-Unit. Bitte? Ja. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es geht wahrscheinlich komplett in die Hose. Hä? Du hast Yasuo 2 als Opener. Ich weiß auch nicht. Die kommen immer so. Ich mach da gar nichts. Ja, ich würde sagen, Toni, da war mein Propeller besser als deiner. Oh, Gott sei Dank ist hier gemutet. Hab ich gewonnen? Ich hab alles gerade so. Ich hab verloren. Ich hab gar nicht rein. Äh. Garen 3 als Carry spielen. Ja, nee, das ist mit Volibear. Wir haben gesagt, ohne Volibear diese Runde. Ja, ja, den kriegst du nachher. Ah, nee. Maxim kriegt den nachher. Aber ich brauch ihn gerade noch. Nee, lass ihn. Oh, muss mir den jetzt kurz leihen. Der kann nicht in Gefangenschaft gedeihen. Jetzt sei mal nicht so. Oh my god, sag ich da. Einfach mal ein Tanzbeeren draus machen. Super, super lieb von dir. So. Äh, BT. Das hab ich auch probiert zu spielen, Cesar. Und das war, er war sehr schüchtern. Also ich weiß nicht, ob... Wie schüchtern, wirklich? Sag das nicht. Bei dir ist er vielleicht zutraulicher. Ich weiß es nicht, aber bei mir war er sehr schüchtern. Also ich glaub nicht, dass er bei mir zutraulicher wird. Also, weil die, also, naja, also du siehst, was ich sehe und das ist nicht gut, ne? Aber, Cesar, ich möchte mich nicht mehr um Cesar prügeln. Das ist wirklich, das ist traurig. Also ich prüge mich nie um sie. Ich akzeptiere einfach mein Schicksal. Entweder sie kommt, oder sie kommt nicht. Ja, aber bei dir funktioniert das, und ich... Entschiedlich. Also, ich muss sagen, Cesar 1 spielt sich auch sehr gut. Und Cesar 1 kriegst du eigentlich immer. Ja, aber dafür muss man dann, glaub ich, deine kommt gehen. Also die, die mit Storyweaver. Wieso geht doch, geht doch einfach die, die du hittest, no? So. Ja, ich hitte ja Ghostly quasi immer. Achso, ja, dann ist es fein, ja. Aber das ist halt einfach die schwächere Geschichte dann gewesen. Oder ich stelle Scheiße auf. Da, Lukas, was ist das für ein Werder? Ich weiß nicht, der sah gut aus. Der Jorick saugt mich aus. Das ist nicht gut. Aber nicht so toll. Ich bin auf fünf gegangen, nur verloren. Und zwei Komponenten auch noch. Ja. So wie der in der Mitte tanzt, irritiert mich ein bisschen. Ich sehe halt die Units nicht, wenn er da rum eiert. Ja, der holt übel weit aus. Das ist sehr unangenehm. Oha. Oha. Woop. Woop. Bröki. Anwesend. Heavenly. Heavenly. Mein Freund. Du willst wirklich in die Hölle mit Yone? Ich dachte, was du kannst, kann ich schon lange. Sag mal. Aber ich krieg durch Schnauze, oder was? Ja, ja. Double Kill? Mann. Ah, das muss ja nichts sein. Das geht es dir. Oh, Gott sei Dank. Das ist ja so ein Buch in der Hand, das ist im Leben. Jetzt sind wir einfach beide arm. Du hättest auch, wenn man, du wirst es lassen können. Ja, also ich hatte ja auch Lust. Also, das war, also diese Runde ist lost. Außer Riot Games entscheidet Maxi Markov, du kriegst jetzt alles, was du willst. Und jetzt, glaub ich, gegen Tony Tonsen spielen. Die ist krass. Die ist auch heavenly, by the way. Hä? Nein. Nein, nein, nein. Ja, ich doch. Oh, das klingt gar nicht gut. Ähm, geh. Das ist lost. Boah. Warum macht sie den? Jedes Mal? Jedes Mal? Wie ist das so? Kann es wirklich Liebe sein? Nein, was ist das so krank? In jedem TFT-Turnier contestet die Frau mich. Du musst was ganz Besonderes für sie sein. Ja, ich glaub auch. Höre ich mich bei euch irgendwie komisch an, Nina? Weil ich glaub, mein Sound im Stream... Okay. Alles gut. Das ist wirklich super. Das ist wirklich unangenehm klingelt, weil mein Sound im Stream ist... Als du Wuhli-Bär vor uns gespielt hast, das war mega unangenehm. Aber jetzt geht der Sound wieder. Jetzt geht's. Ich muss schon sagen, Thrash-Jazoo am Anfang miteinander zu kombinieren, ist so geil. Wir sind so fucking tanky. Boah, ich hab aber ein Bart aus diesen Kugeln bekommen. Ein Bärtchen. Da komm ich. Da ist es, den Rasierer auspacken. Nee, das ist mir ja zu gefährlich. Ich hab nicht die Items für den. So. Scheiße. Hey, hey, hey. Wer schickt mir alle Wuhli-Bär, die er hat? Ich hab mal Mumu, du gibst doch Porzellan. Ja, Porzellan. Also ich muss sagen, das Problem an Porzellan ist, du hast eine Ashen in der Kommen. Die halt wirklich, wirklich aus Pappe ist. Aus Pappe finde ich ja gar nicht schlimm, aber wenn sie dafür wenigstens Schaden machen würde. Ja, sie, ihre Waffe ist ja auch aus Pappe. Wie soll sie also Schaden machen? Ja, also der Frash ist auf jeden Fall, also der kriegt richtig Schaden. Mhm. Das liegt am Tee. Ich fände auch gut, dass die Kindred, also so wie es auch ein richtiger ADC macht, halt einfach zwischen Decade den Ultjum, um ja auch den Deadly Hit auf den Frash abzufangen. Okay. Ah, eine gute Idee. Re-Camp-Bambo-Later. Oh Gott. Das ist cool. Every 8 damage to the... Oh, dafür kriege ich extra Gold, wenn ich euch Schaden zufüge. Ist ja auch witzig. Es hat immer... Also es hat jeder Win, zwei Goal, ne? Eigentlich. Das ist eigentlich not bad. Oha. Ist das Toss? Das ist... Ja, das war jetzt nicht das... Also, es war jetzt nicht die körperliche Liebe gemeint, sondern er hat die emotionale Schiene, weißt du. Aha. Du kannst also emotional. Ich kann auch emotional, kann ich auch. Klingt mega körperlich, alles. Hm. Das ist doch mal genau das Gleiche. Das hast du doch gerade gefeiftet. Am Ende ist mein dreifacher Vater, ne? Das stimmt. Du musst Liebe verteilen. So wie... Schellen. Warum sehe ich hier einen Ione bei Tunis? Illegal. It's illegal. So. Ich muss sagen, egal wenn ich einen Schellen sehe, in den letzten beiden Runden hat mich dieser Schellen immer verprügelt. Ich will das nicht mehr. Okay. Kinder. Es ist vorbei. Der Bär ist im Haus. Und er will Blut sehen. Das ist aber ein ganz komischer Bär. Der Bär ist für euch hier. Wie hier immer gescoutet wird, wenn man weiß, wer der nächste Gegner ist, ist das mir zu seriös. Stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Zum Glück sagst du's, Mann. Ich hätte das wahrscheinlich nicht einmal gemacht für das Spiel. Ich bin so dumm, Alter. Ich weiß nicht mal, welche Komms hier spielt. Aber keine Angst, jetzt, wo du's gesagt hast, werde ich's immer noch keinmal machen. Ich raff einfach so gar nix, Mann. Therese, tut mir sehr leid. Ja, schon okay. Aua. Aber auch ein bisschen fickt dich, oder? Das ist er, sei ehrlich. Ach du. Wortwahl, hallo? Maxi ist hier schon die ganze Zeit ein ganz, ganz netter zu mir. Der hat... Das stimmt, Therese. Und meine Fee geht bis 18 Uhr zurück. Die ist schon lange. Ja, ja. Jetzt. Ja, da hattet ihr alle noch kein Bart. So lange ging der ewige Kampf zwischen Therese und mir. Ja, ja. Also hier brauch ich gar nichts. Ein schönes 50-50. Beide 66 HP und dann kommt die Kaiser auf deiner Seite raus. Das ist korrekt. Ich brauch die aber auch gar nicht. Ich verkaufe die direkt wieder. Ich hab die nur gekauft, damit sie kein anderer kriegt. Ach so. Ach so. Ja, ja. Also das ist tatsächlich einfach ein Akt der Rache gewesen. Mehr war das gar nicht. Mhm, mhm. Wollte ich nur kurz nochmal. Nee, nee. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Nö, nö. Klingt mehr nach Hass. Das ist eher... Hass und Zorn. Nee, das würde ich jetzt so... Aber es ist jetzt... Also... Liebe kann ich nicht sagen. Nee. Liebe ist für alle da. Ach so. Außer für Kaiserspieler. Oh, Johnny. Das ist aber auch in Ordnung. Also in Game. Hey, na. Dalu, das ist aber unnötig. Hast du nicht immer mal Kopfnader gespielt oder so? Was ist denn da passiert, Mensch? Ich habe meine Kombo noch nie gewechselt. Das tut gar nicht von weh, ne? Ich spiele seit sechs Runden dasselbe Board. Ist das geil. An derselben Stelle. An derselben Stelle. Ich habe die Stellen. Die stehen auch immer exakt gleich. Ich frage dich das auch schon zum zweiten Mal, ne? Oh, der Bär. Naja. Okay, das... Sachen Dinge, ne? Das ist einfach illegal, Mann. Dieser Bär. Ja. Hat dazu geführt, dass ich nach diesem epischen Win noch einen Bären bekommen habe. Fantastisch. Das einzige Mal, wo ich meine Kombo nicht gespielt habe, war, wo Shen gesagt hat, er ist jetzt Fernkämpfer. Und da ging es bergab. Also, ich kann mich daran erinnern. Er ging mich nicht zu gewonnen. Ich war Achter geworden. Shen hat zwar kackt. Ich glaube, das Ding ist, du hast Shen gesagt, du bist jetzt Fernkämpfer, wenn ich mich nicht ganz freue. Also, ich glaube... Da stand, warum steht da erst, du bekommst einen Shen und dann im Kleingedruckten, der ist jetzt kacke. Da stand, du bekommst einen Shen. Er ist nur anders. Da stand, du bekommst einen Shen. Ich habe direkt draufgedrückt. Das kann er jetzt aber auch nicht... Also, der arme Shen kann jetzt nicht so viel dafür. Der arme, arme Shen. Das Schlimmste ist, es hat nichts mehr mit dem Ingame-Schein zu tun. Das stürmt mich am meisten. Also, ich muss sagen, dass Phil auf Level 6 einen Galio hat, ist auch sehr belastend. Kriminell, ja. Der ist grundsätzlich kriminell drauf, der gute alte Phil. Der ist auch immer fullmute. Das ist unangenehm. Um besonders gut kriminell sein zu können. Das ist seine Taktik. Spät als einziger von uns fullkriminell. Einfach nicht schön. Der geht für den Win, ne? Der will so einen Pokal haben, will da. Wozu? Die Freundschaft und Liebe. Das ist doch das. Das Schöne, was wir hier erleben. Oha. Das war eine etwas größere Kiste. Warum? Was liegt da für ein Riesen-Item? Die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe. I roar, you bow. Hm. Das sind alles so mittlere Items. So, das ist ein Ione. Von Toonie. Ich möchte noch mal dazu sagen, Toonie hat sich dafür entschieden, unsere Freundschaft aufs Ziel, aufs Ziel sag ich schon, aufs Spiel zu bringen. Wurde sehr hart gegravedickt. Was? Ja, du weißt, von wem ich rede. Lass mir für drei Minuten meinen Spaß, dann verliere ich eh wieder alles. Kein Problem. Aber drei Minuten, das musst du mir gönnen. Bitte. Okay. Ich bin so enttäuscht. Das ist von der Toonie. Jetzt ist es ganz angenehm. Not going to die. Wait. Noch ein Support-Item. Wo kommen die alle her? Das ist für der Wahnsinn. Warum schickst du mich in der Höhle? Höhle, 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 Höhle. Oh, diese Kaiserspieler. Tut mir leid, aber die hat mich jetzt so sehr angelächelt. Es gab legit kein Szenario, wo ich das nicht hätte machen können. Du weep. Ich weiß nicht, ich bin wirklich nicht viel. Du musst jetzt, also, Mano. Mano. Sei doch nicht so. Ich muss mit einem neuen Inhalt, ne? Das ist halt, ich hab noch mal zu spiel. Ich hab's gemerkt, da ist nicht mehr viel übrig gewesen von deinen HP. Was macht die denn jetzt, Jenna? Treasure. Dieser Treasure, Armory. Ja, da war ich leider schon raus. Da ist aber nicht viel drin, Jenna. Das denn? Selten so enttäuscht gewesen. Sag ich, ich nehm das. Ich muss sagen, ich glaub ich nehm das. Habe ich ganz kurz gegründet, du hast verkackt, ne? Ah, ich rolle mal einmal zu viel, Kinder. Einmal zu viel gerollt. Das muss man wohl irgendwie anders positionieren. Ähm... Äh, ich seh da Nione T2, das ist ja so OP. Also, das ist ja lächerlich. Bonk. Einst das Tana hat grad Autofills Player-Character angesprochen. Die ist ja insane. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich die Irelia nehmen. Danke, Brüggi. Ich war gemütet. Du bist so ein Schmuck, ey. Du bist so ein Schmuck, ey. So ein Schmuck. Was nehm ich denn jetzt? Da liegt ne Tier. Mach's nur mit ne Tier. Du kannst versuch, die Irelia mehr abzunehmen. Komm mit mir. Komm mit mir. Ich komm nächste Woche, Adio. Ah. Ich freu mich drauf. Dann werde ich dich... Ah, ich hab die Irelia gekriegt. 1% Chance. Was sagst du dazu? Wie fühlst du dich jetzt? Ist ja... Ich wollte... Es ging ums Item. Ich wollte den Irelia wegnehmen. Ich gönne dir Irelia sogar. Wie du dich fühlst. Oh, das ist schön. Item aus. Ist das schön. Das ist ja absolut toll. Oh, ich hab's wieder nicht umpositioniert. Ich kotze mich selbst in meinen eigenen Ernst. Therese? Ja? Ich möchte... Ich bin nicht da. Keine Sorge. Was gehst du? Du bist Level 6. Bitte? Auf was gehst du? Du bist Level 6. Ja, ich bin... Ich versuch, Jorik hier so ein bisschen zu mobilisieren. Aber der... Der und ich... Wir sind noch nicht so auf einer Wellenlänge. Es ist schwierig. Hm. Also wenn jetzt das Org... Also diese Scheiße kommt, das Leveln billiger wird, dann bin ich sehr zufrieden. Nee. Two Trickster-Gläser. Die Gläser des Betrügers. Ach, das ist jetzt wieder dieses Copy-Pasta-Ding, was wir vorhin auch schon hatten, ne? Das Problem ist, ich hab jetzt einfach meinen Scheiß-Jazur verkauft. Ich bin so ein hohler Mensch. Aber ich glaube, wir spielen nicht 8, Leute. Wir spielen einfach Drachenlords. Aber temporär nur, ne? Temporär? Temporär. Gut. Was ist das, wenn man zwei Sets nebeneinander hat? Wird sie dann zweimal gesquattet? Was passiert dann? Wieso hast du... Oh mein Gott. Das Trickster-Nissum. Bang, 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 bang. Ulibea. Oh, du bist ein... Was ist das für ein Helikopter? Boom. Black Hawk Down. Aber ich hab Tank, Tristana. Nimm das. Also, der ist ja so schlecht einfach, Jorik. Glau, also... Ja, ne? Hab ich zu viel versprochen? Schon wirklich Ultraschiss. Nee, du hast nicht zu viel versprochen. Ich bin trotzdem sauer. Tja, hab ich zu viel versprochen. Finde ich gut. Finde ich gut. Bin aber sauer. Toni Tunsen hat Yon3 in einem Light Augment. Ja. Ja, ist der erste Platz vorbei, ne? Also, schummeln, finde ich. Ach, Mann. Ah, da wurde er hier so... Ich möchte mein Gehirn löschen und einfach Neustart. Fuck me, Daddy. Entschuldigung? Das ist ja gar nicht schön. Komm, jetzt ein Rage Blade, bitte. Ja. So. Und ich face sie auch noch. Alter. Bitte nicht rausschmeißen, Ice. Das wär voll nett, ey. Ich schmeiß hier niemanden raus. Du bist kurz davor, mich rauszuschmeißen, wollte ich nur kurz davor haben. Ja, Maxim. Du hast mich jetzt fast ausgespüßen. Hä, wie ist das? Was war das? Ich bin gerade noch... Kein Problem. Aber wann sind die Klone weg? Die Klone haben hier tatsächlich gerade Itemslots besetzt. Das war nicht ganz so geil. Ich hoffe, sie bleiben noch ganz lange. Sie sind wieder Gun. Habt ihr eigentlich schon mal eine Riven in dem Spiel gesehen? Ja, gerade in meiner, in meinem Rory hier ist eine. Fuck ey. Das war's. Die Kombo ist komplett broken. Die ist ja disgusting broken. Oh, Scissor. Sorry, das war eine Menge Damage. Ja, ja. Das war schon, also fast mein ganzes Leben. Das ist korrekt, ja. Okay. Gut, also wenn das jetzt kein Pausberg ist. Wer ist jetzt hier der letzte Drachenlord? Mann, Maxim, warum jetzt? Ich brauche noch Krakan. Oh. Du musst mich nicht rausschmeißen, Maxim. Du kannst auch ein bisschen ruhiger machen jetzt. Es muss gar nicht. Ich hab RNG-Items auf Tristana. Das war das Dümmste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Ja, aber guck mal mich an. Der Item-Dieb? Der Item-Dieb, aber der noch Schlimmere. Oh, sorry, Autofill. Kurz rausgehauen. Okay, Dips auf Irelia. Bitte. Ich hätte gerne Irelia. Nein. Wenn die bei mir unten ist, Maxim. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Aber QSS-Irelia ist dumm, oder? Könnte es sein? Wir machen es aber trotzdem. Wir brauchen jetzt Xayra Khan, Leute. Dann haben wir es. Spiel nicht. Nicht den hier. Ich bin jetzt at my highest bike. Sollte ich jetzt verlieren, wäre ich nicht glücklich. Das ist nicht schlimm. Und ich spiele gegen Tony Tunsen. Ich spiele gegen einen Geist. Ich spiele auch gegen den Geist. Warum spielen wir nicht gegeneinander? Das ist komisch. Aber es war die richtige Anzeige. Boah, dieser Propeller. Ich habe gegen Jani gespielt. Oh, Jani, ich habe den Char nicht gesehen. Auweia. Junge. Also, ich brauche einen Wukong. Und dann haben wir es. Hey, nichts Xayra Khan. Wukong will ich überhaupt nehmen. Direkte Trennung, Leute. Nein. Tony. Ich bin cool. Also, es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Na gut. Woolli Bär 3. Woolli Bär 3 haben wir heute schon gesehen. Aber der Bär ist ganz schön müde. Der Bär. Der wird ganz schön, glaube ich, gestunt. Ich sehe, dass der aber immer noch verpeert und da immer noch rumsteht. Das war's. Oh, Rüttter. Es ist mir so leid, Mann. Mann. Ich will es doch auch nicht. Ich will einfach nur... Die eine Achterrunde, das regt mich so auf. Ich will einfach nur ins Bett. Ich will in einmal Achterrunde, das macht mich so fertig. War so ein guter Run. Der hat actually echt mega gelaufen, ne? Ja. Die Macht des Solo-Gesang-Coachings war das. Nur Shen. Es ist zwar Shen auf Range, der mir das Turnier versaut hat. Shen-Uni. Shen-Diff. Oh. Das ist gut. Ah, da ist er. So. Okay. So, vier Drachen-Lords. Gegen Yone-3. Was ist der fünfte Drachen-Dragon-Lord, der da fehlt? Ist das Rakan? Jo. Den habe ich jetzt aber. Nee. Das ist ja auch... Ja, Xay-... Hä, sieht ja irgendwie dumm aus. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, du kriegst 45% in Tag-Speed auf, wenn du fünf davon drin hast? Das klingt schon übel krass. Ja, aber merkt man natürlich nicht. Ich glaube, mit Tag-Speed ist er irgendwann einfach so random gone. Boah, das ist übel. Und zwar doppelt. Ja, man muss halt irgendwo anfangen. Klassische doppelte Abkennung. Die Last Whisper-Jammer da hinten fühle ich auf jeden Fall. Ja, die soll nur ein bisschen shredden. Aber im Prinzip macht das Serial ja auch. Das Item ist wasted. Die Frage ist halt, warum kein Rage-Blade? Damit sie schneller shredden kann. Damit sie noch schneller shredden kann. Schließe, ey. Der da vorne hält. Warte, dieses Dragon-Ding braucht halt immer so lange, bis es durchkommt, ne? Aber der Stun ist gut. Der ist richtig gut, ja. Der Stun hilft hier sehr. Das ist einfach illegal, wie viel Damage Volibear macht und wie er sich hielt, man. Das ist crazy. Das sagt man doch mal, dass du Jon gesehen hast. Ja, Jon ist auch übel. Ich hasse, gegen Jon zu spielen. Fuck. Ja, ne andere Kombo. Aber Heavenly sieht halt auch echt, also wenn du das Heavenly im Leben hast und die alle draußen hast, das sieht halt auch sehr braindead aus mit Jon. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen ihn positionieren soll. Er hat auch das bessere Titans, man. Also das Omega-Leal-Titans. Also mir hält da niemand durch. Jon ist einfach als Assassin. Also Jon ist illegal. Also wenn man da die Backline-Jump ist halt so häufig. Jon sollte gelöscht werden, bin ich ehrlich. Ja, das ist wirklich so. Ich wollte es auch mal nennen, wer weniger abgezogen bekommt jetzt. Kämpft ihr beide jetzt gegeneinander? Könnt ihr beide nicht jetzt nochmal gegeneinander daddeln? Ich habe gerade gegen den Geist gekämpft und er hat mich gekleppt. Ja, aber könnt ihr beide nicht jetzt nochmal? Ihr müsstet doch jetzt dran sein, oder? Ich weiß es nicht. Das wäre meine einzige Chance. Kannst du da nicht übelst auf die Fresse kriegen, Maxi? Let's try. Nein, wir beide gegeneinander. Das habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt in der Runde, dass man ja sieht, wie man spielt. Ach so. Stimmt. Ich habe nicht einmal darauf geachtet. Aber Toonie macht jetzt einen Double-Kill tatsächlich. Nein, bitte tötet Toonie einfach. Einfach schön cornern gegen den Yon. Gegen die Corner hatte ich. Aber ich habe so wenig Units. Wem mit wem? Mit wem? Mit alles da reinstellen, dass die halt nicht da irgendwie... Ich habe doch keine Ahnung. Ihr könnt mich nicht überfordern. Actually hatte die Morgana am längsten überleben gegen den Yon, weil die in der Mitte stand und der da nicht hingedasht ist. Okay, also die Volibear hat es ganz schön gerafft, holy shit. Da steht ja noch sein ganzes Wort. Ja, bei mir auch, Mann. Oh, der Udi. Bitte. Minus 7, nein. Ich habe überlebt. Was? Oh, das ist stark. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, to be honest. Aber der Volibear war halt richtig schnell dead. Aber mathematisch ist es vorbei, oder? So, jetzt, Dalu, alles so hinstellen, dass es vor der Sender steht. Damit der Yon da nicht hindaschen kann. Okay, das ist die Strat. Stell die Puppe dahin, die kann nicht weglaufen. Die Puppe, ja, die Puppe. Die Puppe ist wichtig, die muss genau davor stehen. Es müssen auch immer drei in einer Reihe stehen. Die werden bei mir gebufft. Die haben Orgmans. Stell die Puppe noch ein bisschen weiter nach links, weil die Lila läuft da weg. Die ist dumm. Also nach links von meiner Seite aus. Das ist die Finale-Kampfe. Komm schon. Der war so geil, wenn du jetzt in die Lücke da rein darfst. Hättest du den Yon nicht von Bord nehmen können, um es fair zu machen? Er hat da dieses Omega-Titans auch noch. Das macht so viel. Ja, ja. Oh, Sender, 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 Arbeiter. Arbeiter, junge Dame, Arbeiter. Oh, das reicht. Aber warte mal, sie ist alleine. Yon down. Das war wild, Mann. Ey, das war crazy. Der achte Platz hat's versaut. Ja, was soll ich sagen? Oh, ich bin anderer geworden, warte. Das Gewinnen einfach nur Voli-Bärs und Yonis. Das ist einfach... Das ist, glaub ich, der... Das ist so wahr. Ja, das ist wirklich... Das ist wirklich gottlos. Konzent, ja. Aber ich bin sehr erstaunt. Keiner hat probiert, Kogma zu spielen, oder? Nicht einmal. Doch. Doch, Sola, ganz am Anfang, ja. Und Holla. Ja. Ich wollte es probieren, aber ich habe keinen bekommen. Ich auch. Dann habe ich Jorik gespielt. Das war nix. Das ist kein Problem, Schatz. Das habe ich gerne gemacht. Ja. So, cool. Dann, ich bin fast 37 Jahre alt. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Abend. Es war sehr, sehr schön. Trotzdem auch ein Champ, ne? Also, ich habe einfach gewonnen, den Bums. Ja, aber... GG. Mehr Games. Als und Weise, sagt man da immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, das war sehr cool. Danke euch. Das Kräfteverhältnis war schon einigermaßen ausgeglichen, oder? Ich fand das auch richtig nice, muss ich sagen. Hat schon gebockt. Sehe ich ganz genauso. Für nächstes Mal. Jetzt, wo Kani endlich mal nicht dabei war. Ohne Kani, sehr angenehm. Aber ich gönne mir jetzt den Cast nochmal. Ja, das habe ich auch sehr gespannt. Hat's gleich hin. Macht's gut, Leute. Ja, habt noch einen Tag. Hey, Leute, es war super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend euch. Schau, tschau. So. Wer hat gewonnen? Ich habe gewonnen, tatsächlich. Ich durfte mich einen Gewinner nennen. TFT-König unter den Bauern. Aber war schön. Da hat sich das 3-Tage-Trainieren ja actually gelohnt. Und ja. Ich warte jetzt noch eine Discord-Nachricht ab. Dann raiden wir weiter. Die Kräfteverteilung war schon okay, muss ich sagen. Aber wir haben die andere Gruppe viel schwitziger eingeschätzt. Da kommen die Tage. Cool. Sehr gut. Also ich muss nicht warten. Ich radiate jetzt noch ein kleines, kleines bisschen. Wir reden jetzt noch Dalu. Ich glaube, der ist noch am Stream. Das heißt, ihm wünsche ich natürlich noch einen schönen Abend. Euch wünsche ich einen schönen Abend. Morgen ist... Was ist morgen? Morgen ist Sonntag. Morgen chillen wir hart. Morgen spielen wir Planet Crafter. Den ganzen Tag. Da habe ich richtig Bock. Tschüss. Bye-bye. Good night. Es war... Schön. 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 Pupöen. Geil. Und... Tschüss.